Ah, shit. Here we go again. Ja, ich höre mich selber. Auf dem linken Kopfhörer höre ich mich. Ich brauche das auch, damit ich weiß, wie gewisse Sachen sich anreißen. Gut. Boah, ich bin noch nicht jüngst da. Baby, Baby. Wer hat mich angerufen? Welcher ist heute? Pinsel. Gestern. Willi Chiff. Nein, ich habe Pinsel angerufen. Pinsel. Willi. Oh, Linda. Haa. Nie, warte. What do people? Only, it's only game. It's only game. Oh, Linda. Aber, wir fahren erst mal Arbeizen. Ähm, alter P mit Sigi, Dankeschön für die Weezer beim siebzehnten. Und Best Fanatic, Dankeschön für die Prime achzehnten. Na, ich mag den Wagen nicht. Der fährt kacke. Fahren wir erst mal zur Arbeit. Komisch, der Holländer ist auf Bereitschaft, aber er geht nicht im Telefon. Was ist das denn für ein Auto? Das hat Twinkie bekommen. Vom Nico. Du, 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 du. McDonalds ist einfach gut. Why have you got to be met? Senses, kein Dank für den Prime 13. Na, Fettie noch ein Törtchen? Hallo? Du, du hast mir wehgetan, mein Herz. Das war gemein. Puh, wo soll ich parken? Ne, nicht Ingotts Spam. Ich hab den Namen nur nicht vergessen. Ihr darfst nicht parken. Pixel, dankeschön für die Wiese beim zweiten Grüße. Hallo? Hallo? Oh, oh, oh. Das war's für heute. Schau, Computer gucken. Bereitschaft Kiesung, das ist die Holländer. Aber sind's keiner. Ich nehm die Leitstelle her. Mir geht's gut, Pixel. Ich hoffe, der auch. Vor Taxi tun muss ich den Chef erst fahren. Welches nehmen wir denn? Ist Kapp 04 da? Na, ich nehm Kapp 01. Ui. 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 Ich muss kurz einkriegen Kapp 01. Dienstbeginn. Wer hätte gedacht, dass du in der PMA so richtigen Job hast, ohne Ging-Ging. Ui. Ui. Er schreckt mich nicht so, du Arschloch. Es tut mir leid, Sir. Boah. Du Penner. Es tut mir leid. Ich hab dich angerufen. Du bist nicht an dein Handy gegangen. In Anrufnahwesenheit. Ich hab die Leitstelle genommen. Ja. Weil der Holländer geht nicht am Telefon. Sorry. Was? Sorry. Es tut mir leid, Sir. Ja. Ich bin nicht so. Ich bin Erdnuss. Ja. Ja. Wie geht's dir? Gut. Hast du deinen Job noch? Arbeitest du noch hier? Ja. Aber ich hab keinen Führerschein. Der Chef wollte dich rausschmeißen, ne? Ja, hab ich gehört. Aber ich hab gebettelt, dass du dich drin behält. Und hab den gesagt, als Strafe verkloppe ich dich. Okay. Aber ich verkloppe mich nicht. Bist du mich jetzt verkloppt? Nein, du bist mein Freund. Oh, Gott. Danke. Bei deinen Armen hätte ich das nicht lange mitgemacht. Halt das doch nicht. Wird dir einen Pfund mit dem Unterarm geben, willst du in der Mitte durchbrechen, Kollege? Das glaub ich. Willst du schon noch mal arbeiten? Naja, was heißt arbeiten? Ich kann ja nicht fahren. Ich kann aber fahren. Wir können uns Geld teilen. Ja, aber ich muss vorhin noch mein Dings reparieren. Was? Mein Fahrrad. Was ist mit deinem Fahrrad? Da waren so zwei Alten bei der Polizei. So ein alter Sack und eine alte Oma. Die haben einfach mein Auto, weil mit ihrem Auto sind, die war mein Fahrraddepot rüberblumst. Sollte Ausflüge. Ja. Ja komm, wir gehen das reparieren. Ich kenn mich mit Fahrrädern aus. Echt? Na klar, ich weiß, wie man die Kette ölt. Oh je, aber ist ganz schön verbeult. Dann hämmern wir das wieder, machen wir das ganz. Wo ist dein Fahrrad? Vom Haus. Vom welchem Haus? Na hier. Vom Taxihaus? Ja. Komm, ich guck mir das an. Ich finde das blaue Oberteil schick. Was? Du hast einen schönen Oberteil an. Danke. Blau? Wann kriegst du deinen Führerschein wieder? Ähm. Entweder heute oder morgen Abend um 23.58 Uhr. Puh. Warum laufen wir Treppen? Soll ich's reinschieben? Nein. In den Hof? Oh Gott. Oh Gott. Das ist dein Fahrrad? Ja. Kann ich mal fahren? Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Da ist ein Auto rübergeklatscht. Ja. Aber hüpf doch noch. Geht doch noch. Belastungstest. Ist doch 1a. Na gut. Hm. Boah. Ich fahr mal kurz. Warte. Ja. Ich bin noch nie Fahrrad gefahren. Ich bin noch nie Fahrrad gefahren. Ja. Ich bin noch nie Fahrrad gefahren. Hilfe, Pinsel. Hilfe. Hilfe. Das ist ja gar nicht so schwer. Wagen. Was? Das war einsamen Spitze. Ja. Das ist ja gar nicht so schön Fahrrad gefahren. Nee, du bist geflogen wie ein Gott. Aber ich hab gebremst mit meinen Schuhen. Die Sohle ab? Nee, die ist noch dran. Aber dein Fahrrad ist nicht kaputt. Na, wenn du das sagst? Ja. Soll ich Taxi holen? Okay. Ich hab Kappe 01. Ich hab den Chef gefragt wegen Tuning, ne? Ja. Der hat gesagt, man kann mal drüber reden. Also rede ich heute mit dem drüber. Willst du mit meinem Fahrrad Auto fahren? Welches? Na, der Kuh-Taxi. Das ist von Tommi. Oh, das ist aber in der Werkstatt. Welche Werkstatt? Unten, West Coast. Welches West Coast? Warte. Nicht ohne... Welches West Coast? Nicht ohne Seife waschen. Nicht ohne Seife waschen. Bei Seife. Von der Himmels... Im Suden. Im Sauf, wie sagen die? Ja, Sauf. Ja, sollen wir das so hingehen? Ja. Ja, und wie kriegen wir dann, wenn wir zwei Autos haben, das eine wieder hoch? Das ist kein Führerschein. Ähm. Ich würde dann sagen, wir können uns ein Taxi rufen, aber wir sind das Taxi. Ist keine da? Ne. Na, dann hol mal Deins. Okay. Ich hole Kamp 0 1. Ja. Das liegt aber nicht bei mir, Kollegen, das Twitch. Twitch Prime ist nur der Quarren. Dup, dupi, dup, dup. Einfach nur ich. Okay. Tapp 0 1. Ja. Au, pappen. Bank. Oh. Bei euch läuft alles gut. Ich bin abfahrtbereit, Pinsel. Taxi. Ja. Du musst pfeifen. Wo wollten wir hin? Ähm. Eigentlich so West Coast, aber mach ja keinen Sinn. Ich hab, warte, ich hole die Leitestelle kurz. Auf. Auf. Kannst du vergessen, die Leitestelle mitzunehmen. Tup, tup, dup, dup, tup, dup. Hey. Hey. Auf. 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 Giff. Ja, Chef, hast du die Leitstelle? Ja, ich hab die Leitstelle. Achso, weil ich das nicht am Computer gesehen hab. Wie, das hast du nicht am Computer gesehen? Ja, dass du die Leitstelle hast, Chef. Achso, ja, ich hab die Leitstelle. Willst du fahren? Ich fahr. Okay, willst du die Leitstelle machen? Kann ich machen. Die Leitstelle ist frei. Okay, danke. Gerne, bis später, Peanut. Warte, Chef, wie sieht's denn aus mit den Felgen? Welche Felgen? Mit wem hab ich die? Ich mit den Felgen. Ja, komm mal gleich zur Werkstatt runter, dann können wir da ein Toxifetti machen. Oh, ich hab Cap 04. Ist das in Ordnung? Ja, dann mach das Cap 04, mach mal. Oh, super, dupe, dupe, dupe. Bis gleich. Meine Leitstelle. Ja, tut mir. Hast du mir den Stinkefinger gezeigt? Ja. Warum? Nein, ich hab ein Fenster runtergemacht, war so heiß. Achso. Ich hab mit dem Chef telefoniert. Und? Wir sollten runterkommen in die Werkstatt. Ja. Und dann machen wir Tuning. Zeit auf, dein Taxi. Vielleicht kriegst du auch irgendwann dein eigenes Taxi. Was? Äh, vielleicht kriegst du irgendwann dein eigenes Taxi. Mein Taxi? Aber ich hab doch kein... Oh. Ich hab... Hallo, ich hab eine Frau. Hör auf damit. Ja. Aber ich hab doch Cap. Nein, ich hab... Scheiße, ich glaub, ich hab falsche Taxi. Hast du kein eigenes? Nö. Ich hab Cap 01, ne? Wir können ja schon fragen, ob du ein eigenes kriegst. Nein. Ich muss mich erst mal hocharbeiten. Okay. Ich hab die Leitstelle. Ja. Ja. Dann gehst du los. Nein. Nein, mach... Nimm du die Leitstelle, ein Telefon. Achso, und du fährst? Ja, ich fahr, du machst das Telefon. Jawohl, Sir. Okay. Ähm... Wie... Irgendwie klebt... Wie kann... Ja, hier, nimm das Telefon. Danke, Sir. Und trag das ein, ne? Natürlich. Ja. Downtown Cap 2. Peanut und Pinsel. Ich... Wir sind Team Pipi. Peanut und Pinsel. Pinsel? Pinsel, rät mit mir, du Arschloch. Oh, oh. Pinsel? Machst du Haia? Pinsel, machst du Haia? Hast du Kopfweh? Oh, je, je. Ich glaub, Pinsel hat Kopfweh. Hallo, Svehrux. Kein... Kein, äh... Meta-Gaming machen. Äh, BC Boomer, dankeschön für den Prime im 16. Und mit Eul, dankeschön. Lukulu. Ohne Zentrale kann er es zählen abgeben. Ja, ja. Du... Die spielen halt quasi so aus, als hälst du das auf deinem eigenen Handy und machst einfach so die App außen an. Hallo, Kjörn. Ja, Twitch kackt richtig ab. Ich seh grad nicht mal mehr, wie viele Follower ich hab. Mutz. Nein, nix, Mutz. Ist ja in Ordnung. Hab ich mir schon gedacht, dass der Kopfschmerzen hat. Ganz viele Leute haben hier einen Petit-Kopfschmerzen, wissen das da vorne. Ich weiß nicht, warum. Ja, Svehrux ist okay, aber sollte man nicht machen. Übrigens hab ich in den GTA-Dateien Peanut den Skin gefunden. Ich glaub, ich texturiere den mal um. Ich verpasse den mal ein paar coole T-Shirts oder so. Allen vollends Stream stirbt. Tut der so oder so. Aber ist nicht schlimm. Wir spielen noch ein bisschen Violin auf dem sinkenden Schiff. Wie auf der Titanic. Halb vorbei, ihr Hammer. Der ist schon lange vorbei. Siehst du das dann nur? Ja, aber vielleicht müsste ich fragen. Irgendwann mal. Weil der Charakter ist ja auch ziemlich neu. Vielleicht kann man das irgendwann reinmachen. Ist ziemlich simpel sogar. Dann mach ich mir so eine Taxi-Uniform. Der nächste Stream stirbt. Selbst wenn. Es ist nur ein Game. Warum musst du nett sein? 410-XXX-Tentation. Dankeschön für den Prime im vierten. Danke. Ja, da hast du kein Ding. Ne, zu dem Model gibt's keine. Müsste ich selbst machen. Aber ist nicht so schwer. Müsste ich nicht so schwer. Am besten irgendwas, wo unten der Bauch ausschaut. Das wär cool, ne? Mit Senfflicken und so. Ja, ja. Muss ich mal gucken. Eigentlich kann ich mit Big Peanut auch eine Mütze tragen. So eine Fischerhut. Aber Unity hat leider keinen Pet-Support. Saishi, danke schön für den Prime im vierten. Jetzt müssen wir eben auf den Pinsel warten. Aber das Server ist bestimmt wieder voll. Bist du schon länger bei Unity und hattest einen anderen Account? Einen anderen Charakter hab ich. Ich hab drei Charakter. Und jetzt, seit sechs Monaten, glaub ich, auf Unity. Ob Twinkie heute noch aufwacht? Ne, Twinkie kommt heute nicht. Die bleibt im Hotel. Der geht's heute nicht gut. Die hat Aua. Bei einer Downtown-Camp-Mütze wär cool. Und so ein T-Shirt, das vielleicht ein bisschen zu eng ist unten. Ne, man kann mit Peanut keine Klamotten kaufen. Das ist nur so ein Skin. Kein Online-Charakter. Leider. Obwohl ich den Charakter auch fühlen würde mit so einem Hoodie mit Kapuze und so. Aber ich weiß, dass Juri das macht. Vielleicht kann ich Juri, vielleicht kann ich bei Juri einen Auftrag machen. Für 3D-Sachen. Ich würd da sogar Geld für ausgeben. So, ich würd sogar Juri dafür bezahlen. Das ist mir auch scheißegal, wie viel. Kann man den Skin selber bauen? Ja, Da Vinci. Das ist quasi nur eine Textur. Die du selbst anmalen kannst. Ja, Vortex hat ja gerade beantwortet. Geht leider nicht. Hallo, Tobias. Pinsel! Pinsel! Für 6.000 Euro mach ich dir was fertig. 6.000 Euro wohl. Hallo, Juri Spank hier. Bitte beweisen Sie mir die 100 Dollar. Keine Probleme. Die Bearbeitung würde ich dann nur sehen, ja. Aber man könnte es auch server-technisch draufbringen. Das alles sehen. Ne, ich schatten wir, der Dings hat die Leitstelle noch. Der Pinsel. Wenn der arme Kerl nicht wieder 2 Stunden lang in der Dings sitzt. 3 Euro und ich mach Pen, gute Qualität, 5 Sterne. Da geb ich lieber der Oma einen Zehner. Und die macht der Photoshop. Lass mich zurück. Ich komm nicht auf den Tests. Nur, ich warte. Wenn ich das jetzt machen würde, wäre das Metapinsel. Ich, man muss warten. Was ist denn schon wieder mit dem Team-Speak-Pommes, Alter? Der ist doch nicht mal voll. Warte ihm hoffentlich mal lecker. Dann warte bitte 2 Stunden, bis ich connecten kann. Dauert das so lang bei dir? Ist das ein Problem deinerseits oder wegen Unity? Oder klingt nicht normal? Hallo, Verti. Der Rentner, danke schön für den Prime im 6. Guten Abend, der Herr und Chat. Hallo. Bitte gerne. Danke, danke, danke. 2 Stunden, sagt er. Pinsel. 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 Wem winkst du? Wer ist da? Ist der Baum dein Freund? Ist das dein Freund? Hallo, Demba. Pinsel. Sag, dass ich dein allerbestester Freund bin. Tu es. Warte mal, Cody, hast du dich gerade selbst markiert? Und dir eine eigene Sache beantwortet im Chat? Soll ich über Shed antworten? Pinsel, wem winkst du? Na klar, Jay. Natürlich hast du das gemacht. Jay 1312. Add Jay 1312. Ne, hab da immer Frischhalterfolie vor. Ach so, okay. Dann bin ich doof. Oh, Pinsel. Du bist mein allerbestester Freund. Und du winkst so schön. Ich weiß ja nicht, wohin. Ein Moment. Was geht ab, Bruder? Uh. Wir sind die bestesten Freunde, Pinsel. Hallo, wir sind. Puh, Selbstgespräch hier, Bruder. Pinsel? 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 Pinat den Skingebiet, aber auch mit Bart. Ich glaube, ich mache den mal für morgen rein. Und ich glaube, ich ändere mal die Farbe vom T-Shirt. Ich esse. Ja, guten Appetit. Pinsel? Was machst du? Ja, super duper. Winke, winke. Hm. Der heißt Pinsel, weil er, als ich ihn kennengelernt habe, hatte der so ein Affo. Oh. Wir tanzen also, okay. Pinsel. Warum reibst du deinen Schwanz an der Brücke? Ich verstehe das nicht. Was ist denn mit deinem Team-Speak-Kollege? Mach mal das Plugin aus, um versuch zu connecten. Beim Pinsel, das Team-Speak-Cutup. Schwester Kusch, ich höre mich unten. Ganz unten im Haus. Ich höre meine eigene Stimme. Hallo? Ich bin Peanut. Peanut Smolz ist mein Name. Team-Speak sagt, er war. Da musst du kurz warten. Wer von euch ist denn dafür, dass Demba auch in die Familie aufgenommen wird? Der Familie Smolz. Da Lucky ja nicht mehr online kommt und nicht mit uns rumspielt. Das wäre richtig. Stellt euch Dummer vor. Holen da, wie ist es dich? Ach, nö. Ach, nö. Hallo? Mann! Boah. Hallo? Ich hasse mein Leben so sehr. Ich hasse das, wie die Pässe. Ich hasse das. Hallo? Ja, der heißt dann Wemba Smolz. Hallo, Holen da? Ja, Mann, oder Didi Smolz. Die, 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 die eine da. Hallo, Opa Wölli. Ja, Mann, Didi Smolz ist cool. Hallo? Hey, da bist du ja. Holen da, hallo. Hey, du hast angerufen. So netz. Ich schmeiß das blöde Handy gleich von der Brücke. Ey, nee, du musst mit dem Auto rüberfahren. Dann macht das doch knack, knack. Ja, wie mein Rücken. Baby, baby. Wie der Rücke, wie soll was passiert? Ja, knackt auch immer. Ah, auch immer knack, knack. Irgendwas stimmt mit Pinseln nicht. Du musst jemanden untersuchen lassen. Was? Hey, du hast angerufen. Ja, ich wollte fragen, ob du die Leitstelle hast, aber der Chef hatte die. Achso, ja, 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 ja. Weil du stehst noch auf Bereitschaft. Oh, echt? Ja. Oh, nee, stimmt nicht. Ja. Du eigener Trüger, du. Ja, 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 ja. Ey, 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 ey. Geh auf damit Pinsel. Der macht Pipi. Pinsel? Wer ist Pinsel? Der hatte Pinsel. Mein allerbestester Freund. Der arbeitet auch beim Taxi. Der Pinsel? Ja, Pinsel. Kenn ich ja doch gar nicht. Ja, aber der arbeitet schon lange da. Hä? Vielleicht kennst du den unter seinen richtigen Namen. Welcher denn? Ronny der Golddigger. Achso, ja, ja, Ronny. Der heißt bei dir Pinsel, ja? Ja, der heißt Pinsel. Okay, okay. Also sei ein bisschen mit der Ronny unterwegs. Mann, Leute. Ja, ich bin... Aua! Ah, gar keine Leitstelle. Machst du Leitstelle? Ja, ich hab die. Ja, okay. Ja, okay. Ich weiß Bescheid. Oder willst du die nehmen? Nee, 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 nee. Ich... 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 In Stunden ist Aspo-Derby. Was? Ja, Crash-Dingsbums. Schon wieder? Ja, 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 ja. Ich mach mit. Ja, äh, Casino-Parkplatz. Bei die Jutta ist wohl noch was frei. Die Jutta hatte mir gestern gesagt, dass du frei... Okay, dann komm ich da hin. Ronny... 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 Ja, jetzt ist noch nichts los hier, aber... Äh... Äh... Denk immer bald, ne? Also... Muss man mit Ronny sprechen, das ist seine Oma. Okay. Oder Mama, oder irgendwie sowas da. Er sagt immer Oma. Hey, außer ich... Da ist mein Fliege im Mund geflogen. Gehen, gehen. Ey, das schmeckt doch bestimmt gut. Ja. Da mach ich mit bei diesem Crash-Derby. Ja, ey, dann feuer ich dich an. Ah! Nein, du darfst uns nicht anfackeln. Anfeuern? Ja, nicht mich fackeln. Go, go, Peanut, go, sag ich dann. Oh, Peanut, go. Noch ein Tor. Schieß ein Tor. Boah, 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 boah. Ja, so, so, so. Okay, Ronny, dann bis gleich. In my dreams, I see you. I see you. Okay. Tschüss, Ronny. Ciao. Warum redest du nicht mit mir? Ja, ich weiß nicht. Und du wolltest mich Pipi machen. Ja. Ach, doch, komm, wir müssen trainingen. Ich dachte mir, ja, 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 Arbeit. Arbeit, Arbeit. Weißt du was, Pinsel? Heute ist wieder Crash-Test-Derby. Fangen wir da mit? Ja, immer schon das, ja. Sollen wir da mitfahren? Gerne. Hast du noch die Leitsch den Telefon? Ja, das liegt ja hier. Ja, nimm's wieder. Ja. Ich üb schon mal. Oh mein Gott. Das wird klasse. Wir wollten zur Werkstatt. Ich hab schon vergessen, was wir wollten. Every time in my dreams, I see you. Aber du hast dich sannensaftig verbessert. Womit? Autofahren. Du bist auch krass heiß, sehe ich. Aber das ist nicht schwer. Ich hab Ahnung von Knüppeln in der Hand. Ja. Dafür kriegst du einen Geschenk. Du fahrst, du führst. Ja. Du musst einfach die Handbremse mal ziehen. Wie immer die Handbremse und dann stehe ich auf derselben Spur. Du fahrst. Wir haben Kundschaft. Ja, okay. Wo? Baby, you can call me on my cell phone. Late night when you see. Taxi downtown? Hello? I know when I'm a hotline bling. Sir, der Telefon. Ja, der Telefon ist in der Koppel. Mann ey. Einen wunderschönen Tag. Hier ist Taxi downtown. Wenn du ein Taxi brauchst, sprich mit mir. Wenn du kein Taxi... Okay, dann leg halt einfach auf. Ja, scheiß Telefon. Wir fahren zur Werkstatt. Wir fahren zur Werkstatt. Einen will ein Hohlein bling. Angst aus, Angst aus, Angst aus, wibbeln. Hahahaha. Uptown, girl. She's been living in the Uptown, girl. Uptown, girl. Oh, 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 oh. Ich kann den take... Somewhere... Over the rainbow. Over the rainbow. So hoch. Sky is up, blue. I'm blue, babbidi, babbada. Bada, babbidi, be. Babbada. Babbidi, babbada. Yo, listen up, here's the story about the little guy who lives in a yellow-blue taxi. And all day and all night and everything he's seen is just... Me. I'm blue, babbidi, babbada. Boah, wir sollten Sänger werden. Ich warte schon drauf, dass irgendwas... Ich hab schon mein Vorberein. Oh, 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 it's magic, you know. Es gibt doch so eine Talentshow, kennst du die? Du warst so furious. Wow. Oh, nee, das ist meine Oma. Oh. Die Verwesung da rechts. Nein, ich hab O gesagt, nicht mehr. Oma. Ich pack mal hier. Die war so frech. Komm, wir gehen nach hin. Ja, wir gehen nach hin. Ich war dabei. Stimmt. Hallo. Ähm, bonjour. Ähm, bonjour. Parlez-vous. Parlez-vous, francais, mademoiselle? Tu es un barroquais. Sengutini, Sikkim? Du, Peach? Genau, ja, ein finger. Das heißt, bitte watsen, Ludwin. Ludwin. Das heißt, ein Moment, Peter. Oh, die hat gerückt. Stink nach Schwanz. Ja, stinkt nach Schwanz von Willi. Was ist mit der? Geh weg von mir. Weg. Bitte nicht. Um nicht an deine Oma eine Brüste packen. Nicht machen. Sorry. Ich wollte nur gucken, ob die echt sind, aber die sind alt. Was macht sie? Sie dumm? Ja. Du, Peach. Was zum, was zum, ähm, okay. Ähm. Ja, die ist aber auch fest, am verhangelt in den Sexpommes, ne? Ja, was hier liegt's. Du bist zum Teufel, Alter. Wolltet ihr dir gerade an deinem Schniepel rumspielen? Ja, aber nächstes Mal gibt's einen Kick ins Gesicht. Kann man so häcklich sein. Oh. Die hätten weggeschleudert. Ja. Heute macht Spaß. Das war sehr schockierend gerade. Das war schon traurig. Hoffentlich kommt da kein Zeitungseintrag. Hoffentlich hat das keiner gesehen. Und fotografiert. Und dokumentiert. Ja. Warum? Die Entschlage in den Fall. Du musst headbangen. Ein headbang. Wie hab ich nochmal gehackbangt? Ich hab das vergessen. Wie? Mein Leute. Äh. Ist die geil? Ja. Und die Elsa ruft an. Ich bin... Ich hab das Gefühl, hier kackt alles ab. Hallo. Twitch, der Server, alles. Oh, hallo, Oma. Hi. Hey, du. Hey, du. Mach das nie wieder, deine komische Handbewegung. Warum? Ja. Willst du ein Brett? Nee. Ich hab gehört, du hast das Crash-Test damit wiederfahrt. Ja, eigentlich schon. Ich mach mit. Aber ich weiß... Wenn das so... Ich mach mit, hab ich gesagt. Ja, hallo. Entspann dich mal. Ich mach mit. Wenn das nicht besser ist, dann klappt das nicht. Ja, aber dann klappt das nicht heute. Doch, heute. Genau heute. Du hast versprochen. Habe ich gar nicht versprochen. Habe ich gar nicht. Ich muss aber noch Leute anrufen, und das geht wegen diesem Scheiß-Telefon jetzt nicht. Bist du bei Aldi-Talk? Ja, nein, Jesus. Wo ist der Taxi-Chef? Sehe ich so aus, als wäre ich allwissend. Habe ich Löcher in der Hände? Habe ich Löcher in der Hände? Habe ich... Geh weg, ich rufe Chef einfach. Hallo, Chef. Kannst du bitte am Handy kommen, bitte? Chef? Oh, ich hasse dieses Handy-Netzwerk, ne? Ja, schlechte Befragung. Ach, echt, Mensch. Nicht laden dir ab, Talunkum. Das ist ja... Das ist ja eine Überraschung, dass das Netz nicht geht. Heute fahren wir Kräfte. Da bin ich ja richtig hier. Mensch. Oh, Willi. Oh, Willi. Ja, da bin ich auch früher getroffen. Chef? Hallo, Willi. Oh, ich hasse mein Leben. Mein Telefon, ich bin auch. Wir haben den selben Vertrag. Ich hasse dieses Handy. Wenn du mich hörst, wir sind an der Werkstatt. Chef? Ja, hallo. Chef, du bist... Wo sind Sie? Warum? Sie haben gesagt, ich soll zur Werkstatt kommen. Oh, scheiße, stimmt. Da war ja was. Ich habe deswegen diese ganze Telefonscheiße total vergesen. Oh, ich höre mich. Ja, wir kriegen auch keine Kunden. Das Netz bricht wieder ein. Ja. Sitzst du gerade an einem Taxi? Wenn du mich oben in Paledo abholen könntest, auf Parkplatz, dann kannst du mich direkt mit zur Werkstatt runternehmen. Okay, wir kommen sie abholen. Geil. Okay, ich stehe oben am Paledo in einem Parkplatz. Okay, bis gleich. Ja, mach ich. Beim Taxi, ja? Komm, wir haben einen Auftragpinsel, wir müssen den Chef abholen. Okay. Ja, und Willi, ich will abholen. Oma, wir fahren nach der Crash-Test. Bis dann. Äh, das ist um 21 Uhr. Oh, wir treffen uns, Parkhaus 14, 21 Uhr. Tja. Hey, warum machst du die Scheibe kaputt? Hab ich nicht, hab doch vorhin gelüftet. Die ist da unten. Komm, mach dich weg. Mach dich selber weg. Mach dich weg. Habt ihr gehört? 21 Uhr, Parkhaus 14. Das hat mich kaputt. Mann. Jetzt gib mir den Brett. Jetzt reicht's. Ich hab doch gesagt, Parkhaus 14, 21 Uhr. Jetzt. Bisschen Butterpump von mir. Bisschen Butterpump. Jetzt ist er in den Gelände. So. Komm her. Geh weg jetzt. Hallo? Ich schlach dich zusammen. Ey, Ronny. Scheiß, Mann, ich haze dich. Weil das ist mein Beste. Bam. Das ist mein Freund. Hau sie weg. Au, au. Aua. Fuck you, ey. Aua. Scheiße. Nein, Pinsel. Ich kann nicht mehr. Nein. Stopp. Okay. Das ist mir zu anstrengend. Geh vom Taxi runter. Ja. Eis, die besoffen. Okay, Sarah. Fick dich. Dumme Sau. Ich hasse deine Oma. Ich hab Durst. Ich hab auch Durst. Ich hab Durst. Ich geb deinen Kuh da von mir. Oh, danke. Hat die uns jetzt gerammt, die blöde Kuh? Hat die? Hat die gerammt? Oh, Mann. Die hat doch gar nicht gerammt. Ist doch nix. Ist an Pfeile. Da haben wir ein Glück gehabt. Boah, zum Glück. Dumme Dreck, Saudi. Boah, soll ich dir... Ich zeig dir mal was. Ja. Das hat ein Kuhn im Meer geschenkt. Aber du darfst es niemandem verraten, okay? Nein. Kann man hier rein holen? Ja. Oh, geheimweichig. Ich zeig dir was, okay? Ja. Müssen Sample beeilen, müssen Chef abholen. Und Willi. Wo? Taxi. Okay. Komm. Komm. Okay, dreh dich um. So? Ja. Jetzt dreh dich wieder um. Guck mal. Wow. Ich hab noch nie geschossen. Sollen wir Dosen aufstellen? Hast du Dosen bei? Die Cola, was du hingegeben hast. Nee, besser nicht. Und Nuggets. Ich will nicht auszusehen, auf uns schießen. Okay, weißt du was? Wenn wir nachher zum Crash-Stabby fahren, stellen wir es in den Sand. Da ist ja niemand. Das ist ein bisschen fegelogen. Und dann liegen alle, wenn ich abgehe, piep, 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 in den Schiff von rechts. Ja. Aber verrate das keinem. Ich sag keinem. Wenn ich eine Waffe habe. Ein Zeichen. Ja, den Fahrgast mir geschenkt. Gegen, gegen. Ein Asozialer. Mir schenkt keiner sowas. Komm, wir gehen Schöpfe pullen. Ja. Ich kann dir die ausleihen, wenn du magst. Sollst du dir die ausleihen? Ich hatte schon welche. Vier Stück. Was, denn Pistolen? Ja. Wo sind die? Verkauft. An wen hast du die verkauft? An Hasepetter. Oh, der Chef? Ja. Wie viel hat er? Dann verkaufe ich meine auch. Verkauft für, glaube, 25.000. Ich verkaufe meine auch am Chef. So, wir müssen Willi holen und dann Chef. Oder er ist Chef. Willi ist am Taxi und der Chef ist wo? Im Paleto. Dann erst Willi. Aber der Chef darf man nicht warten lassen. Nein. Aber das liegt ja auf dem Weg. Ach so, okay. Dann fahre ich ganz schnell, okay? Okay. Sollen wir Sänger werden? Ja. Wenn irgendwie... Oh. Räuber. Taxi downtown. Räuber sind auf Ganobentouren, doch sei ganz... Warte denn? Liebe sind schon auf ihrer Spur. Es wär fahrlauf schwer. Der Weg so weit. Sie sind stets für dich bereit. Pilacht und Pinsel Smolz. Wow. Nein, du heißt nicht Smolz. Wie ist dein Nachname? Hobbs. Pinsel Hobbs genommen. Was laberst du mir in den Telefon? Ich hab dir nicht zugehört. Wo? Jetzt. Tschüss. Biggie, Biggie, Biggie. Wir haben jetzt ein Problem. Wir haben gerade keine verfügbaren Einheiten zur Verfügung. Ja, wir haben ein Problem. Warum? Willst du gleich sehen. Warum? Ja, geht nicht. Dann muss Willi warten. Wenn Willi einsteigt, fährst du schnell. Nein, Tommi ist auch Freund. Ey, Dachbiener. Willi, wir müssen den Chef oben abholen. Wir müssen ein eigenes Taxi fahren. Ach so. Wo müsst ihr den denn abholen? Nach Paleto. Wo steht der denn? In Paleto. Wir holen den kurz. Ach so, ja. Dann musst du... Dann nimmt ein zweites Taxi und kommt unten zur Tuning-Werstadt. Da fahren wir dann hin. Okay. Dann ist er bei dir. Ja. Okay, bis gleich. Gehst du mit Willi oder komm? Okay. Bis gleich. Schließt, Toni. Das ist doch Toni. Toni, hier kommt der Genuss. Toni, hier kommt was... Oh, da vorne ist Twinkie. Oh. Doch nicht. Meinst du den Roller? Ja. Was könnten wir singen? Kennst du dich aus mit Kinderlieder? Ein bisschen. RTL 2, Pukito und so? Was? Pukito. Was ist das? Oh mein Gott. Na, die Sendung auf RTL 2. Nein, ich kenn das nicht. Warum? Gummibären hüpfen hier und dort und überall. Die sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibären. Und dann? Kennst du den Text? Mutig. Und tapfer. Freundlich. Und schlau. Nein. Nein. Mutig und freundlich. Und schlau. So tapfer und gläubig, fröhlich und frisch kämpfen sie auch für dich. Auch für dich. Leben im... Im Wald unter Bäumen mit Pennern, lutschen den Schwanz, auch, auch für dich. Gummibären hüpfen hier und dort und überall. Ja. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Oh, warte. Das sind die Gummibären. Ich hab noch ne Idee. Was denn? Wir spielen ein Spiel. Okay. Ich seh was, was du nicht siehst. Oh, ich dachte eher an was wie... Wir singen ein Lied und du musst verraten. Okay, okay, okay. Okay. Sing. Pinsel, du hast es geschafft. Die Leute reden wieder von dir. Nachdem sie sagten, du wirst weg auf und davon und krepiert. Das ist nicht okay. Ich bin so, du bist schon am Anfang 30 und langsam zeigt sich, wie du es immer wieder schaffst und deine Mannschaft klein kriegst. Danach kommt von dir meistens nur Gehäle. Ey, du scheißt auf jeden Egg auf und weißt, um was ich rede. Einer nach dem anderen und so waren sie weg. Wo waren sie jetzt? Denn keiner war so loja wie Egg. Wir waren doch das Dreamteam. Nur du und ich, wen Groupies und Snakes, hast du unsere Zukunft gefickt. Du warst mein Bruder, doch du warst Nightshow auf meinen Hype und gehst auf diese Kinderjams, bevor mein Album erscheint. Boah, ich kann voll gut rappen. Ja, du bist ganz schön kreis. Muss ich schön zugeben. Weißt du nicht, was das für neat ist? Nein. Das war vom Wendler. Oh. Echt? Ja. Hat sich der Moneyboy angehört? Ciao, ciao. Hey, ciao. Okay, jetzt was schweres. Okay, ähm. Jetzt wirklich was Schwieriges. Okay. Ein Digimon wird dich begleiten. Der beste Freund an Zeiten. In seinem Team, wo er alle Abenteuer beschreien. Wow, 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 wow. Wir bleiben Freunde, was auch immer passiert. Oh, wow, 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 wow. Doch wir wissen nicht, was morgen sein wird. Geht. Du, 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 du. Geh deinen Weg. Lebe deinen Traum, denn er wird wahr. Lebe deinen Traum, denn er wird wahr. In deinen Weg stelle ich der Gefahr. Alles, was wichtig ist, wirst du erkennen, wenn die Zeit gekommen ist. Ja, ich greif nach den Sternen. Du bist bereit. Glauben dich, weil es ist soweit. Wir werden bei dir sein. Seid bereit. Seid bereit. Das war wunderschön. Ja. Doch, wir können öfters mal jetzt in so einem Toxie fällen. Chef? Peanut und Ronny. Ja? Ja, bitte. Ich hab was gehört. Was hast du gehört? Mir hat ein Kunde etwas gegeben und jemand hat mir gesagt, also Pinsel hat mir das gesagt, dass du an sowas Interesse hast. Okay, wir spielen das, Nigi. An was denn? Das ist ein Minion. Was denn genau? Was? Hey, ja, warte denn. Ja, ich hab so eine Pistole. Eine normale? Ja. Das ist ja noch... Ja, warte, ja, was willst du vorhaben? Lang. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was man dafür bekommt. 70.000 kann ich dir anbieten. Oh, ich hab sie für 20 verkauft. Egal, 70.000. Wir müssen nämlich sparen für ein Haus. Ein Haus? Ja. Wenn ihr am Casino vorbeufährt, dann kann ich eben mein Auto holen und kann ich euch, wenn wir das hier getunt haben, dann wieder zurückfahren. Oder hast du schon ein Auto holen? Nein. Guck dir den Sonntagsfall an. Weg doch, hier kommt die Oberschicht! Du Geringverdiener! Ich zieh euch ab! Pischen! Hau ab! Nee! Boah, jetzt pass auf! Jetzt mach ich ihn aus! Nee! Fuck you! Wie viel Admin hast du da für gepflückt, du Pfeife! Genau! Gar keine Ah! Zurück auf den Tinder-Feld mit dir! Möchte gern, Gangster! Und jetzt musst du was singen, Pinsel! Ja, irgendein! Oh Gott! Ich möchte mit diesen Menschen nicht sprechen! Dann bremst ich kurz ein bisschen! Ja, aber ich muss das geraten! Okay, pass auf! Bist du bereit? Ja! Okay! Ich fliege um zu sehen! Michael Jackson! Das ist Baloo! Ui, Ui, Baloo! Ja, aber das ist der Rap von Baloo! Ach so, dann nur rappen! Ui, 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 Ui Ich komm der Tag, an dem du dein Ziel erreichst. Der Pinsel wird dich begleiten. Der beste Chef aller Zeiten. Ich will ein Taxi, pink und grün soll's sein. Wow, 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 wow. Er will im Taxi, was auch immer passiert. Wow, 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 wow. Du musst uns einkaufen, ansonsten kassiert. Ansonst wird's frisiert. Lieb deinen Traum, deiner wird wacher. Ich will das Taxi. Warum heulst du? Weil ich unbedingt ein pink-grünes Taxi will. Aber du repräsentierst das Taxi mitnehmen. Jo, aber es gibt ja schon pinkes, aber das ist pink mit blau. Hier zum Casino? Dachtest du schon, Chef? Ja, zum Casino, dann hol ich ein Auto und dann fahr ich euch damit wieder zurück. Hier pack' das. Achso. Du, 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 du... Wo ist dein Auto? Dein Auto? Ja. Da, das Orange. Da, das Orange. Das hier? Ich muss ja eben kurz was in meinen Egger riechen. Okay, ich bin zweimal leergeräumt. Okay. Wir müssen unseren eigenen Song schreiben, Pinsel. Weißt du was? Nö. Wenn irgendwann, irgendwann gibst du eine Talentshow und da machen wir mit. Ja, bis dahin müssen wir unseren eigenen Song machen. Ja? Ja. Das machen wir. Ich hab' ne richtig gute Idee. Auf den Tag bin ich vorbereitet. Pinsel und Peanut, die sitzen in nem Pferd. Mit Hand an dem Sack. Jetzt brauchen wir ein Rhyme of Hand an dem Sack. Hand an dem Sack. Let's go auf zur Werkstatt. Auf zur Werkstatt. Was reimt nicht. Na, besser nicht anhören. Das ist gefährlich. Pinsel und Peanut. Du hast es längst gemerkt, es ist noch lange nicht vorbei. Du weißt auch nicht, was kommen wird. Sei bereit. Belieb dein Traum, aus dem du jetzt herwachst. Es wird nicht leicht, doch du weißt, dass du es schaffst. Piep, piep. Gehst du? Ähm. Durch die Wolken. Immer höher, wo du immer dringend sein. Der Himmel, wittler, kennst du nicht Dragon Ball? Ja, das Dragon Ball. Ich kann das nicht. Ich kann nur, hey, Charla, Charla, hey. Ja, du siehst das doch. Wir müssen Hase-Petter Bescheid sagen, dass wir bei die Crash-Turby mitmachen wollen. Ja. Mit Taxi. Oh, da war der Chef. Der wird verfolgt von Preside. Oh Gott, keiner kann uns am Chef verhaften. Wir haben den Chef gerettet. Wir müssen uns verstecken, Pinsel. Aber so wird vor... Fahr ein bisschen hinter den... Ja, ja, wir fahren links, wo wir gerade waren. Ja. Ich ruf den Padder an, der muss sich verstecken. Oh, da ist er. Urs, mach auf! Da kommt er. Schaf, ich hab dich gerettet. Wir haben ein Riesenproblem. Habt ihr die Kopf weggepittet oder was? Ja, klar. Ich hab grad gemerkt, dass die Mehl da hergebrettet sind. Ja. Und wir haben dich gerettet. Wir haben dich gerettet, Chef. Wo habt ihr die denn hingepittet? Ja, nicht gepittet. Wir haben die nur erschreckt und dann haben die einen Umfall gebaut. Scheiße. Oh, Scheiße. Vielleicht sind jetzt gegen Maske knallt. Die sind voll gegen Inselnteil geknallt. Oh, Scheiße. Wir können einfach... Haben die gesehen, wo ihr hingefahren seid? Nee. Nee, die... Ja, dann nach doch zur Werkstatt. Fahren wir rein in die Werkstatt. Sieht, das können uns nicht. Aber die wissen, das ist ein Taxi gewesen. Ja, aber ich kann doch nicht... Ja, da können ja einige Taxi sein. Ja, stimmt. Wir haben dein Leben gerettet, Habibi. Ja, danke Allah. Eine Gehaltserhöhlung. Erhöhlung. Hast du gehört, Fällen gehen auf den Chef? Easy. Ich pitt jetzt auch ein paar... Ich hab nicht gepittet. Ich hab die erschreckt. Ja, ich hab's ja gesehen. Aber weißt du, was das für ein Auto war? Nö. Das war ein Auto aus... Das ist so eine Patrouille. Die fahren in der Wüste. Was macht ihr hier? Selbe Schuld. Unser Territorium. Wir sind einfach die Taxi-Mafia. Ja, wir sind einfach die Taxi-Mafia. Ja, wir sind auch in das Ding. In das Ding hier? Ja. Okay. Da oben? Boah, ey. Boah. Pinsel, merk dir eins. Du musst immer die Hand schützen, die dich füllt hat. Ja, wir sind hier. Ja. Keiner verhaftet den Chef. Teil der Crew. Teil des Chefs. 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 Wir müssen unseren Kapitän beschützen. Jawohl. Ja. Kennst du die Finger? Los, Chef, tritt unserem Club bei. Komm in den Club. Komm in unseren Club. Hallo. Los, Chef, komm in unseren Club. Komm in, ja. Komm in unseren Club. Du. Los. Ja, ich komme in den Club. Riech am heiligen Finger. Riech. Ich will nicht riechen. Du sollst an deinen Finger riechen, genau. Riech an deinem Finger. Teil der Crew. Komm, wir fingern ein bisschen. Teil des Chefs. Komm, wir fingern ein bisschen. Teil der Crew. Teil des Chefs. Teil der Crew. Teil des Chefs. Könntest du mal ein bisschen Felgen an dem Taxi anmachen? Teil der Crew. Ja, aber super duper Felgen, ne? Ja, ich habe es ihm versprochen. Oh, nö. Hallo. Hallo. Oh, nö. Was denn noch eine Pinsel? Was denn? Also, tschüss, Ronny. Bis dann. Ach, schon wieder? Nein. Kopfschmerzen? Ich weiß nicht. Mir geht's mir hier schon besser. Schieb den Barsch. Nein. Zurück ins Meer. Lass mich zurück. Hallo. Du siehst aus wie Sarah Connor. Lass den Finger oben. Tina, gib mal der Dame den Schlüssel. Ach so. Darf ich den abgeben? Dann helfe ich mal, Ronny in den Kopfraum zu kriegen. Hallo. Bitteschön. Danke. Kannst, hast du super duper Felgen für mich? Was sind denn super duper Felgen? Weiß ich nicht. Was sind denn super duper Felgen in deinen Augen? Ja, super schöne. Mach mal, mach mal Street Felgen. Ja, so schöne Krumfelgen. Ja, nicht so in eurem Schinken. So was? Ja, sowas eher. Das oder? In Chrom. In Chrom? Ja. Haben wir das in Chrom? Ja. Also, ja, sowas. Aber da gibt's bestimmt noch coolere. Oder haben wir nicht? Nee. Mit Aufschrift haben wir noch. So ein gelber Aufschrift sieht auch wild aus, Chef. Wie in Chrom? Ja, sowas. So, das sieht fresh aus. Ja, wollen wir die nehmen? Hm. Boah. Chrom dürfte doch nicht so viel sein, Bestread. Boah, schwarz geht auch. Boah, das sah wild aus. Das, die sehen wild aus. Die wollen wir nehmen? Wollen wir die nehmen? Wir können ja noch weiter schauen bei dem Vorlag. Nee, sicher. Okay, dann gucken wir noch mal. Boah. Nee. Nee. Boah. Nee. Boah. Boah. Die waren doch schick. Die davor. Die. Chef, die waren wild. Die wollen wir nehmen? Ja, die nehmen wir. So wie sie sind jetzt so? Ja, genau. Ja, so wie sie sind. Boah. 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 Oh. Oh. Kriegst du Leon? Nee, ich hab Hunger. Ich hab nur nichts gegessen. Nee, komm, mal was für die. Mm. Danke. Boah. Das sieht aus wie Twinkie. Jo, mach drauf, mach mal rechnung. Boah. Boah. So dunkle Scheiben für die Privatsphäre wäre auch cool. Nee, dunkle Scheiben, wenn ich bei den normalen Taxi mache. Nicht? Das ist zu viel. Findest du? Ja. Okay. Was ist denn so ein Wackelschwanz vor dem Armaturenwald? Wackelkürpfchen meinst du? Nee, so ein Schwanz. Das? Wir kommen seit und her, Donald. Wo man Trinkgeld reinwerfen kann. Wie? Ja, so kleine Pennies. Verstehe ich nicht. Hast du noch nie eine Spardose gehabt, Chef? Eine Spardose, ja, aber was für ein Schwanz? Ja, ein Schwanz. Du wolltest ja jetzt, ich dachte, du wolltest ja jetzt in Dildo auch mit Armaturbrett leben. Betriegt die Rechnung? Äh, ich. Der Chef. Nostpullen, und so brauche ich selber ein, Chef. Schaffst du das? Na klar. Oh, geil. Guck mich an, ich bin Maschine. Und einmal, gerade runter. Wie geil? Nein, was will ich hier tun? Der hat ganz schön den Mund trotzen. Und 15 Minuten. 15 Minuten, ne? Okay, wie Tobi. Ah ja, genau, die Felgen müssen noch trocknen. Festziehen. Ah. Mit Kleberband. Wie abfallen. Mit Kleberband. Perfekt. Boah. Du hast es jetzt so beidahed. Insallah, Mashallah. Ja, ist gut. Also müssen wir draußen warten noch? Äh, ja. Okay. Dann bis gleich. Wo ist mein voll Pinsel? Natürlich. Oh Mann, nee. Ja. Wollen wir mal gucken? Weiß? Die geht jetzt wirklich wieder in den Kreis? Das will ich jetzt mal beobachten, Alter. Oder du musst die, sie soll die Felgen dran machen. Also entweder ihr wartet hier die 14 Minuten. Ja, aber die macht die Felgen gar nicht. Guck mal. Ja, macht sie da fertig. Deswegen sagt sie ja eine Viertelstunde. Also entweder ihr wartet eine Viertelstunde, ihr kommt in einer Viertelstunde wieder und ich fahr euch hoch. Wir warten, oder Pinsel? Okay. Wir können draußen ein bisschen in unserem Song arbeiten. Oh. Ich stelle mal meine Augen draussen. Das ist eine komische Werkstatt hier. Warum? Soll ich die mitnehmen, Pinat? Musst du nicht rauslaufen. Eigentlich würde ich stehen bleiben. Pinat? Ja. Was? Pinat? Ja, was denn? Hallo? Pinsel? Ja. Hallo? 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 Was ist mit dem Schiff? Er hat eine Waffe. Der ist einfach irre. Ja, hallo? Soll ich dich rausfahren? Dann muss er nicht laufen. Ähm, sag dem Schiff nein. Ich soll dir sagen nein. Ich höre ihn doch. Ach so. Er will da rauslaufen. Okay, ja gut. Nein, ich bleibe hier. Ach so, ich dachte, wir warten draussen. Ja, ach so. Ja, dann komm zurück. Warte, ich ruf ihn an. Ja. Komm zurück, wir kommen mit raus. Kannst du uns abholen? Danke. Danke, fahr langsam. Das ist ein bisschen viel Burger gegessen, was? Was? Du hast dich aber heute heftig, särflich geschminkt. Da kommt mein Taxi. Hau rein, Aisha. Hau rein. Blah. Bleh. Ist jetzt hier keiner mehr da, oder was? Ah. Danke, Chef. Du kennst Leute, Pinsel. Das ist Aisha. Das ist ein Aisha. Die war mal bei den Medics. Er arbeitet hier. Hallo. Warum bringt der Typ der die ganze Zeit? Was ist los, Chef? Chef? Bin so noch zu prügeln. Hast du einen Bif? Nein. Oh, da gibt es einen Comedy Club-Insel. Ich glaube, es gibt eine Fahrschule. Ich glaube, oder wir müssen einen Comedy Club aufmachen. Wir sind doch lustig. Ja. Ja. Komm, wir beantragen einen Comedy Club. Das wäre wild. Chef, gehst du gut? Ja. Weil du sch... Was machen Sachen? Ja. Nicht viel. Was? Hallo. Willi? Chef, dein Telefon. Ja. Was ist los mit dir? Ja, wollte ich auch schon... Wie? Ich dachte, wir parken. Oder willst du wegfahren? Nö. Ja. Mein Gott. Und du führst ein Unternehmen, Chef. Was ist denn mit dem? Chef, eine Frage. Ja. Rauchen Sie Crack? Nee, aber Barkley raucht Crack. Barkley? Ja. Was ist denn jetzt mit meiner Knarre? Guck mal, was ich gefunden habe. Soll ich den Laden überfallen? Nee, nicht den hier. Dann hol mir die Kohle für die Felgen wieder. Chef, bist du im Handschuhfach? Wer ist im Handschuhfach? Du. Sie. Also, Peter, bist du gleich am Gelenk? Ein bisschen, warte. Kam eine Bombe rein. Nein, nein, nein. Nee, ich habe mir da gerade was angeguckt. So, da... Ich habe mir da gerade was angeguckt, wo jemand ein Auto weggepittet hat. Ach so. Oh. Wer hat den Auto weggepittet? Weiß ich auch nicht. War irgendwie so ein Toxik. Ich habe meinen Chef beschützt. Wo? Wann? Vorhin. Hallo? Oh, geil. Oh, ja, stimmt. Ich erinnere mich. Das hätte ich ja zu gerne gesehen. Mit eigenen Augen. Ja. Ja. Dann frag mal die Mieterfrau Gamin. Die hat das bestimmt gesehen. Kennst du schon die neue arabische Familie, die unterwegs ist? Welche? Die Abussees. Der Uchi heißt Admin. Admin Abusse. Oh Gott. Der trinkt immer Texas Energy, ne? Oh Gott. Ja, ich höre zu. Nur der Erdi-Boy fängt den Vogel. Oder den Wurm. Hast du die Polizier gerade bei mir oder was? Ja, nur der frühe Vogel fängt den Wurm. So war das. Was für eine Polizier? Da hat es kurz gekickt. Was knistert denn hier so? Okay, pass auf. Ich erzähle dir die Geschichte. Du lässt dir aber nichts anmerken. Und wir überlegen uns gerade, wie wir das regeln. Ich wurde von der Border Patrol verfolgt. Und Ronny und Peanut haben die Border Patrol aus ihrem Leben gepittet. Und mir dann mit den Arsch gerettet. Das haben wir Felgen bekommen. Ich voller. Ja. Kuschelig, du Pisser. Hast du dir irgendeine Idee, wir wollen uns doch jetzt rausretten? Wer bin ich? Auf was für Tische haben die gesagt, dass es mit Absicht gemacht wurde? Sonst klären wir es halt auf, sonst haben wir den Schaden. Fertig. Sagen wir mal einfach drei. Ich nehme die Schuld auf mich. Also die sind wirklich nicht speziell. Die waren mit Cap01 unterwegs. Wir sind die Number. Wir sind Number Uno. Unlos. Okay. Ich weiß nicht, ob du mit mir redest oder ob du mit wem anders redest oder ob du ein Rätsel redest. Das ist einfach nur für die Polizier. Wie kannst du eigentlich telefonieren ohne ein Herz halt im Ohr? Bist du wieder Uri Teller? Ich ja. Yo, yo. Was ist der Teufel? Wurz du getasert? Nein, 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 nein. Ja, so ich gemacht beim Tesert. Äh, ja. Wollen wir. Bis gleich. Bye, have a great time. Pass auf, wir lassen das Taxi jetzt mal hier stehen. Nein. Doch, weil die Border Patrol ist gerade oben beim Taxi und die wollen jetzt, dass alle Taxifahrer herkommen. Die wollen wissen, wer das war. Wir müssen uns mal kurz überlegen, wo wir ein anderes Auto herkriegen, mit dem wir dann da hinfahren. Ja, wir fahren mit deinem hoch. Ja, das heißt ja, das ist ja das, was sie verfolgt haben. Steigt ein, ich hab ne Idee. Ich hab... Oh nein, mein Auto ist im Taxi. Yo, ein neues Auto kommt auf der Barstelle. Ich hab auch Autos. Ich hab ein Auto im Pack aus Sex. Gesundheit. Das war der Sitz. Ich hab ne Waffe dabei, ne? Die normale ist ja legal. Ich kann von rechts pushen, Chef. Du bist mein bester Freund. Ja, du bist mein bester Freund. Und Alejandro ist mein Messer Freund. Alejandro. 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 Aber der Chef telefoniert, ne? Scheiße. Ich telefoniere, ja. Aber ich kann nicht zu Hause jetzt stürzen. Rippdi, ripp. Pass auf, ich weiß was, wir fahren jetzt einmal zur Verwahrstelle und ich hab euch bei Auftrag mit... Hör schon? Ich hör dich ja. Ich hab euch bei Auftrag mit mir zusammen die Limos zu holen, dann haben wir ne perfekte Ausrede, warum wir das alle nicht waren. Limo? Was geht? Und ich hab wieder die Punkten, okay? Ich war grad mit Pilat und Ronny rum, die haben eben, als ich Border Patrol mich verfolgt hat, haben die mit ihrem Taxi die Border Patrol noch gelegen gebildet. Oh oh. Was ist denn hier los? Das waren wir nicht. Nee, grad nicht, glaube ich. Kettenreaktion. Ja, die Asis waren da. Nee, ja. Oh man. Willkommen in der Welt des Pilis, so ging's mir auch damals. Mehrfach. Aber Chef, warum musst du verfolgt, hast du am Kinderspielplatz gehalten? Ich war... Ja, aber was, was soll ich den Anfang organisieren oder soll ich irgendwo in den Sack gehen? Ja, stimmt. Äh, ich kann leider mal kurz rumtelefonen. Ich muss... Das Problem ist, ich muss gerade irgendwie zum Taxi kommen, weil die Border Patrol gerade jeden Taxifahrer da hinzutiert hat. Weil die zwei Taxi, also Ronny und Peanut, haben grad für mich ne Border Patrol aus dem Leben gebildet, damit ich da wegkomme. Ähm, ja. Geh nie ab. Äh. Äh. Bin ich? Warte mal, hier ist grad übelst die Ballerei. Äh, ich ruf zurück den Empfang. Äh, Richtung Metro. Bin ich besser. Oh, ich beschütz dein Leben. Äh, okay. Ich beschütz dein Leben, Chef. Ja, unter der Verwahrstelle 6008. Ich auch. Ich hab grad geballert, aber da ist auch die Polizei ist da. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich hab ein Messer. Ich hab die Stellung, Pinsel. Ich hör nur wo die Schlüssel unten. Ich mach die weg, die Schweine. Die Zeit fährt ja auch um. Ich weiß nicht, wer das ist. Warte mal, ich steig mal ein, Leute. Wir gucken mal eben kurz. Nein, wir können ja nicht hinfahren. Wenn jetzt hier ja gleich einer von rechts pusht, ne? Dann geb ich dem Aufkante mit Flick. Die riecht neus auf. Oh, da kommt, oh, oh. Oh. Labelnd. Labelnd. Die fahren da auch nicht hin, ne? Nee. Wir verstecken uns hier noch. Ja. Das hört sich aber komisch an. Ganz anders als wie in dem Film. Hier irgendwo in der Nähe ist doch auch ein Waffenshop. Meinst du, da schießen die? Ich weiß nicht. Hallo, Tara. Oh. Niederes Volk. Nach hinten. Ich sitz vorne. Ab heute bin ich Security. Hallo, können Sie mich hören? Ja, wir können schon, Pinsel. Schaff, wir sollten da nicht hinfahren. Ich hoffe, weiterhören Sie voll rein, ne? Oh, das ist auch ein Taxi. Äh, sorry. Ich glaube, es sind die Maxis, die da rumballern könnten. Ich sehe nämlich eine schwarze Limo. Eine schwarze Patriot Limo. Die haben nämlich auf jeden Fall eine. Ich weiß nicht, wer noch eine hat. Diese Anwaltleute haben auch noch eine. Ist schon vorbei, die wissen, dass die Taxi-Mafia kommt. Ne, links von uns ist das. Auf dem Hinterhof da. Stimmend auf dem Hinterhof ist das. Bei Cypressel. Chef, soll ich da reinpushen? Du willst da reinpushen? Soll ich deine Ehre verteidigen? Oh mein Gott. Ich will um. Das ist hier bei 6008 definitiv auf dem Hinterhof. Da oben ist Polizei, steht da. Da oben noch alles. Komm, fahren da hin. Okay. Ich hab Angst. Okay. Reiß dich zusammen, Peanut. Reiß dich zusammen. Ja, wer ballert denn da rum? Weiß ich nicht. Das ist oben auf der Brücke, oder? Kann auch sein. Ich check's nicht. Bestimmt wieder die Asozialen. Ombrolar. 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 Und wir fahren jetzt zum Taxi-Hauptkvarter. Ja. Wir haben die Limo gehörte und wo? Einer Förvarstelle. Förvarstelle. Okay, und ich bin nicht im Dienst. Pinsel, geht's dir gut? Pinsel? Ronny? Ich glaube, der hat die Champagnerflasche in der Hand. Ronny, nimm mir die Champagner aus der Hand. Pinsel. Peanut, kannst du mit ihm klar aufhören, oder nee? Was, kann ich unten nehmen? Die Waffe. Meine Fäuste? Nee, die Pistole, die du gerade in der Hand hattest. Hab ich eine? Oder hab ich keine? Nee, du hast eine. 70% der befreitenden Leute haben gesagt, krieg ich eine Geheizerhöhung? Ich hab dir deine Fängen bezahlt. Ich hab dir das Leben gerettet. Ja gut, ich hätte auch einmal sagen können, ja, tut mir leid, Herr Officer, dass ich zu schnell war. Das ist keine Waffe, das ist nur mein Mittelfinger. Ich halte mich in Zukunft an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Gar nix. Du hast Freifahrtschein. Ich klär das. Ach du. Platz doch. Alla, was ist denn hier schon wieder für eine Party, Alla? Habt mir schon wieder los. Der Tommy wieder bestimmt. Auspuff geklaut. Wapp. Ich darf mich verdächtig auch. Ich bin gerade angekommen mit der Limo. Was ist denn hier schon wieder los für eine Action, Alla? Was habt ihr schon wieder gemacht? Du. Warum ich? Ich weiß nicht. Lass uns mal gerade reingehen. Genau, wollen wir gerade sagen. Aber nicht alle. Unter einer verwarschenen E-Beziehung. Die Herren, gehen Sie mal mit den Chefs damit. Hat uns ein bisschen aufgeholt. So. Binat. Binat. Ich hab nichts gemacht. Ey, nee, wir wollen Derby. Tommy, komm, wir fahren Derby. Scheiß nicht auf. Hä, das ist einfach mal wichtig. Binat, komm mal mit. Ja. Ja, oder so. Äh, grüß euch. Du, ihr seid im Taxi gefahren, ne? Ja, wir haben den Chef gerettet. Ja, habt ihr irgendein, komm mal mit. Habt ihr irgendein Polizeiauto weggerammt? Hm, wir haben dem Angst gemacht. Der hat einen Unfall gebaut. Okay, das geht nach Schitz. Wir haben schon eine Ausrede. Okay, habt eine Ausrede? Okay, gut, dann. Ja, wir haben einfach gesagt, deshalb soll ich mich in die Klappe halten. Wir sagen, wir waren das nicht. Okay. Nein, 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 nein. Wie viele Leute stehen hier? So, dann, äh, warte mal. Sag dem Tommy Bescheid. 1, 2, 3, 4, 5 mit Tommy. Geh mal rein, ja? Jetzt sind wir nur noch vier. Ja? Nichts sagen, der Chef weiß davon. Nein. Wir haben den Chef sein Leben gerettet. Hä? Hast du Scheiße gebaut? Nö. Ich hab den... Wem kann man hier vertrauen? Ja. Aber die anderen... Ey, ey, was los, Peanut? Der Holin da ist, Freund. Und der andere? Ja. Weiß nicht. Ey, Peanut. Ja, Tommy gehört auch zu uns, ey? Ja, ich weiß. Ich weiß er doch. Ach so. Tommy ist auch mein Kumpel. Der Chef weiß auf jeden Fall Bescheid. Ja, das war auch so verwirrt. Wir wollen nur die Limo holen, sonst haben wir nichts getan. Oh, wo ist dein Alter? Die ist im Hotel. Dass der sauer ist, aber dass er da jetzt wirklich so hart durchgreift hat. Hat die dich doch voll gefressen? Ne, die guckt heute Desperate Housewives. Ey, was ist eigentlich mit die Polizist? Hat die Stock im Arsch oder was? Ich bin der Gärtner. Hey, Tommy. Wie, bist du Aragon? Ich bin der Gärtner von der Desperate Housewives da. Welcher Gärtner? Ich kenne die hier. Von der Eva Longoria. Eva Longoria? Ja. Ich kenne das nicht. Ich auch nicht. Ich kenne nur die Alte. Sollen wir die Kopf breittern? Ey, die müssen mir nur, ey, die wollen, die sagen, ja, die nehmen wir den Führerschein weg. Ich bin gut im Hohen. Wem wollen die den Führerschein wegnehmen? Ja, der fährt nie wie der Taxi, bla bla, voll aggressiv, die Penner da drin. Haben die gesagt, da? Ach, die Lutscher da drin, da. Einer von den beiden. Polizei. Der eine war normal und die andere war voll die aggressive, ey. Voll Penner. Wahrscheinlich wieder jemand, der was gegen das Taxi hat. Ja, was soll die? Die sollen uns doch bestimmt nur was anhängen. Ja, ja. Wir sind alle kriminell und so. Gar nicht, ich bin nicht. Nee, aber ich meine, sage die ja. So, so tue die aber. Holländer. Ja. Wenn die den Chef verhaften, ja, meinst du? Oh, mach da weg, mach weg. Nein. Aber klopp. Die dürfen den Chef nicht machen. Nein, auf jetzt. Warum? Nein, nein, kannst du es machen. Okay. Glück gehabt. Da kommt die Chef. Weißt du, was du machen musst? Spucken. Nein. Du musst das richtig machen. Verhauen. Mit der Rohrzange. Und, Chef? Ja, das dauert. Ja, wir müssen das machen. Guck mal, wann die Chef seine Stimme wiederkriegt hier. Die ist ab und schlug ein bisschen nachlos. Wie, wann der seine Stimme wiederkriegt. Ja, ja. Mann, dann halt nicht schlaupt das. Peanut. Ja. Ja, guck. Aber zu hart er das macht. Ich wissen, dass ihr das wart. Ja, soll ich zugeben? Ja, müsst ihr halt sagen, das war aus Versehen, keine Ahnung, oder ever. Aber ich hab die nicht gerammt. Er hat gesagt, es war kalt aus Versehen, das war definitiv, keine Ahnung, musst du... Mann, der kann meinen Fuß lutschen, der soll die Schnauze halten. Ja, dann musst du ihm das erklärt. Aber ich bin frech, ne? Also, irgendwer hat wohl gesagt, ich weiß nicht wer genau, aber irgendwer hat wohl gesagt, das waren Peanut und Ronny. Ja, und wer sagt, halt aber keine Sohne, nee, die sollen Schnauze halten. Ja, dann komm mit, erklär dir das. Warte, warte, Chef, guck mal her. Ja, was denn? Warte, ich muss erst dann... Nimm das, okay? Ja, mach. 17.000. Komm, schau dir das. Ja, kriegst du. Boah, ich hasse die so sehr, ne? Egal. Hallo? 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 Ist egal, wer das gesagt hat, scheiß drauf. Aber man merkt, wie Matti sind, nur weil die den nicht anhalten konnten. Mimimi. Ja? Hallo? Ah, ein Wunderschön. Hallo? Herr Smolz, Sie sind heute schon Taxi gefahren? Ja. Was für ein Taxi? Ist das eine Fangfrage? Nein, es gibt ja mehrere Taxi. Wie soll es sonst aussehen? Ja, was für ein Fahrzeugtyp. Das weiß ich doch nicht. War das alt? Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung von Autos. Ja, knicker mit, was denn im Auto ist er gefahren? Äh, Moment. Das ist 01. In der schlauen Liste. Das Cap 01? Ja, dann Cap 01. Dann ein älteres, ja. Also, Herr Smolz, Sie stehen ja hier jetzt gerade, ich weiß nicht, Sie sind ja mit der Limo angekommen. Wann haben Sie ihn aufgehört, Taxi zu fahren heute? Wann haben Sie die Schicht beendet? Boah. Weiß ich nicht. Guck nicht auf Uhr. Außerdem bin ich immer nur im Dienst. Ich habe meine Schicht gar nicht beendet. Ernst Peter, wann haben Sie ihn eingesammelt? Ich habe ihn eingesammelt. Die Erschaffen haben mich zur Verwahrstelle gefahren. Um was geht es denn? Äh, um... Um diesen Unfall da? Waren Sie das? Was war ich? Ob Sie an diesem Unfall beteiligt waren? Ich bin da auch vorbeigefahren und habe das gesehen. Aus welcher Perspektive? Im Rückkehrsspiegel. Erzählen Sie doch mal genau. Einfach von Anfang an. Sagen Sie mir doch erst mal, was Sie von mir wollen. So, hä? Sie sind gerade Tatverdächtiger. Ja. Das gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr und der Strafvereitelung, weil Sie bei einer Verfolgungsjagd, der Polizei, das Polizeifahrzeug von der Straße gerammt haben und dann einfach vom Tatort geflüchtet sind. Ja, habe ich nicht. Haben Sie nicht? Nee, ich habe niemanden gerammt. Aber Sie wollten doch gerade was erzählen von diesem Unfall. Ja, ich habe gesehen, dass so ein Auto hinter mir gefahren ist. Und dann voll in so ein Dings eingeknallt ist. Aber ich hatte keine Zeit. Ich kriege neue Felgen. Also Sie wollen mir sagen, hinter Ihnen ist ein Fahrzeug verunfallt und Sie sind weitergefahren, weil Sie neue Felgen bekommen. Naja, ob es verunfallt ist, weiß ich nicht. Das ist in so einen Fahrradständer reingefahren. Sie reden gerade von einem Unfall. Die ganze Zeit reden Sie von einem Unfall. Was drehen Sie so von oben herunter auf mich? Wer sind Sie überhaupt? Mein Name ist Lieutenant Ryan Wilder. Ja, dann zeigen Sie mir erst mal Ihren Ausweis. Bitteschön. Ja, wo? Und zeigen Sie mal ein bisschen Menschlichkeit. Sie sind nichts Besseres, nur weil Sie eine Marke haben. Das habe ich nie gesagt. Ja doch, aber Sie reden so. Ich rede so. Sie sind die Polizei, dann sagen Sie mir doch, was Sie von mir wollen. Ich möchte wissen, was da genau passiert ist, aus Ihrer Sicht. Ich kann Ihnen sagen, was aus meiner Sicht passiert ist. Und dafür werden Sie auch zur Rechenschaft gezogen. Ja, merkst du selber hoffentlich, was du gerade erzählst, ne? Aus deiner Sicht, du Knallkopf. Also wollen Sie mir sagen, das war... Wollen Sie mir gerade erzählen, dass ich einen Unfall verursacht habe oder einen Unfall gebaut habe? Dann können wir zu der Werkstatt fahren, wo mein Taxi steht. Mal gucken, ob mein Auto schrott ist. Weil das ist nämlich aus meiner Sicht. Du Knallkopf, du. Und diesen Unfall haben Sie gesehen und sind einfach weitergefahren? Ja, das war kein so ein Unfall, das man anhalten hätte müssen. Okay. Das Fahrzeug ist in so ein Fahrradständer reingefahren. Und wo war das genau? Da in diesem Kumpf. Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wie die Straße heißt. Am Waffenladen? Ja, da in der Nähe, glaube ich. Gut, haben Sie noch einmal Ihren Ausweis? Jo. Da. Und da war ein Unfall, und da saßen Sie drinnen. Mhm. Dafür, dass Sie einen Unfall gebaut haben, sind Sie aber nicht verletzt. Alles klar. Haben Sie Ihren Ausweis wieder? Schön Abend. Da würde ich auch nicht diskutieren. Nee, das ist ein Brüche. Da bin ich selber. Kommst du, Schmidli? Ja, ihr müsstet uns. Genau. Dankeschön. Ist erledigt. Ja, ja, nee. Alles gut. Besser ist. Aus meiner Sicht, Nate. Boah, Junge. Wartet. 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 Schwergen für den Herzunfall gebaut. Stehen aber hier und bauen sich auf. Wartet. Und drehen auf einen runter. Wartet. Jetzt. Was war das? Also, Chef, ich hab wirklich niemanden gepittet, ne? Ich hab nur geschnitten. Also, aus meiner Sicht, Peter. Du kriegst gleich deine Sicht. Peter, du hättest du machen sollen. Ich hab keinen gepittet. Peter, das hättest du machen sollen wie der Lowly Gentleman-Typ von letztens. Ich kam aus der Seitenstraße, hab mich weggepittet. Mein Auto hat sich sechsmal überschlagen. Er fährt zu mir und sagt, nee, fahren Sie weiter, fahren Sie weiter. Warte an sich. Ich bin nur noch längst rübergezogen und hab den quasi im Weg abgeschnitten. Vielleicht ein ganz kleines bisschen. Aber nicht gepittet, gepittet so. Wie der Sheriff das macht. Und dann stehen die, bauen sich auf und tun so Verkehrsunfall. Aber keiner ist verletzt. Wieso mal die beim Krankenhaus gehen? Ja, aber du weißt doch mal, wie herablassend der, ja, das, dann zeig ich mir mit dem Finger aufs Taxi, ich mach euch den ganzen Laden dicht. Das hat er gesagt. Ja, ja, derjenige, der gefahren ist, der wird nie wieder ein Taxi fahren. Ja, ja, ja. Also ein richtiger... Er wollte den Laden dicht machen. Er wollte dafür sorgen, dass die Person, die das gewesen ist, nie wieder Taxi fährt, nie wieder einen Job bekommt. Soll die Klappe halten. Das muss ein heftiger Kopf sein, wenn der sowas kann. Aber hast ja gesehen, ging ja jetzt schnell. Mein Auto hat nicht einen Kratzer, es muss nicht repariert werden, gar nichts. Die Dings haben nichts gesagt in der Werkstatt. Aber aus seiner Sicht... Boah, heizt mal, Leute, wenn ich das schon höre, Junge. Sollte mir leid, Chef, mach ich nie wieder dir das Leben Dings retten. Alles gut. Du, du, du und so, ne? Ich bin halt extra rechts und dann legen sie sich mit extra nach Gassen gefahren. Okay, die verfolgen mich wahrscheinlich. Und dann waren sie auf einmal weg und ich denk mir, hä, wo sind sie hin? Aber die können doch nicht ein Ernstes hier auftauchen und uns erzählen, großer, mächtiger Unfall. Ich hab ja gesagt, das war kein Unfall, wo man anhalten hätte müssen, weil die sind ja auch nicht verletzt. Ja, dann wollten sie die Karte, ja, die haben sie vom Unfallort entfernt. Ja, und, aber die waren doch nicht so... Oft hab ich schon schweren Unfall gehabt und die Polizei ist auch an mir vorbeigefallen. Aber das ist doch keine unterlassene Hilfeleistung, wenn es denen gut geht. Ja. Hä? Warum soll ich da helfen? Denen geht's doch gut, die stehen doch hier. Ja. Die waren doch nicht im Krankenhaus, gar nicht. Mhm. Aber hat er dann am Ende selbst gemerkt. Erst hab ich's dann noch verpisst. Ja, aber du hättest ihn mal am Anfang hören müssen. Soll ich da eine leckere Suppe essen. Wie hieß der Typ denn? Zufällig Baker. Nee, der hat doch den Namen eben gesagt. Knickers. Ja, das ist gemein. Knickers hief der. Was? Snickers? Nee. Nee, das war Wilna und Schmidt. Wilma? Wilna, ja. Wilma? Ja, der Wilma... Ich fahr doof aus, aber ich kenn meinen Richter. Lass mir ran da, denn die Wilja. Kennst du auch deine Linke? Ja, das ist Twinkie. Aber die kommt jetzt im Einsatz, die ist faul. Bekommen wir jetzt Ärger? Ja. Oder einen Teller Suppe? Oh Gott, hast du schon wieder Hunger? Ja, ich hab heute noch nicht so viel gegessen. Ach so, apropos. Und Pinsel ist auch schon wieder weg. Hans? Der hört schon wieder nicht mehr zu. Ja, dann geht mal alle aufs Seite. Nehmen Abstand, nehmen Abstand. Ich hör zu. Fahr doch fort, Mensch. Verdammt, ich hab zu lange gebraucht. Ich hab mit dem Hardy gesprochen, der Taco-Wenn ist leer. Der sagt, der kümmert sich... Ja, Hardy hat da auch nichts mehr mit zu tun. Ja, der P. P macht das, ja, ja. Ich hab den eingespeichert. P wie Paula. Aber der sagt, der macht andere Konditionen jetzt, ne? Ja, hab ich schon alles ausgerufen. Hast du schon ausgerufen. Okay, wann macht er den Wagen wieder voll? Hoffentlich heute. Okay, gut. Ich komm da drauf, wenn ich ihn weggehe. Ja, richtig, Schnitt auf. Ich hab mich jetzt auch grad ein bisschen... Es tut mir leid, dass ich das W-Wort gesagt habe, ja? Was war welches W-Wort? Wixer. Wixer. Zu wem? Zu dem Polizisten. Ach so. Ja, war das zu viel? Der wollte uns nur was anhängen. Ja, war das zu viel, das W-Wort? Nee, ne? Weiß nicht. Hast du Wixer gesagt? Ja. Wixer? Aber wie frech der war, ne? Ich mach euch den Laden dicht. Ja, wir wollen erstmal einen Wagen wieder haben. Frage, wann machst du die Vans voll? Wann hast du Zeit? Okay. Wo ist denn jetzt der Ronny eigentlich? Warum hat der Haare den nicht mehr? Der sitzt in der Limo noch, glaub ich. So. Tschüss, Leute. Tschüss. Der hat bestimmt Angst, deswegen kommt der nicht. Okay, war dumm, was ich getan hab, aber ich hab niemanden gepittet. Außer muss ich Chef retten. Ich brauchte Felgen. Irr. Irr, glaub. Sie sagen mir also, sie sind vom Unfallort weggefahren, weil sie neue Felgen brauchten? Ja, ja, Unfallort. Und steht hier. Hätte ich das mitgekriegen, wäre ich gar nicht erst hergekommen. Steht hier. Unfallort. Aber steht hier, als käme ich gerade aus dem Sohnstudio. Ja. Aha. Knallgubb. Wo ist der Pinsel? Aber warum hat er es denn eben nicht gesagt, von wegen er macht uns den Laden nicht, was er sich als ich hier war? Hm, komisch. Weiß ich nicht. Wenn ich gesagt, können Sie den Laden verlassen, kommen Sie gerne mit dem Anwalt, schatten und bald wieder ist mir scheißegal, verpissen Sie sich. Und der Pinsel hat mir gesagt, die haben gar nichts in der Stadt. So eine Art und Weise habe ich gar keinen Bock. Oder, bitte schau. Ja, die fahren nur in der Wüste rum. Grüße. Keine Ahnung, was wir hier machen. Jutta? Ja, wann geht's los? Stimmt's denn, sie, ne? Ach, egal. Ja, es ist auch in 26. Ja, als sollte es vor sechs Minuten losgehen. Also die Aspos stehen alle im Park aus 14. Warte mal, ist das die Jutta? Boah, Pinsel, du rupf. Die lebt noch? Ich dachte, die ist schon dort. Am Öfern hattest du gesagt, oder nicht? Eigentlich dürfen wir das nicht machen, ne? Danke, du bist so, du wie, zaps und zaps. Knutschig, Kugel, knutschig. Ja, doch geklärt? Haben wir Russland geklärt, ja. Russland? Ja. Äh, was? Hä? Was? Ja, geklärt. Was geklärt? Wir dachten, wir haben das wieder machen dürfen. Ja, aber ich denke, die Polizei hat gesagt, da muss eine Woche im Fuß. Nein, die haben wir ihm zugesagt. Du bist einfach abgehauen, du Penner. Ja, aber ich... Genau, du Penner. Ja. Ja, du Penner. Danke. Und schrei deinen Sohn nicht so an. Hä? Die Tonnen. Was ist denn denn mein Sohn? Na klar ist das mein Sohn. Ja, was die Heck? Der hat dir doch die 1000 Mark geklaut aus dem Schmuckkestchen. Ja, also. Ja, die waren eigentlich schon in den Orgenhöfer. Die Rendite hat er dir geklaut. Für die Kisten Rammstoffe. Ja, nur weil er Durst hat. Es ist nur... 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 Wo ist die Rendite? Aber fass dich an du es ja. Dann trinke ich gleich Milch. Was? Ja? Entschuldigung, sag was. Was wolltest du dir sagen, Peanut? Weiß nicht mehr vergessen. Ich habe Hunger. Komm. Komm, Peanut. Hey. Hey, warum? Kommando Pimperle. Okay, alle. Okay. Let's go. Kommando Kamp. Kommando Flach. Kommando Rutsch. Kommando Flach. Kommando Pause. Kommando Rutsch. Kommando Rutsch. Kommando Rutsch. Und auf. Alles für den Dackel. Alles für den Club. Unser Leben für den Hund. Unser Leben für den Hund. Äh, äh, Mieti. Ich habe doch gesagt, du sollst auf uns warten und nicht auf den LKW. So, ich muss mein Taxi gleich ab und dem Chef soll mich mal da hinfragen. Ich brauche meine Felgen. Was wollten die dir jetzt anhängen, ey, da, die Penners? Die sind dem Chef hinterher gefahren und ich habe dir so ein bisschen windschnittig geschnitten. Windschnittig? Und dann sind die voll in so ein Fahrradding reingeknallt. Aber stehen mit dem Auto, wo mit dem Unfall passiert ist hier. Und wollten mir anhängen, dass ich mich vom Unfallort, ähm, dass ich da abgehauen bin, unterlassene Hilfeleistung und so. Ja, die Penners, wenn die nicht richtig fahren können, müssen die nochmal zur Schule gehen. Ja, eben. Lernen die keine Manöver zum Ausweichen eines Vehikels? Ja, die nicht. Aber was für eine Trainingsschule wollen die? Ich habe seit fünf Tagen meinen Führerschein und ziehe die ab. Hey, hey, hey. Und ich habe meinen Führerschein vom Flughafen. Und verbessere ich sie. Ja, aber wahrscheinlich... Aber wahrscheinlich ist es, ey, Fina, dass man bei denen aus dem Flughafen tauscht. So blöder Hund. Oh, shit. Könnt ihr nicht mal so einen Dick verfolgen, der mit seinem Bauch lenkt? Ja, ich weiß ja nicht, wo die den her haben, aber irgendwo, ich weiß es nicht, der muss in Ablauf sein. Rollstuhlscheine gelten nicht, hä? Ich glaube, ich bezweifle, dass sie einen Flughafen haben. Weißt du nicht? Doch. Die haben sogar letztes Mal unser Auto abgeschleppt, obwohl Twinkie sich immer 15 Minuten Zeit nimmt zum Parken, damit es vernünftig ist. Haben die abgeschleppt wegen Falschparken. Ja, manche, weißt du, deswegen haben wir ja vorhin gesagt, dass manche von denen da, die müsste normalerweise selber da hier weg aus dem Verkehr gezogen werden. Wir waren letztes Mal beim Sheriff und dann hat einer da gerufen, der vom Bürgerlachen, der Typ, irgendwie so, ihr seid abschaumt, kein Wunder, dass sie euch alle hassen. Chinat, vielleicht fährst du mit den Cops einfach mal zum Flughafen, vielleicht kriegen die auch mal einen Führerschein. Die sollten mal lieber bei dem Herrn Jutta sein Crash-Derby mitmachen. Da habe ich auch gelernt zu fahren. Herr Jutta. Ja, ey, geht jetzt gleich los, hä? Crash-Derby. Ja, aber ich wollte noch Pinsel. Ja. Der ist ihm so das Leitstentel. Ja, hör zu, hör zu. Nein, nein, Pinsel steht dahinter auf der Straße und hat derbste Probleme. Was sagt der? Das weiß ich auch, aber... Jetzt erklär mir mal, was der hat. Genau, Herr Lander, hör mal. Und kommen wir jetzt nicht mit dem Fahrzeugmenü. Akute Totenstarre. Akute Totenstarre. Hat der einen Frosch im Hals. Der hat nicht nur einen Frosch im Hals, der ist auch steif wie ein Besenstiel. Kannst du da hinten in die Schnauze hauen. Ja, der stief ihn anbremst, du Penner. Also ist der richtig geil da hinten, oder was? Ja, guck doch mal mit, steht er noch. Komm, wir gehen in den Ärgern. Komm. Wo ist der? Ich bringe mir das Gefühl, dass gleich anfängt zu gewittern. Ja. Kamera dutsch. Okay, ist weg. Was? Ist weg. Ach du Scheiße. Der hat da hinten auf der Straße gestanden. Der hat da hinten auf der Straße gestanden. Der hat da rausgemacht. Das ist noch nicht. Wie ist der Chef jetzt hin? Weiß ich nicht. Boah, ich muss so in mein Taxi. Das ist doch kein Problem, wo musst du hinführen so? Ja, unten ist unsere Werkstatt. Vom Taxi. Ja, komm, steig ein. Komm, wo ist dein Amt wohl noch? Ja, hier. Wo ist der? Rücken ist nötig. Nö, können wir gucken. Hey, Tommy, wir treffen uns im Ölfield. Pack aus 14 in der Nähe. Ah, ich weiß nicht. Komm mit. Komm, scheißegal. Mann, mach die Karre auf. Komm, Knicker. Ja, steig ein. Willst du nicht mit? Da kommt Knicker mit. Okay. Ich komm mit. Knicker leuchtet dein Stab. Ab und an mal. Wenn man den zu schnell knickt, dann wird der blau. Hast du dich schon mal ganz ruhig in so einem Wassertümpel gestellt und gewartet, bis jemand angebissen hat? Hey, Peanut, wo musst du hin? Unten ist unsere Werkstatt von Taxi, wo wir repräsentieren. Verpackt mit, wenn du nicht mehr los kannst. Verpackt mit. spotted ich mal Gas hier? Was ist mit dir los? Ähm, fahr doch vorbei. Irgendwo ist kein Problem. Spur ist ja breit genug. Du hast aber einen coolen Duftbaum hier hängen. Ja. Jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt auch einen super Duftbaum in meinem Auto. Hier links sind die reingefallen in diesen Fahrradständer-Ding. Oh, hallo Katie, du wunderschöner Engel. Ja, Katie, du wunderschöner Engel, wie ist es dir? Soll ich dir beim Flirten helfen? Ja, helf mir. Ja, sag, Willi, sag mal, oh, Katie, weißt du, was mir letztes Mal aufgefallen ist? Okay, weißt du, was mir letztes Mal aufgefallen ist? Deine Augen riechen so schön. Was? Deine Augen riechen so schön? Ja, genau. Ja. Ja, dein... Ja. Ja, was machst du, Katie? Und wenn dein Doppelkind schwitzt? Ja, ich will. Ja, ich will. Ja, ich will. Ach das. Krieg grad... Ja, was ist denn, Katie? Ja, was ist denn, Katie? Ist der Crash bei dir? Ja. Wo ist mein Schlüssel? Ja, siehste. Wo ist dich direkt? Ja, siehste. Hallo. Hallo. Ist mein Taxi schon fertig? Englisch, Motherfucker. Do you speak it? Anscheinend nicht. Direkt weggekommen. Genau? Ja, ich will nicht. Die dachte ich mir so... Fuck this, chill in my mouth. Hallo? Oh, sie ist wieder da. Next try! Ola, ola, qui passa? Por favor, no shitting in the yard. Ich wollte mein Taxi abholen. Ja, ich hab den Schlüssel schon geholt. Oh, super, super. Bitte sehr. Danke, ein paar Heiper. Ist schon fahrbereit? Ja. Super. Wenn die Räder abfliegen, machst du es nicht? Nee, es rät nichts ab. Okay. Ja, wenn doch, dann merkst du es ja. Ja. Jedesstens dann, wenn es passiert. Dann fahr ich auf Helge. Easy. Ah, kein Ding. Drop it like a sword. Okay, ich muss arbeiten. Bye, have a good time. Why are you laughing? Nimm mich mal mit. Nö. Bitte. Okay. Ich hab bitte gesagt, ich bin dein Chef. Du bist mein Chef. Ich brauch nur für dunkel zu spiegeln. Was ist mit unserem Auto? So ein Holländer. Guckt euch meine Felgen an. Boah. Habt ihr die gesehen gerade? Ja. Voll geil. Und das Pull ist auch wieder voll. Hör mich auch auf dich, Katie, du wundervolles. Ich hab Turbulader verbaut. Okay, ich pass schon auf. Katie, ich hab dich lieb. Mach's gut. Katie Perry. Nee, Katie Price. Boah. Surprise, motherfucker. Die will mich auf jeden Fall. Meinst du? Ja, auf jeden. Boah. Ich hab ne gute Polaroid. Ich kann Filme machen. Ja, mach das. Die will mit mir nackt baden gehen. Ja, ich mach eine Aufnahme. Ja, aber nicht von mir, bitte. Ich hab keinen haarigen Rücken. Der Knicker rasiert mir den. Wat? Ja. Oh, ich hätt' ich das nicht sagen dürfen. Ja, aber nur sonntags. Äh, ich wünsch' dich. Okay. Hat wieder einer repariert von dem Stadtwerk. Tick hier. Die sind verdammt schnell, ne? Ja, ja. Fisch. Hallo. Du musst auch sprechen, ne? Wenn du am Telefon bist. Okay. Dann nicht. Ich hab keinen Bock auf dich. Achso, warte mal. Der Chef ist im Motto. Was ist dein Chef? Ich drifte meistens. Ja, mach doch. Ja. Deja vu. Was ist das denn? Das ist mein Turbolader. Also. Krum. Krum bum bum. Was ist das denn? War das die Jutta? Ne. Nee, man kann das Taxi nicht hier und hier. Darf man auch nicht. Oha. Was denn? Oh, wenn ich dich so vom Nahen anschaue, also mal so richtig betrachte. Du bist ja echt so ein Leckerchen, ne? Ja, im Auto zieh' ich immer meine Perücke ab. Ja, weil... Nee, ich hab mir selbst die Haare geschnitten. Geht mir mehr um deine Ohren. Die sind irgendwie so... Leck mal dran. Boah, die sind sehr salzig. Das ist die Twinkie-Rosky-Krieg-Wieder auf'm Arsch. Oh. Bisschen wie Schweinehörchen. Also, wenn Willi auf'm Arsch kriegt, dann gefällt ihm das immer, sagt er. Was ist denn mit den Häusern hier? Sind die schon verkauft? Wisst ihr da was? Äh... Keine Ahnung, du. Äh, pass auf, die... Das glaub ich nicht. Kannst du sogar hier... Kannst dich hinstellen, theoretisch. Oh, okay. Also, you claim that street fool? What? What? Wo ist der Pinsel, der Arsch? Weiß nicht. Achso, der hat die Leitstille. Der geht nicht dran, ne. Warum nicht? Ja, Ben? Wo fahren wir hin? Ben? Ben? Benni, die Benni, die Benni, die Benni, die Benni, die Benni, die Benni. Weiß ich nicht, aber wo sind eigentlich Theon-Karten? Unser Hetz schlägt für der FC Köln. Für der Eats-de-Club am Ring. Gänst du dat, Peanut? Jungs, habt ihr Hunger? Ich hab Hunger. Ja, fahr mal... Du hast immer Hunger. Ich hab was zu essen dabei, warte. Ich will was Frisches. Ja, ist doch frisch, Junge. Fisch, du Fisch. Kriste bei Jutta. Was ist das denn? Da kriegst du alle Fisch. Oh Gott, direkt daneben. Komm, wir fahren kurz zum Bürgerladen. Willi, kannst du Leitstelle-Dings machen? Äh... Hier kommt die Maus. Ne, muss nicht sein. Warum nicht? Das ist eine Leitstelle, oder was? Du bist eine Arbeit. Ja, komm, ich mach. Ja, okay. Gott, hier geht irgendwie nicht ins Gelungen. Ich kann nur kurz einen Milchshake holen. Das ist ein Milchshake holen? Ja. Ja. Das kenne ich auch. Das ist jetzt hier mein Taxi. Okay. Sagt wer? Ich. Okay. Da sind Felgen drauf. Ja. Willi. Ja. Magst du mal da vorne den Knopf drücken? Welchen? Genau den da. Oh mein Gott. Hey. Du Scheiße. Du hast auch... Willi, warum drückst du da drauf? Ich meinte den daneben. Ja. Jetzt sieht das aus wie Tuningkacke. Arschloch. Knicker. Was denn? Willi hat da drauf gedrückt. Hör auf damit. Ich hab gar nichts gemacht. Schluss, der Zier. Ich hab meine Tür aufgemacht. Kennst du das? Wir haben nix gemacht. Scheißt Tür. Hör doch mal auf. Durch das ganze hin und her war mir gut schlecht, ey. Haben wir noch Päbster? Keine mehr. Keine mehr. Gar keinen mehr. Deja vu. Boah, was ist denn hier schon wieder los? Da stehen Kriminelle. Das steht der Holländer. Boah, sucht euch doch mal Arbeit, Alter. Ey, warte mal. Ey, ey, stopp, stopp. Was ist los, Holländer? Schalom. Machen die Stress? Auto total schade. Der ist abgehoben. Der ist geflogen mit seinem Auto. Ich schwör. Der hat fliegende Holländer gemacht. Richtig, richtig gewesen. Geil. Das ist Ansichtssache, Jungs. Ich glaube, der Holländer hat Stress, Jungs. Ja? Ja. Habt ihr einen Schläger bei? Äh, nee, hab ich nicht dabei. Hab ich in meinem... Doch, ich hab die Taschenlampe dabei. Okay, wir schicken Knicker vor. Ja, okay, und dann? Okay. Dann schmeiß ich dich rein, Willi. Ja. Du drehst dich einen Kreis, wirbelwind. Ja. Und dann kegel ich alles weg. Also quasi, äh, hier so dieses... Mit der Taschenlampe, die nehm ich dann in der Masch. Ja. Hier so, wie nennt sich das, wenn man eigentlich... Klingelwirbel. Genau, und halt den Sheriff schon mal auf Kurzweil. Okay. Ist es warm, ja? Okay, okay. Ich sag euch eine Sache. Ich bin hungrig. Und ich hab keinen Bock auf Faxen. Lasst meinen Kollegen in Ruhe. Idioten. Namen zusammen. Pinsel? Ich hasse dieses Team-Speak so sehr, alter. Ich hasse es einfach nicht. Aber, aber er flie... Du musst es nur eingefildert oder... Holländer! Du musst noch einen Schickerei mitnehmen, oder? Du bist ja umgekehrt. Ach, du stressier. Ja, ja, Pinsel, das ist gut. Machen die Assozialken wieder Stress? Ey, ne, 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 die sind ganz nett. Ey, die sind ganz nett, Pinsel. Okay. Ja, ganz ruhig. Ich geb mir jetzt einen Milchshack holen. Ja, gib mal Milchshack holen. Du hast deinen Kopfrasier, Junge. Was willst du? Ich hab gesagt, geh, bevor ich deinen Kopfrasier. Meine Ken, soll ich dir mal in den Ohren ziehen und dich zu deiner Mutter schläppen? Komm her, eins gegen eins, jetzt, Velleme. Ich sag eins gegen eins. Ich hab fünf Minuten Kampf. Gib dir einen Fakt, den Tubo, heik dich immer in dein Gesicht, Velleme. Die schnauze. Schmeckt euch mal Arbeit. Das Parkverbot. Was? Was hab ich? Zwei Wochen langer, die Stadt mir. Lack, dreh dich schon, mir Miniek. Die Hunden, Alter. Ich hasse die. Boah, guckt euch die Felgen an. Pinsel. Der arme Typ hat schon wieder einen Crash. Die sehen mich schon und denken sich, nein, bitte nicht. Die stehen aus wie so Bode-Show-Puppen. Ich vermiss den Park nicht. Hi. Was geht, Meister? Ich... Durst. Durst. Okay, auf was denn? Milchshake, ja. Milchshake. Was für einen hättest du denn gerne? Was habt ihr denn für welche? Wir haben Cola, Vanille, Banane und Erdbeer. Kannst du mir einen Schoko und einen Erdbeer zusammen mischen? Und stoppen einen Burger rein? Äh, was für einen Burger denn? Ja, das ist mit Cheddar. Äh, ich kann dir einen Bacon-Burger fertig machen mit Extrakäse. Okay, das klingt gut. Alles gut? Ja. Alles gut. Alright, Meister fertig. Und wie geht's euch? Ja, nicht schlecht, ne? Und selber? Alles gut, alles gut. Mädchen, du musst nur was essen. Hey, Peanut. Warum? Wir hätten einen Takti-Auftrag. Hast du Bock? Nicht essen genug? Ja, okay. Kannst du mein Essen annehmen dann? Wir können auch... Oder kurz warten. Ja. War das Knicker? Bist im Handschuhfach? Ja, der ist bei mir hier. Immer doch. Wo ist denn der Auftrag? Bei 6.09. Was ist denn 6.09? Ja, das weiß ich doch nicht immer. 6.09. Das ist oben Weinwurz. Oder? Nein, 6.09? Äh. Nein, das ist Verwahrstelle. Der Ronny, wo soll der Ronny gleich hinkommen? Was? Ja. Weiß nicht. Der will sich mit Pina treffen. Ja, der geht ja nicht am Telefon, wenn ich den anrufe. Ich dachte, der will mein Freund. Ja. Der Pina, das ist traurig. Der hat gesagt, du gehst ja nicht ans Telefon, wenn er anruft. Ja, ich fahr da kurz hin. Ich soll dir sagen, es tut ihm leid. Ja, dann, ich ruf den gleich an. Ja, er ruft dich jetzt gleich an. Ich fahr kurz den Kunde holen. Okay. Ja, Entschuldigung. Du kannst aber erst dein Essen annehmen und dann fahren wir. Ich bin unterwegs. Ja, mein ich doch. Er sagt, du kriegst von dem ein Big Mac-Menü. Oh, ne Big Mac und ne Cola. Ja. Hi. Ey, Cody. Alle Augen, nimm dir. Hi. Hi. Jogi, ich hab dich noch nicht gesehen im Mettbein. Erst mal ne Runde tanzen. Hallo, hallo, hallo. Oh, hi. Oh, nee, nee. Hi. Knicker. Hi. Was geht? Mir wie immer. Magst du vielleicht mit den Herren vorlassen? Danke. Hallo. Also, ich wollte es bestellen. Danke dir, danke dir. Nein, nein. Ja, okay. Hi. Was ist denn? Na, damit der richtige Kunde das Essen hier... Aber ich dachte, du musst viel so ein bisschen. Ich dachte, das wäre voll cool. Na, komm mal, komm her. Habt ihr schon Actionfiguren? Äh, nee, leider noch nicht. Ich brauche noch was denn drauf rumkauen. Ich hab dir den Burger einfach mal auf den großen Milchsteig und den Strohhalm geballert, dann hast du das besser mit Essen. Dankeschön. Kein Ding. Costa Cuanta? Äh, 115 Dollar. Möchtest du mit Pater oder Barbezahn? Ja, bittschön. Ja. Okay, danke schon. So, hau rein. Ich hab Künktel. Ja, easy. Guten Appetit und schönen Abend. Ja, was ist denn hier? Komm, ich hab meine Tüte. Auf den Klos kannst du nicht mehr gehen. Die hat der zugeschissen hier. Der junge Mann. Der hab ich komplett auseinandergenommen, den Bottex. Hast du alles, was du willst? Ah, Gehirn-Freeze. Ah. Oh, shit. Komm, wir müssen ins Beine, Kunde wartet. War das ein Kunde? Pff. Ja. Doch schon mehrfach hab ich das nicht gesehen. Oh, nein. Oh, nein. Halleluhig. Ein Big Mac und eine Cola. Ei, raus. Holländer. Ich glaube, der Holländer versteht nicht, dass wir eine Kunde haben. Hallo? Pinsel. Bruder, dieses Team-Sweet. Der pickt meinen Kopf, Alter. Ich hasse es. Ja, ich wohne noch in Duisburg. Pff. 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 Wir haben einen Kunden. Ja. Ich fall den Holländer kurz nur zum Taxi. Okay. Dann steht der da. Ja, was? Ja. Woos? Verarschen? Das zeigt einer von euch aus, Alter. Wir haben Kunden, Alter. Jetzt treiben wir mal ein Taxi. Ja, aber wir haben, äh, Special. Ja, der hat einen Special Drive. Einen Triple. Du bist auch Special. Du bist Special. Einen Kopf-Dreiber. Ja, genau. Hallo, ihr werdet nicht gestritten in meinem Taxi. Entschuldigung, Herr, Herr Peanut. Entschuldigung, Herr Peanut. Entschuldigung. Mr. Peanut, Sir. Ach, sieh es nur. Ich hab Vorfahrt, du Drecksau. Oh, nein. Du dreckige Drecksau, du. Eigentlich hätte... Ja, okay. Ja, du hast Vorfahrt. Ja, genau. Ja, das ist Ansichtssache, wie der Kopf vorhin gesagt hat. Hahaha. Hahaha. Wenn die das benutzen, können wir das auch machen. Hahaha. 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 Ja. Einfach aus dem Leben schießen. An sichsache. Huuu. Alles gut. Wann ist denn jetzt eigentlich gleich? Derby? Das ist schon einfach. Ach, scheiße, mein Greatest. Ja. Egal. So, eine muss aussteigen. Ja, mach mal. Alles klar, bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Komm. Da ist das das ding. Du hast mir nichts gesagt. Ja, 6 0 9. Warte, warte. Ich zeig... 6 0 9? Ja, das ist hier oben. 6 0 9 ist... Vermachstelle. 6 0... Ach so, 6 0 9. Ja, 6 0 9, nicht 6.009. Ach so, kannst du nur mein Navi eingeben? Ja, mach ich. Mach ich. Haha, ich wollte dich erst anschreien, Chef. Ja? Jaja. Geil, wie das Ding spoolt, Junge. Ja. Er riecht vorwärts. Ja. Wenn ich nach vorne wipp, dann 300. Wie Apache. Was moll? Was moll einfach? Wo will der hin? Nach Hause? Woher soll ich denn hin? Oh, viel Funktion. Ja. Motorfehler, bitte Service. Deja vu. Alles gut, alles unter Kontrolle. Scheiße, kann der Auto fahren, du. Alles gelernt am Flughafen. Nur mit dem Navi hat er das nicht so. Kann mich nicht konzentrieren, ich bin so ein Freestyler. Okay. Oh, ich muss die Asche anrufen. Alles gut. Ja, ja. Ja. Sie fahren hier mit Peanut Enterprise. Downcap und Cool Taxi. Okay. Enterprise? Ja mit doppelten, dreifachen Airbag. Und du wächst nach einem Unfall nur noch 20 Kilo, oder? Das verstehe ich nicht. Ja, egal. Ja. Wo ist der Kunde? Da. Ja, irgendwo da. Ja. Das läuft. Hallo. Hi. Hi. Moin. Ähm. Ihr müsst einmal zum Würfelpark. Würfelpark. Okay. Weißt du, wo das ist, Peanut? Ja klar weiß ich, wo das ist. Okay, perfekt. Das sind, man muss aufrunden mit den Kilometern, ne? Ja. Ja, pro angefangener Kilometer, genau. Okay, das wären dann vier Meilen. Bitte anschnallen. Natürlich. Soll ich schnell fahren oder langsam? Och. Das liegt in ihr Mamesen. Okay. Das ist übrigens der Turbo. Bitte anschnallen und festhalten. Ja. Wenn Sie kotzen müssen, bitte einen Fußding vor Ihnen, weil wir füttern damit die Enden. Ich glaube nicht, dass ich von Ihrem Fahrstil kotzen muss. Ach ja, dann warten Sie mal ab. Okay. Kennen Sie den Film Taxi Taxi? Natürlich kenne ich den. Ich kenne alle drei Teile. Oder vier Teile. Ich bin der Schauspieler, nur dass mein Taxi ja blau ist. Und ich bis hin zugelegt habe. Ach so. Ja, nur ein bisschen. Fällt kaum auf. Ja. Ach, unterm T-Shirt bin ich ja Donuts. Ah. Das T-Shirt macht dich ein bisschen breiter. Na klar. Deshalb nennt man das so Muskelkirt. Ah, so eins. Oder Tanktopter an sich aus dem Panzer. Ja, wie der Knicker, der geht ja regelmäßig trainieren. Der hat auch ein Kreuz, wie ein Chips-Dude. Der Mann mit einem riesen Kot. Oh mein Kopf, mein Kopf ist gefickt. Oh mein Kopf, mein Kopf ist gefickt. Oh, was genau? Zucker. kapiert ja 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 ich auch nicht ich bin immer noch mit denen jetzt nicht mehr okay ja könnt euch schon mal darauf einstehen dafür eine warte schlange landen und danke für die 100 bits karen und dankeschön für die resub ich lese jetzt gleich vor moment chrissy danke für den prime dritten caruso danke für die resub im siebten keksbeißer dankeschön für den resub in drei monate im voraus saiti get me dankeschön für den sap und herzlich willkommen unlucky dankeschön für die resub im siebten mikasu dank für den prime sechsten bayohasa dankeschön für den resub im sechsten stufe zwei sogar taksam danke juri danke für den resub fünften felix dank für den resub siebten linus dank für den resub ebenfalls im siebten ich gehe pleite stimmt doch gar nicht dankeschön 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 für den sap und herzlich willkommen schuldi isda dankeschön für den giftet am besten fangy dank für den resub im siebten zwanzten jerome danke für den resub sechsten zwanzten victory dank für den resub fünften son brandy dank für den resub im neunzehnten specky dank für den prime zweiten wird kaltes keine p mehr gemacht ne momentan nicht wer wird kaltes dem ins peanut gibt alter opa willi und so hatten wir schon ne glaub ich egal dankeschön dann gibt es die küche okay nachher wahrscheinlich die küche okay nachher hallo ja ja auf geht's hallo drei tage wach wir los guck mal da ist doch der 6x6 von dem ich gesprochen habe hier liegt jemand ja okay ja 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 will ich ja leute das wird 1650 dollar machen ja mach 5 5000 absolut korrekt können wir vom auto weg weil mein kraner gerät hat so ein problem damit 5000 ja dankeschön gerne der willi da bittschön einmal karte und pincode ich gucke weg dankeschön nix danke gerne wenn ich mich melden soll dann müssen sie mir aber auch noch ihre telefonnummer geben was meinen sie ja ja auf dem zweck auf dem lesegerät statt du bist süß melde dich ja 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 ups ups i did it again was 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 sie haben doch die nummer vom taxi da können sie sich immer melden natürlich wir sind ein zeitbereit wir machen alles wirklich alles und zum crash derby fahren ja können wir mal machen wo ist das oh du darfst jetzt nichts sagen knicker ja mhm hallo schöne frau oh hallo oh geht nicht kleo hallo 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 warum hält der an der pin weiß ich nicht weil du hast gesagt wir sollen nix machen achso nein nix so meinte ich das nicht du kannst schon ruhig fahren der knicker sollte nix sagen wo müssen wir hin ja du wolltest doch zum crash derby oder ja wo ist das ja am bruchstab oh hallo kleopatra warte ich ruf ihn an ja das netz ist wieder gestört keine ahnung wahrscheinlich wieder ein mast umgeknickt ich bin unschuldig knickers mast knickt auch immer um nach unten ja das ist voll gelogen immer nach hinten aber sag sag dem das nicht dass ich das erzählt habe ok wie gehts dir ja ja mir gehts sehr gut ja ja wir sind noch am würfelpark wir wollten jetzt zum bruchstein bruchstein sicher knicker bei dem pumpen oder was ok ich hör grad am ölfeld kleo an dem pumpen ja ach da unten ah ne warte kurz warte kurz wo ist das denn jetzt knicker ja irgendwo da im süden bei dem wie im süden boah ich hau ihm irgendwann eine rein ja ich beiß gleich ins lenkrad das ist äh warte 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 der knicker hat's gleich beim er ist nicht der intelligenteste beim tattoo laden im südwesten beim tattoo laden im südwesten ja ach du meinst da irgendwo auf dem ölfeld was da ist ah da bei dem tattoo laden im südwesten wo das ölfeld da ist da muss das irgendwo sein ok wir kommen hin danke dir bis gleich ja du kannst fahren pino ja hast du jetzt babe zu mir gesagt ja nur klar ach so ich bin schneller nicht nur hier auch im Bett ne ich glaub da kriegen wir kriegen wir Ärger mit Karl du kannst mir ja einen anderen Spitznamen geben hi ich hab ja ich hab ja einen obwohl der Spitzname wär zu speziell denn da so darfst du mich nicht nennen also ich hab ja einen Spitznamen ja ich hab doch den Spitznamen von früher los Willi schmeck ihn auf der Zunge willst du ihn wirklich wissen? Alter ok ich war ja früher da wo ich herkomme aus Pfingst ne aus Köln-Pfingst California da ähm ja da war ich ich war sehr flink mit meiner Zunge und da hat man mich früher die Kitzlerpeitsche aus Pfingst genannt ja aber das sag einfach Willi ne und kannst ruhig du sagen die Köln-Pfingst okay dann sehen wir uns gleich ne ich mich auch bis gleich Cleo tschö Boah Knicker schwör dir wenn der mit Karl zusammen wär die würd mich wollen was ist denn jetzt mit meinem allerbesten von Pinsel weißt du? ja das ist merkst du hast das jetzt nicht gemerkt das knistern die sexuelle die sexuelle Spannung zwischen euch ja ja doch schon Pinat redet heute nicht viel ne doch Seid ihr doof? Ah jetzt hörchen ok Pinsel? wo ist mein Freund Pinsel? wir haben ihn vergessen ey eh das ist ja eben Pinat was schon wieder Hunger? ich hab immer Hunger ein kleiner der so viel ist wie du ne wenn ich ne Gebärmuffel Oh! Pinsel wo bist du? Hallo! ich hab hier ne Leiche gefunden wo hast du ne Leiche gefunden? Pinat im Auto? bei Handyladen der nördliche Pinsel kommt zum Crash Derby wo bist du schon? wir kommen auch ja äh ne ich komme äh wo ist denn das jetzt hier bei diesem Ölfeld im Süden ne? natürlich ja wir suchen so der links hoch oder? wo ist denn das? der links hoch weißt du wo das wo bist du? an so nem Ölfeld beim Abushabub beim Abushabub beim Abushabub beim Ölfeld er wolltest du selber nicht treffen doch ich hörl dich Willi deine dritten Klapper nur so kriegst ab Maul auf ok so besser? ja danke ähm soll ich zum Derby kommen oder? ja komm zum Derby Pinsel beim Abushabub seinem Ausbildungscamp am Ölfeld was Abushabub ja Abushabub ja Abushabub im Ölfeld irgendwo hier hat Knicker gesagt äh aber stimmt nicht nein das ist doch bei dem Hügel beim Bruch ist das wieder beim Bruch? hä? stimmt wo ist denn das hier Hanspeter? ich weiß nicht ja wo genau? äh Frau Schnecke ich fahre ok? warte mal weg Frau Schnecke wie kann ja du den Leiche am Boden? mein Twinkie? ne ne andere komm mal da runter ja genau ja das ist am Ölfeld Pinsel das ist hoch wo ist hier ein Ölfell? ähm ok ja wir gucken hier gerade aber noch haben wir nichts gesehen hier darf wir gleich mittendrin sind ja dann machen wir gleich mit ok also anschneiden wir fahren jetzt gerade ein Stück weiter ohne oh mein Gott ist er war eben an dem nördlichen Teil weil Thea meinte nördlicher Teil ist er ganz nicht ohne ganz östlich wir gucken gerade selber Pinsel ok aber ich seh nix Frau Schnecke ich bin weg ok? also da ungefähr tschüss ja ich glaub dann sollten wir hoffen bis gleich da sein ah ja ja ok wir haben es gefunden ja wir haben es gefunden soll ich ram? nein nicht ram ok das hier halt ja wir sind da weil das ist ja mal cool hier bin unterwegs ne warte mal da muss ich halt runter laufen auf Dachau überfallen auf Dachau überfallen ist er nicht da wo wir letztens waren? nein wir sind am Ölfeld beim Abushabub Abushabub Abushabubs Öl in AK47 jawoll weißt du wo? warte nein das ist und guck auf deinen Stadtplan den du im Flughafen bekommst nee ich hab ein Auto gefunden hier ist ein Navi drin ja ok ja südöstlich unten in der Stadt südöstlich? ja unten rechts in der Stadt gegenüber von der Verwahrstelle rechts davon direkt rechts oh oh ok 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 komm hin Pinsel ich vermisse dich komm mein Freund vater du warst nie für mich da bis gleich bis gleich ist er Buschai? ne gut bis gleich bye halte halte guck euch diese Felgen an oh wünschen dich meine Rakete hä du die dreck ha vater ne Die guten Knallküppern ohne hier. Juri. Was müsste ich, ähm... Ich glaube, wir müssen mal quatschen. Ich glaube, ich brauche für einen Peanut einen Anzug oder sowas. Wenn das machbar ist. Da fähre ich auch rein. Will, zu Soko, Dankeschön für Luis am 45. Und Loh, den Dank für den Prime-Zeiten. Richtig in der SAP, Dankeschön. Hallo. Oh, ich bin ein Buss. Oh, ich bin ein Buss. Dankeschön für den Haus mit 32 wundervollen Mali-Hunden. Und wunderschönen guten Abend. Chat, sagt auch mal Hallo bitte. Ich habe leider kein Dings dafür. Keinen, ähm... Hallo, Mora. Hallo. Hallo. Ja. Liam. Hallo. Hallo, Russland. Russland hat gesagt, die Gefängnige in der Bienen. Tut ihr mir in Gefallen und fahrt ihr nächstes Mal wieder mit. Warum, was ist denn passiert? Lass nicht drüber reden. Arthur? Okay. Ja, was geht ab? Ja, Liam. Boah, bist du jetzt Gingster? Ja, was geht ab? Kannst du mir nicht wie ein normaler Mensch, hallo sein? Hallo, guten Tag, Biene. Oder sollen wir mal kurz um die Ecke gehen? Hallo, guten Tag. Ich hab's gerade in Rai und Glied nicht. Ja, ich sag mal, ich dachte, du fährst unten im Winter, Russland. Ach so, Glied. Ja, bin ich ja auch, aber ich hätte auch mitfahren. Nein, in Rai und Glied. Kennst du das? Welches Auto fährt das Vete? Äh, orange, glaube ich. Also das rechte Orange. Du denkst wieder zweideutig. Da, wo immer alle draufgehen, weil die den aus irgendeinem Grund kennen und nicht leiden können. Okay. Ja, die Stimme würde irgendwie immer lauter hier. Das ist meine normale Stimme. Ja, ja, als die Hans-Peter Verbrecher ist und so. Check, nimm doch Tinkipötchen. Ich will auch Tinkipötchen. Also wenn er weiter so macht, dann ist das glaube ich... Da, Peanut, machst du gerade eigentlich Sport? Ja, das geht tatsächlich auch. Nee, ich spür meinen liegen Arm nicht, der ist zauber. Ach so. Wer die das? Also wenn er sind... Also, ne? Schwester Kusch, Tinkipötchen! Sport mache? Aber die Glied... Aber ich bin sportlich. Ich glaube, die Stadt hatte auch gleich keine Sprichverlagerung mehr. Dürfen wir hier überhaupt sein? Ja, 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 zum Kacken ausbringen, was sie mit den Glied nennen. Ja. Weil dann wäre was nicht richtig mit ihm. Dürfen wir hier sein? Na, wo ist die Glied? Das wäre dann mit Service gewesen oder so. Dann nicht! Die Glied! Die Glied, komm mal her! Was? Was los? Was atmet ihr so schwer? Milly? Ja, du hast gleich gedacht wie, gell? Was ist denn los mit dir? Was denn? Was hast du denn zu schwer? Das ist anstrengend, wenn man auf dem Rohr steigt. Du steigst aufs Rohr, ey, wenn du auf Rohre steigst, ne? Muss ja auch passen. Musst du mal hören, wie die Twinkie keucht, wenn die auf mein Rohr steigt. Okay. Jetzt wird's gut. Was passiert denn jetzt? Das ist unser Yoga-Kurs. Äh, deine Frau macht die ganze Zeit schon Musik, deswegen, äh... Ach so. Musik, warte mal, was für ne Musik? Ja, nicht gute Musik. Wo? Das macht bumm, 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 bumm gleich. Wo? Vielleicht. Ja, hier gleich, hier. Doch. Nein, please no. Doch. Nein. Ich sag, ich war nicht nur vor, ey, wir sind... Nein. Ich mag keine Musik. Dann stehst du hier ein bisschen falsch. Außer vom DJ Asni aus dem Cube. Wo ist das deine Freundin? Nein, das ist nicht meine Freundin. Aber das ist eine Freundin. Wo redet denn da? Mit Cube? Ich rede. Willst du meinen Bauch streicheln? Nee, nee, nee. Russland, der das bringt Glück, streichel mal. Hier mit dem roten T-Shirt? Hi. Das ist, bin das, ich bin das. Okay, dann... Kannst du mich umarmen? Hi, ich bin die Sharine. Hallo, Sharine, ich bin Peanut. Ja, ich bin Sharine und ich bin bei Cube und ich bin mit Russland so sauernd. Wir machen immer Party. Wir wollten noch unser Date machen. Wir haben, was? Du knutsch mit dem Arthur? Ja, jeden Tag knutsch ich mit dem Arthur. Kümmerst du dich auch um seine Kräuterbutter? Ja, na klar. Heute ist heute bald schnitzeltag, bist du das? Die denn manchmal auf der Brust fällt? Ja, ist passiert. Ja. Passiv. Was ist heute für ein Tag? Weltschnitzeltag? Ich will... Wo ist die Musik hier? Heute ist Schneeblotag. Ja, heute ist Schneeblotag. Ich bin doch nicht so ausdrücklich. Lack, ich hab gefragt, wo die Musik ist. Was ist denn? Ich will jetzt hier sein. Wo ist die Musik? Ein bisschen feiern? Nein, ich will keine Musik hören. Ich geh weg jetzt hier. Äh, habt ihr das gerade gesehen? Oh Gott, Pinat, du Färche. Das ist das Schmachern. Nein, den kenn ich doch. Harry? Harry Weinfurt? Achso, Jutta macht jetzt einfach mit, oder was? Harry? Bist du Harry? 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 Ja? Hi. Hallo, Pinat. Ich geh. Ich steh. Das geht, Magnet. Hast du hier auch ein Auto mit, für wen du bist? Ich bin wieder für das Rote. Für das Rote? Warum? Weil mir gefällt Rot. Okay. Gut, ich war einfach nicht mal aufzukommen, Herr Kalaken da. Gut, ich war einfach mal auf die Rote. Die sind von den Pinken und die sind beide anscheinend schon raus. Oh. Scheiße. Du Loser. Ja. Mach mal nix. Was machst du hier so alleine? Gucke. Wo sind deine Freundinnen? Zuhause. Ah. Die müssen im Kreis stehen. Ja, laber mich jetzt nicht voll. Du hast angefangen. Ich würd nur höflich sein. Ich find das ganz schön nett. Die Rückenlehne ist ganz angenehm. Das kostet Geld. Okay. Und was meinst du, wer gewinnt? Was macht denn das blaue Auto da? Ich sag, Jutta gewinnt mit dem blauen Auto. Oh, hast du gesehen? Ja, die Führung. Ui. Boah. Bist du arbeiten hier oder guckst du nur zu? Nein. Beides? Okay. Warum brauchst du ein Taxi? Ne, ich bin mit Auto da auf. Na guck mal das. Das ist ordentlich Auto. Das ist mein Pinsel. Ui. Was hält der denn da? Pinsel. Einsetzen. Ne, dass der Harry das nicht gefickt hat. Ja. Mein rechter, rechter Platz ist frei. Mein rechter, rechter Platz ist frei. Ja. Rück bisschen näher. Ne, da. We need some love over here. Bitte nicht. Waren das deine Freundinnen? Letztens im Taxi? Ne, die spritzen Steffi ist da. Was? Die dicke Steffi. Welche Steffi? Ja, die aus der... Die Steffi halt. Was? Das ist ne Steffi. Wer ist ne Steffi? Na, die in den picken Auto. Ach so, die fährt da unten mit? Ja, die hat mich gefragt, ob ich zugucken komm. Hm, knutscht du mit der? Nein. Toll. Setz dich um meinen Schoß, du alter Bierschluch. Ich hab gewisse Flashbacks von Silvester. Pinsel. Ach du schon wieder. Ach, ja was. Wo ist denn das Auto her? Gefunden. Das war mich genau gefragt. Ja, der lag dann stand da rum. Sag mal, die verletzte Frau, die du gefunden hast, war das ihr Auto? Hast du ner verletzten Person das Auto geklaut? Was? Okay. Du hast dich einmal mitgenommen. Pinsel, du bist ein Verbrecher. Du hast das Auto von ner verletzten Person geklaut. Du solltest dich schämen. Echt? Sowas macht man nicht. Nein, das ist ein anderes. Mit dem Auto hab ich den gefunden. Ja, ja. Oha, bist du eigentlich? Olga hat so lange Achsehaare. Der zieht aus, als hat die zwei Hippies im Schwitzkasten. Warum fahren wir nicht mit Pinseln? Ich weiß nicht. Vielleicht, weil ich schon seit zwei Stunden Scheitzhängen will und mitfahren will. Ja, 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 so sitze. Bani, wie geht's dir nach gestern? Wie geht's? Ich bin so schlecht. Du bist so schlecht. Tschüss. Dankeschön, Juvie. Komm, der erste Rennen war gut. Kann ich nicht beurteilen, hab ich nicht gesehen. Ja. Kannst du mir alles erzählen. Will ich aber nicht. Kann nur sagen, die Runde war ziemlich scheiße. Ist das die Steffi? Ja, was ist denn hier in der Feld vor zwei? Harry? Hallo, Mini. Ist das deine Freundin? Nein. Nein? Hallo, Mita. Hallo. Hi, Ronny. Hallo. Bist du die Steffi? Wie geht's dir nach gestern? Du warst ein bisschen drauf, ne? Ich bin die Steffi, ja. Bist du vom Harry, die Freundin? Nein. Nein. Der Harry meint aber gerade, ihr seid zusammen. Gott. Nein. Steffi? Ja. Hallo, du wunderschöne Steffi. Hallo, Rui. Ja. Wer hat der jetzt Arschloch gesagt? Der Harry. Die mobben mich alle immer nur. Ja, besser. Harry, raus. Ja, guck mal, wie du raussiegst. Wem seid ihr auch wieder? Welcher? Wie bitte? Was? Das ist Ronny seiner. Ja. Ja, wir sollen mal dein Auto abschließen, oder? Ist auch schon abschließen. Du glaubst, haben wir mit. Du glaubst ja nicht, dass er, dass bei Ronnys Auto ein Schlüssel dabei ist. Ihr seid alle doof. Ey, Bischof, was geht's? Ja. Du bist doppelt doof. Peanut, willst du fahren? Ich rieße gleich ab. Darf ich Beifahrer sein? Ey, Ronny, was geht's? Hier, das Pinke. Warte, ich geb dir Auto. Ich will Beifahrer sein. Nee, aber du bist doch ausgeschieden. Ja. Na, es gibt noch zwei Runden. Wie sind denn jetzt die Regeln hier auf dem neuen Feld? Aber ich brauche den Helm. Ja. Ja, den Helm hat, ähm, hier. Komm, Harry, ich geb dir Helm. Nein, gib dem Peanut, der ist Fahrer. Ich brauche ihn. Komm her, ich geb dir erstmal Schlüssel. Hast Glück gehabt vorher, hättest du? Du hast mich nicht zu schrauben. Du brauchst den Helm. So, ich hab den Schlüssel. Ich fahr einfach mit dem Auto hier mit. Was macht Jutta da mit dir? In den Mainz. Hast du einen Peanut? Ja. Danke. Bitte. Hast du ihm jetzt gegeben? Ja, den Schlüssel. Willi, soll ich mal die Oma rammen? Ja, ram mal die Oma. Danke. Mit dem Auto hier? Brauchst du T-Shirt auch noch? Ja, nee, hier, das, was hier umsteht. Oh, wo? Ah, okay. Ja. Peanut. Danke. Bist du ein guter Fahrer? Na klar. Aber du hast keinen Helm jetzt, ne? Ich hab Magelhut. Du hast aber keinen Helm. Aber ich hab Magelhut. Du musst dich ganz, ganz Wichtiges anschnallen. Ja. Oh. Wie kommen wir jetzt hier wieder weg? So, wie wir da reingekommen sind, hoffentlich. Du machst uns ja schon Feuer aus dem Befecht hier. Geht's dir gut? Ja, mir geht's super. Guck, das gefällt. Oh, zum Glück hab ich nen Helm auf. Kann nix passieren. Boah. Ich brauch nen Parkplatz. Ja. Hier ist keiner frei. Okay, das ist gut. Komm. Abschneiden müssen wir vorlegen. Jeff. 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 Oh, ich hasse mich, Alter. Oh, dieses Teamspeak ist anders schwierig, heute. Wie geht's dir? Ah, wie geht's? Hallo, little Una. Hach. Hallo, little Una. Hey Knicker, geh mal zur Seite. Was passiert? Ich hab kein Zinkepäckchen, mein Schwester. Glück hat der Bischof mit dem Helm auf. Was ist mit dem Chef passiert? War cool. Was ist gar nichts? Hallo. Pinsel? Wenn ich hier am Oberschenkel dich zwickele, dann spürst du aber. Könntest du mal bitte beim Thema bleiben? Schau, du hast hier keinen Spiegel, lass das. Was? Was hat du da gesagt? Nicht sehr gesprächig, die Leute heute. Ja gut, aber wenn sie dich aber an die Beine erwischt haben, dann muss ich trotzdem mal renken, was ich jetzt habe. Ich weiß nicht, dass dir irgendwas ausgerenkt wurde oder so. Die Spretter ist vielleicht wieder eingerenkt. Ich hatte mein Leben. Ich nicht. Kein Helde. Ist er ansprechbar? Ist er ansprechbar? Pinsel? Ja. Ja? Also, ja, wunderbar. Ich werfe mich gerade ein bisschen mit der dicke Luft hier, ne? Ich meine nicht wegen Pinat. Ich wollte schon sagen, Herr Jutta. Ja, genau. Wollen sie vom Auto erfasst, ja? Ja, wurde vom Auto erfasst. Oh, Jutta. Ja. Steht dir die Brolle? Ja, ne? Okay. Kannst du die dann nachher anlassen und nur die Brolle? Das ist wieder Krankenhaus. Ja. 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 Was? Kann denn jetzt mal jemand hier runterräumen? Wir wollen weiter mal legen. Was? Auf die Tage. Auf die Tage. Ist der toderbig? Nö. Ist das der falsche Chef? Ich habe fest am Ende. So, können wir jetzt weiter knattern? Jo, wann müssen wir so lange warten? Jutta, wann ist die zweite Runde? Die zweite Runde war ich schon. Ja, wann ist die dritte? Ich weiß nicht. Ja, wie, du weißt nichts. Du bist der Brandensteiter. Ja, das Problem ist mit dieser scheiß Deknuff. Der geht mir auch im Sack. Achso, Bischof. Wie gesagt, das ist nichts persönliches gegen mich. Da habe ich nichts mehr zu tun. Ach, ich liebe dicke Luft. Das ist scheiße. Boah, das kotzt mich so an, ey. Ich fick gleich meinen Mund, Alter. Moment, was? Jutta. Ja. Ich bräuchte mal einen Reparaturkasten bei uns. Ja, das Ding ist, ist halt die Frage, ob man noch weitermacht wegen dicken Luft. Das ist ein bisschen schwierig. Hallo. Weil keiner anhält. Ja, aber ich konnte dann wenig abbrechen, weil hinten war irgendwas auf einmal, dann war hier los. Man kann einfach nicht mit anderen Leuten reden. Das ist scheiße. Die Leute müssen, die Leute müssen ja auf Eigenverantwortung so. Man sieht es ja, wer schimmelt und wer nicht. Hat ja niemand geschimmelt. Dann packst du mich an, Willi. Nein, darum geht es auch nicht, aber das ist einfach Kacke. Ja, aber es macht Spaß. Also die Fahrer haben mega Spaß. Und darum geht es doch. Wir haben ja dafür bezahlt. Weißt du? Ich brauche jetzt mal was zu trinken, sonst fahre ich gleich auf. Äh, warte. Komm mal zur Seite. Hat jemand von euch einen Reparaturkasten dabei? Hallo? Nein, das ist... Hallo? So nicht hier. Immer nur eins pro Fahrzeug und dann gebe ich von mir. Dankeschön. Hast du einen Moment, Schlüssel? Toll, Willi. Achso. Dann bin ich schon. Du müsstest halt mal die beiden gelben reparieren, weil die beiden gelben sind jetzt schön demoliert. Nicht der Willi. So, wann geht es weiter, Herr Jutta? Willi, Willi, wir haben mal Fisch komplett gemacht. Ja, wieso wegen mir? Ja, du bist hier reingefahren, Ronny, du hast gefragt. Wir haben gesagt, nein, mach nicht. Ich hasse mein Leben! Warum? Ich hasse uns auch alle. Diese scheiße Kluft. Jutta? Ja, Willi? Ich krieg noch Geld von dir. Ja, gib ich jetzt. Warte, wie viel war das denn? 30. Er ist davon auch so 20. Ja, plus dann diese anderen Auslagen. Was für Auslagen? Ja, hier, ich hab dir doch hier die Inkontinenzunterlagen gekauft. Ach, Mann. Wer hat mir jetzt den Schlüssel nicht angedrückt? Ich. So, Klicker. Stimmt, da war ja noch mal. Danke, Klicker. Äh, so, warte mal, okay. Ich setze, ich bedankt. Musst übersetzen. Ne? Ist noch am Telefon deswegen. Äh, Scheiße, ey. Okay, du verstehst mich. Ja, egal, alles gut. Das macht trotzdem Spaß, wirklich. Ey, guck mal, der hat's auch. Der hat ja keine Haare mehr. Habt ihr eben doch schon... Ich find deine Locken so schön. Meine? Ja. Ja. Mann. Ist doch sowieso immer bei dir. Okay, deswegen kleb meine Anzug. Ja. Ja. Solange wir noch fahren können, fahren wir. Oni? Ja? Gib mal kurz dein T-Shirt. Hm? Lass den Pinseln irgendwo, der heißt nicht. Wie soll ich den denn sonst nennen? Was ist Publikumsverkehr? Ist der Puff zu, oder was? Was ist denn mit dein Grunder? Was ist denn mit dein Grunder? Darf mal zugucken. Aufgrund dir. Was ist denn Grunder? Grunder. Ist das ein Pokémon? Können wir das fangen? Man sieht, die Qualitätsansprüche beim LSPD sind sehr hoch. Ja, Copy-Paste war auch viel zu einfach. Aber wenn ich... Weiß nicht. Immer wenn ich traurig bin... Also ich würde da mal ein Badalier zu gucken, da bin ich auch ganz wild her. Falls Publikumsverkehr... Weil ich... Laufkundschaft. Ja. Grüß dich, oder? Ja, Macke-Liebe-Lang. Zaki-Zaki-Zuboku. Zuboku? Das ist nix Zuboku. Der ist der Alabamaer. Was? Wer soll zugucken? Was? Immer das, was man verstehen will, ne? Ja. So fahren wir jetzt noch oder nicht? Bestimmt. So wär ich mal im Bett geblieben. Ja. Denk ich mir auch. Warum? Ich kämpf schon den ganzen Tag heute. Ja, ich weiß. Aber ich... Und gestern und vorgestern auch. Ich geb's nicht auf. Live to win! Ich bin... Ich bin wie ein Kapitän. Ich geh mit dem Boot unter. Hörst du die Regenwürmer husten? Wie sie das dunkle Erdreich ziehen. Wie sie sich finden, um zu verschwinden. Auf nimmer nimmer wiedersehen. Und wo sie waren, da ist ein Loch. Loch, Loch, Loch. Und wenn sie wiederkommen ist... Wird's gestopft! Stopf! 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 Ui. Ei, Karamba! So, den ersten haben wir... Willi? Ja? Hab ich jetzt ne 1er Karree, weil den ersten haben wir gen... genatz. Ja, richtig. Du musst von rechts pushen erst lang. Oh. Aber das war es ihm nicht rechts gepusht. Doch, du kamst über B, das stimmt schon. Ich steig jetzt in die Karre, und dann fahr ich gegen den Berg. Ja. Und schneid ich Schein. Komm mal, die Wein fort. War das mit dem B, ernst gemeint? Na klar. Welches Auto hatten wir? Das pinke. Pink Schuhe. Nein. Angeschnall. Bin angeschnallt. Mach die alle kaputt. Ja, wir müssen schon Feuer. Ja, da, Digga. Ey! Da! Da! Daumenkampf. Daumenkampf. Da war ich. Ich hab ein V-Akbi-Turbo. Und sie sollte ich nicht die Finger in die Nase stecken, Mann. Ohne kleiner Finger. Da! Was ist? Ich kaufe nichts. Ja, ja. Da hast du recht. Was ist? Hau den. Nein, ich glaub das ist der Chef. Hast du das erste Mal, Pablo? Nein, nein. Ich hab auch schon. Oh, bist du Pablo Escobar? Ist das Pablo Escobar? Ja, ist das. Seid ihr unsere neuen Teamkameraden? Bist du Fat Joe? Ja. Nein, ich bin Big Peanut. Ah, okay. Wir sind die Neu. Enttäuscht uns nicht. Nein, ich enttäuscht nicht. Schlechter als die können wir gar nicht sein. Ich hau direkt Peanut raus. Hey. Ich komm mit Körpereinsatz. Er holt dich raus, auch wenn du angreifst. Aber ein bisschen schwer, ne? Den rauszuhauen. Warte, wir müssen gewichtlos werden. Warte. Ja, dann steig auf. Ach, schluck. Schlechter rein da. Ups, schluck. Hey, du Wichser. Hey, du Wichser. Hey, du Lotja. Den Nächsten auch noch mal Geld haben. Hä, was soll das? Ja, was soll das? Sagt er, ne? Anzeige. Ist raus. Jutta, der schummelt. Raus. Du Pendero. Weg mit der Fiescher. Weg mit der Fiescher. Oha. Hey, der ist echt schwerer. Was passiert hier? Fucker you. Fucker you. Hops genommen. Hops genommen, sagt er. Ja. Du Wichsgeburt. Das ist mein Parkplatz. So. Ja. Ey, beruhig dich. Beruhig dich. Herr Jutta. Sonst kriegst ein Brett. Ja, ein Bauernbrett mit ganz viel Speck drauf. Du, 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 du. Hochhauts. Lass den Arm doch mal in Ruhe. Aber ich nicht. Nimm. Guck, mein starken Muskel. Wann geht's denn los hier? Kann er um? Nein. Das ist mein Freund Binsel. Der war gestern komplett drauf. Warum? Weil er alles geschluckt hat. Du bist ein Engel. Also? Also, Digga. Ja. Meinst du, der gibt auf, wenn man den Burger einfach so hinschmeißt? Willst du mitfahren? Schnauze! Boah, du musst früh aufstehen, um mich zu ärgern, Junge. Ja, ist offen. Komm rein. Schnall dich an. Meinst du, du gibst auf, wenn wir den Lauchstange hier schmeißen? Porenta? Ja, Porenta! Du Porenta! Du Porenta! Der war gut. Wo ihn genau? Jetzt fangen wir jetzt alle kaputt, ne? Wachen wir mal auf, ne? Boom. Glaubt nix. Wir gehen zuerst auf den Pinata. Da, da. Da, da. Auf dem Fettklops. Bin ich dabei. Scheiße, Mann. Auf dem Fettklops ramme ich gar nicht von hinten. Deine Mutter aus dem Koffer rum. Lass Mutter aus dem Spiel. Geh nix. Geh nix. Könntest du das Pätze mal anders machen? Guck mal, Ronny fährt jetzt auch nicht. Hallo, Ronny. Guck mal, jetzt ist er sauer, jetzt ist unser Ram. Hallo, Ronny. Habe ich seine Ehre verletzt? Hallo, Ronny. Ne, oder keine Ahnung, der vergreift, dass ich auch nicht geschaltiere. Weiß es nicht. So, dann, ja, steh dich auf. Auf, ich steh mich da. Wo stellt man sich auf? Weiß es nicht, in irgendeine Ecke. Ach so, okay. Dass es ein bisschen verteilt ist. Jungs! Hey! Policemanus! Hallo! Hallo! Hört ihr? Ich hasse das, ne? Wir müssen auf gelb gehen. Hallo! Hallo! Hukulu! Hukulu! Ihr könnt euch auch vorhin erst hinstellen. Ja, womöglich! Wir müssen kurz Teambesprechung machen. Hey du! Kollege! Hallo! Hey! Hey du! Wir gehen auf gelb, ne? Wir müssen auf gelb! Gelb, gelb, gelb! Wir müssen auf gelb, auf gelb! Direkt rechts gelb! Auf gelb! Direkt rechts! Let's go! Los, hau den weg! BAM! Wer ist er denn? Gnatt, gib Gas! Ja, 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 alles gut! Ich schmeiß nochmal kurz raus hier! Da kommt er! Ja, gebremst! Hahaha, Idiot! Misch gebaut! Ui! Der ist direkt hinter uns! Links, links, links! Zack, bremsen, zack! Lutscher! Hau den gelben weg! Alle auf gelb! Alle auf gelb! Ui! 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 Oh Gott! Oh! Haha! Easy! Wir sind direkt hinter uns beide! Zack, ich brems, zack! Zack, rückwärtsgang! Zack! Ui! 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 Halt dich gut fest, Harry! Ja! Ui! 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 Ich deck ihn ganz schön ein! Das ist so scheiße hier mit dem Berg! Ja! Zack! Ich glaube, ist noch keiner raus! Zack, bremsen, zack! Alter, keine Power! Ui! Der andere ist voll durch! Die haben dich gegenseit gegrafft, die Idioten! Können verarschen die jetzt die ganze Zeit! So bremsen, zack! Ui! Da oben, den grünen! Alter! Der versteckt sich! Weißt du, du willst was von dir aussehen! Woah! Das war super! Hi, du Arsch! Nein, 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 nein! Nein! Aua! Rette uns! Aua! Wir sind raus! Aber nicht von dem Gelben! Zum Glück! Hilfe! Wenn ich mich jetzt abschneide, ist das Ende! Ja! Hilfe! Oh nein, nein, nicht da! Ich glaube, wir müssen uns jetzt beiseite stellen! Sind wir doch! Das Ding fährt nicht mehr! Ja! Aber guck mal, Willi war zuerst raus! Können wir jetzt hier raus einfach? Schnell weg hier! Aber ganz schnell hoch rennen! Ja! Dreckskarre! Die war eh die ganze Zeit geput! Das war auch unfair! Der Orangener hat uns rausgeworfen, ne? Ja! Zum Glück keinen Geld aber! Wenn wir außen rum gehen! Ich komm da nicht hoch! Oder? Das ist steil! Okay! Boah! 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 Ich krabbel! Okay! Oh mein Gott! Das ist so steil! Ja! 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 Der Düssel! Danke schön für die Wissam-Siblen! Und Mr. Toast-Boot! Danke schön für die Prime-Siblen! Hallo! Hallo! Was hast du vorhin noch mal gesagt, Harry? Hugelou? Hugelou! Hugelou! Warte mal denn! Der hatte gerade eine Pistole in der Hand, ne? Oh, waja! Alles kriminelle! Hallo? Ich hasse mein Leben so sehr! Ich mein's auch! Fährt der Pinsel mit? Oh Gott! Sein Auto wurde gerade wirklich geklaut! Oh! Das ist so Pinsel! Doch nicht! Sein Auto wurde geklaut! Wo fährt der denn hin? Tschüss! Wo fährt der denn hin? Wo fährt der denn hin? Wo fährt der denn hin? Ui! Oh Gott! Erstmal Toni Horst mit dem Auto gemacht! Der hat's aber eilig! Ja ganz! Was ist los? Das kommt in der Zeitung! Morgen in der Morgenpost! Hallo Team! Hallo! Ist das unser Team? Ja! Der! Da ist er hier! War der da? Hallo Team! Hi! Boah, die haben uns ganz dolle beschimpft! Die aus dem gelben Auto, ne? Das Problem ist, wir haben uns schon vor dem Rennen Feinde gemacht! Hat man gesehen! Ja, das haben wir gesehen, ne? Die haben uns richtig dolle beschimpft! Warum? Das war nicht nett! Was haben die schon wieder gesagt? Ist jetzt das vierte Rennen gewesen? Habt ihr gleich noch eins, ja, ne? Ich hoffe! Ich fahre nicht mehr mit! Oh mein! Warum lief nicht so gut? Das ist unfair hier! Ja, ist auch so! Alle auf einen! Die Game dürfen nicht gewinnen, die sind auch mit Beinen drinnen, ne? Lass mal auf den Platten schließen! Mir gefällt die andere Strecke mehr! Der Berg ist hier übelst Müll! Zum Glück habe ich mich nicht verletzt! Sehr schön! Aber wo ist der Pinsel? Wo ist mein Freund? Ist das Auto? Oh mein Gott, pass auf! Nein, 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 nein! Das erinnert mich an das letzte Mal! An die ist so viel Platz! Muss man das wissen, ne? Ich frag mich, wo der Typ dahin ist? Da ist er doch! Rechts! Wer? Da hinten mit dem Orangenen! Der war das? Ja! Wieso? Ist das passiert? Der hat Ronny sein Auto wegfliegen lassen! Habt ihr das nicht gerade gesehen? Der ist mit dem Auto da gefahren und dann auf Pinsel? Ja! Wir sind im Roten! Ja, mach die Gelben platt! Ihr müsst die Gelben platt machen! Ja, wir gehen schon auf die Gelben, Erdnuss! Auf die Gelben! Immer auf die Gelben! Oh nein! Warum ist das Haus? Aber er lebt noch! Wo ist ein Pinsel drinnen? In dem Roten! In dem Roten! Ah, okay! Echt? Man ist raus, wenn man sich einmal überschlagen hat? Ja, ja, ja! Ich dachte, wenn man auf dem Dach liegt! Ja, das Dach darf eben nicht den Boden berühren! Nein, Pinsel nicht verlieren! Boah, das war knapp! Ich bin nur Beifahrer! Vielleicht hauen die sich gegenseitig raus! Wir sind raus! Ihr seid raus? Ja! Schande! Scheiße, die Gelben haben gewonnen! Und wieder! Wo seid ihr? Wie oft haben die denn jetzt gewonnen? Vier Mal! Wir sind hier oben! Alle vier Runden haben die gewonnen! Ja! Hör! Ja! Egal, hab ich gefunden! Ich glaube ich als einzige zusammen! Ich glaube, das sind die auch, die jedes Mal mitfahren! Ja, die haben Übungen! Ich komme schon hier, okay? Ja! Wir sind hier oben auf dem Berg! Ja! Eine Fahrt ist noch offen! Nee, keine Lust! Dann müsst ihr wieder fahren, Steffi! Das tut bisschen weh! Soll ich mal fahren? Kannst du machen? Ja komm, ich geb dir Schlüssel! Ich geh als Beifahrer! Okay! Dina, du musst ihnen aber den Helm noch geben! Und den Helm! Scheiße! Hi! Danke! Danke! Aber kann sein, dass ich gebrochen habe in den Helm bisher! Ich glaube für den Helm habe ich... Warte mal! Gib mir mal jetzt den Helm bitte! Okay! Da! Danke! Pinsel! Ja? Schade, dass wir nicht gewonnen haben! Ja, schade, dass euer Auto in dem Ding festhängt! Nee, das ist... Achso! Oh! Das von meinen Kollegen hier! Oh! Hängt das da ganz fest? Oh! Oh nee, dein Auto ist weg! Ja, angenehm daher! Das hab ich geklaut! Jetzt wird's dir wieder geklaut! Egal! Wer hat denn das Leitstellentelefon? Oh mein Gott! Oh du Scheiße! Ja, auf jeden Fall! Ah, der Holländer! Bin ich traurig! Warum? Ich hab so viele Sachen vor gehabt und ich hab's schon nicht miterlebt! Ja! Ja! Ich wollte... Oh, Pinsel, wir müssen auch gleich los kurz! Ja! Ich muss was gucken! Du bist ne Winchchen! Willi? Ja! Okay! Keine Ahnung! Fährt der unten? Ich glaub der fährt unten mit! Ach ja, der fährt unten mit! Ach ja! Chef! Ja? Chef! Ich mag das nicht! Ich mag das nicht! Chef! Was? Ja! Warum? Was ist passiert? Was denn? Ja genau, komm runter! Wegen der Sache, die ich ihm vorhin im Team habe! Oh nein, Männerkrabben! Kannst du mir das Zeug noch geben? Keine Ahnung! Hast du? Oder willst du's Geld? Ja, ich will meinen Trau überraschen mit einem exklusiven Auto! Ich glaub, da fehlt mir noch ein bisschen... So, Geld brauchst du! Dann bring ich dir das rein! Dann fahr mich eben zum Taxi, dann geb ich dir Geld! Okay! Komm, wir fahren kurz! Nee, kommst du mit? Kommst du mit? Ich weiß nicht! Ja, überhaupt! Herr Pinsel, du musst mir helfen mit einem Rohr! Warte, muss ich den Schlüssel geben! Warte, muss ich den Schlüssel geben! Okay, hilf! Hör, wo geht er hin? Wir fahren kurz! Weißt du nicht! Ey, was los? Geld abholen! Ey, Pina magst du nicht mehr mit oder was? Nee, das ist doch scheiße, Betrügerei! Tschüss! Wer betrifft wo? Ah, der Gelbe, der hat seine Mutter im Koffer rum, die sind viel schwerer! Hey, aber du bringst auch ordentlich Kampfgewicht auf die Waage! Gar nicht, wow! Wow, das hat er nicht gesagt! Du wiegst doch nur 70 Kilo, oder? Eben! Ja! Jetzt mal ehrlich! Wie kann er sowas brauchen? Sehr doof! Komm, Pina, lass uns einfach gehen! Wir gehen noch was essen! Diese Negativität in deinem Leben, das brauchst du einfach nicht! Genau, ich brauche positive Weibes! Ja, genau! Du kriegst positive Weibes! Willst du einen Chicken Burger? Nein! Okay! Aber ich habe viel besseres für dich! Ich habe es mir anders überlegt! Guck mal meinen Felgen! Also Peter, wartys? Warte mal! Hey, was machst du?! Warte mal! Warte mal! Und vom Auto wird nix! Warum ist mein Auto? Oh, Caro! Ich habe das abgeschlossen! Äh, was machen wir denn? Was ist jetzt denn los? Warte hin? Ich weiß nicht genau, wo wir hinfahren. Schöne Felgen. War die nicht mehr mit hier? Nee, das ist Betrügerei. Hans-Peter ist doch noch eine Runde. Oh, stopp. Stopp, ist zu eng. Sammeln mal eine Zahl. Zahl? Also, Peter. Ja, dann können wir drei Busse stellen und eine Linie. Welche was hier? Wir tauschen, geh du hinter den. Oh, du Stück Scheiße, Ronny. Ja, zu wann brauchen sie das? Was ist jetzt mit Willi? Da ist kein Platz, das ist für eng. Eine halbe Stunde. Vier Fahrzeuge. Ja, rechne ich aus. Und dann saue ich Ihnen, Frau. Ah, Willi. Okay. Ich will weg. Seine Frau kann vor ihm sein. Tschüss. Haben wir nur ein Taxi hier? Warum lachst du? Wir fahren mal zum Parkhaus, was hier direkt in der Nähe ist. Ja, welches Parkhaus, Chef? Das, was hier direkt in der Nähe ist. Parkhaus, Parkhaus. Da oben, die vier sind. Auf, Mann. Ey, was mit Pinseln muss mitkommen. Ja, jalla, irgendwie. Wie muss es los? Ihr kommt heute, Leute. Komm schnell. Ja. Ich hab keine Zeit. Nie hat das Zeit. Nie hat das Zeit. Ich bin gerade, ich muss gerade was ausreden. Halt das jetzt nur ein Taxi. Dreimal kompletter Bus und einmal Limo. Was machen wir für den Stundenpreis? Zehntausend. Weiß ich nicht. Mit Fahrer halt. Wenn vier Fahrer geben 20 Leute zum Transportieren. Ey, warte mal, wir haben drei Busse. Da brauchen wir gar keine Limo. Wo wollen die denn hin? 9, 8, 3, 3 Busse reichen, theoretisch. Ja. Na ja, eher zwei Busse und ein Taxi. Ja, aber drei Busse vor sich selber. Warum fährst du eigentlich die ganze Zeit rückwärts? Damit der Kilometerstand so geht. Ach so, ja klar. Gut Idee. So können wir wiederverwertungswert. Ja, richtig. Oh, nö, passt schon. Alles gut, kannst du weiterhören. Wo wollen die denn hin? Okay, dann bald deine Geheimnisse für dich, Gander. Ich weiß nicht. Ich muss nur gerade einen Preis ausmachen. Ich weiß nicht, für eine Stunde. 20, für 60.000? Also, Penner. Ja. Ja, Ronny? Ja, setz mal so 60 an. Das würde eigentlich passen. Willst du nur Springmesser und Schlagrings kaufen? Also, ich habe jetzt überlegt. Wir werden bei 20 pro Bus. Drei Busse brauchen sie ja nur. Dann wären wir bei 60.000. Wo willst du eigentlich hin? Zum Parkhaus. Hast du Schiff gesagt? Schiff hat gesagt. Ach so, nee, wir hätten Fahrer denn dabei. Wenn sie sagen, wohin denn? Ja. Ein paar im Kreis bisher irgendwann von sich gehen. Ja, richtig. Round in round. Okay, machen wir so. Jo, bis dann Frau Kabum. So, tschüss. Frau Kabum. So, was war jetzt die Sache? Ach ja, du kriegst Geld. Kommt zum Taxi, kriegst du Geld. Zum Taxi, okay. Ich bin voll anstrengend mit denen. Der ist immer am Labern, merkst du das? Ja. Seine Hand sieht aus, die hat schon die Form vom Telefonhörer. Hä, was ist denn jetzt mit der Kabel los? Welche? Oh, bam. Guck mal. So Idioten. Alles knallen, richtige Dullis. Ja. Wir haben nicht, wir sind... Guck mal, er fährt mit einem Mund auf. Oh, hoff. Wir sind Frau Pinsel. Ja, wir sind die Besten. Wir sind die Kings of the Street. Genau. Wir bauen uns ein Imperium auf. Ja. Und wir kaufen uns die Comedy Club. Ja. So, das wäre was, ne? Ja. Ich sag mal so, wir halten den Quatsch Comedy Club. Wir heißen hier die Show, wo man singt und so. Und dann bewerten die Leute ein. Pornhub. Oh. Ich meinte das Shame of Fame. Shame of Fame. Das will ich machen. Ah. Gott. Was denn? Mach mal das so. Was denn? Na, ich hab da einen Plan für ein Lied. Shame of Fame. Ja. Du, 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 du. Du, du, du. Okay. Hallo Maximilian. Ach, Gott. You can call me on my cell phone. Later when you need my call. I know where in the hotline bring. Danke. Haben wir Gelder zu machen, hier? Ja. Ja, ne? Sollen wir den ausräumen? Wir können uns ja einschließen. Ich hab dich einen Umschlag bekommen. Oh. Ähm. Ähm. Wenn sie funktioniert, ja? Ja. Ja? Du musst mit Anlauf auf die Karte reinsteigen. Also mit. Okay, mit Anlauf. Aber nicht laufen mit Angang da näher. Was? Also nicht laufen, also im Angang. Geht nicht. Was? Ist drin? Nee. Guck, ich zeig dir, wie es geht. Ja. Achtung, jetzt kommt der dramatische Angang. Die, 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 steckt. Achso. Also quasi wie Wurfanscheilen. Ja. Die, 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 die. Ah, getroffen. Wie ist er? Das is der dramatische Angang. Ich habe viel Geld. Ich wollte Twinkie überraschen. Ich habe auch viel Geld. Kannst du mir was Geld leihen? Ja. 7 Millionen Dollar. Oh. Was hältst du von... Warte mal, ich kriege noch Geld von dir. Wie viel? Ja, weiß nicht mehr. Du solltest aufschreiben. Oh, ich hatte keinen Stift. Ja. Wie viel Geld schuldest du mir? Weißt du, nur für die Jobs... Ja, immer die Hälfte. Block 50.000. Wow, was? Die eine habe ich dir gegeben. Ja, 18.000. Und dann noch die anderen Fahrten. Das waren... Soll ich dir 10.000 geben? Ja, okay. Oder 15? Ja, okay. Oder 4? 15. 15? Ja. Bitte. Gib mir ab. So, liebe. Bitte. Oh Mann, aber das ist verdammt viel Geld. Wie viel Geld hast du? 350. Boah, du bist ja völlig schnurig. Jo. Und ich auch... Hast du das Leitstellentelefon? Nein. Weil kriegen wir heute keinen Jobs. Hier. Danke. Bitte. Können wir jetzt zu einem Autohaus fahren in die Stadt? Ja. Okay. Komm. Okay. Ich bin hier ein Auto kaufen. Welches? Ingot. Es ist ein Supercar. Es ist ein Super-Wupecar. Aber dann muss schon zu einer fahren. Whoop that trick. Kill them. Whoop that trick. Und so muss jemand fahren. Ja, wir fahren in ein Taxi. Und dann? Dann lassen wir das Auto bestellen wir da erst mal. Oder uns fährt hier einer von denen. Nein. Okay. Oh, vielleicht können Willi uns fahren. Willi. Was hier bitte? Willi, wir hatten das Leitstellentelefon, weil heute kommt keine Arbeit rein. Äh, ich glaube, das hat keiner. Pinsel hatte das zuletzt. Ja, dann hol ich dir doch wieder. Wo liegt denn das? Pinsel, du hast das. Oder mach doch... Nee, oder mach doch... Ja, dann mach doch ganz. Knicker hatte das. Sonst stell doch einfach eine Rufumleitung auf dein Handy ein. Das geht doch auch. Pinsel, mach du das. Hat's auch die Rufumleitung. Hast du jetzt nur was zu tun, Willi? Äh, nee, warum? Was wollt ihr denn machen? Ich wollt für Twinkie ein Auto kaufen gehen. Soll ich da mitkommen, oder was? Ich hab's umgestellt. Ja, sehr gut. Wenn ich richtig gemacht habe, bist du jetzt bei mir. Ja. Ja, ich... Warte, wir können das ja mal ausprobieren, ja? Okay. Ich ruf dich mal an mit Dazi, ja? Ja, vier, sieben mal die fünf. Ich bin doch die. Das ist die einprogrammierte. Hast du jetzt den seinen Vorzweck gefressen? Oder was war das? Nee, aber... Ich hab mich gebückt dabei, damit er nicht in die Hose geht. Gern schön. Hat's funktioniert? Ronny? Ah, ich hab dich auf Sturm. Kurze Frage. Ja, junger Mann. Also, das ist ja ja ein Taxiunternehmen, ja? Ja, richtig. Brauchen Sie ein Taxi? Ja. Ja, dann, äh... Fahr mir sie. Okay, das wäre es lieb. Wo müssen Sie denn hin? Ich müsste zur Erdbeer fahren. Äh... Da steht mein Auto. Ja, können wir machen. Sollen wir drei den jungen Mann schnell fahren? Ja. Ja. Ich fahr durch in Istanbul. Willi. Ich hab Durst. Ja, du huckst hin. Ich dachte, Willi will mit. Das macht er auch. Er sagt ja Tschüss. Dann, ich muss suchen. Wer bist du? Zum Erdbeer fahren. Äh, ich bin der Willi. Zum Erdbeer fahren, genau. Rechierst du deine Augenbrauen, Sir? Äh. Das sind sieben Kilometer, Willi. Ja, warum sagst du mir das? Äh, weiß nicht. Okay. Wollt ihr nicht abkass... Ich kann... Ich kann die Rechnung auch gleich ausstellen. Willi ist Millionär. Nee, ganz schwer. Schön wäre. Jo, und du hast Autos. Hä? Und deswegen bin ich... Du hast Autos. Aha. Ich hätte ich auch gern. Ich hab einen Kevin und keinen Vorwärtschein. Ey, ich bin vom Krankenhaus zu euch gelaufen, weil keiner reingegangen ist am Telefon. Ja, weil irgendjemand das Telefon wieder verlegt hat. Ja. Ja, voll frech. Ja. Dumm Arschlöcher. Ich konnte nix machen. Ich muss die ganze Zeit... Fesseln einschneiden. Oh, oh. Oh, Entschuldigung. Du darfst ja so viel heulen. Wenn man so viel heult, dann kommt die Olga. Hallo, nein. Oh, oh. Oh Gott. Oh mein Gott. Wo sind wir? Hast du wieder den Sekundenschlaf? Ja, sind wir schon da? Oh Gott, nein. Oh, guck mal, da stehen Autos. Ich hab Angst. Brauchen Sie nicht. Brauchen Sie nicht. Ich war gerade im Krankenhaus. Ja, bist denn lieber heute. Bist denn hier geschlafen in den Chat, jo? Was? Ich wurde operiert. Was haben Sie denn gehabt? Äh, ich bin... Wir waren oben am Berg feiern. Nein! Und dann bin ich runtergefallen. Okay. Du musst hier jetzt schon ein Riesenkrater sein. Dann hatte ich zwei Rippenbrüche. Hey. Dann hatte ich zwei Rippenbrüche. Die eine Rippe hat sich in meine Lunge gebohrt. Danach wurde mir noch auf die Fresse gehauen. Warum das denn? Das ist aber eine Schalte. Das war richtig frech. Einfach so aus dem Nichts. Okay. Und dann hatte ich eine Platzwunde am Kopf. Eich, eich, eich. Da krieg ich Hunger. Kann ich meinen Finger da reinstecken? Nein, das ist doch schon wieder zugenäht. Können wir das wieder aufnehmen? Nein. Warum nicht? Weil das weh tut. Bist du ein Mann oder eine Maus? Ihr braucht dann noch einen zahlenden Kunden. Ja, richtig. Geben sie gutes Trinken. 2475. Wie viel muss ich denn zahlen für die sieben Kilometer? 3000. Wie viel? Okay. Das muss ich im Taxiometer gleich eingehen. Also 2475. Aber weil du cool bist, drei. Echt? Ja, das kann man gut durch drei teilen. Eher. Ich danke euch. Finde ich cool. Ist das okay? Hey, pass mal auf. Du verdienst eh viel Kohle. Du bist am Ärmperfeld. Wahrscheinlich verdiene ich viel Kohle. Mehr als wir. Wahrscheinlich. Das glaube ich euch nicht. Wir verdienen gar nichts. Oh Gott. Ich habe mir fast eingeschissen. Oh Gott. Das war ich nicht. Das war ich. Das war ich. Das war ich. Das war ich. Er. Aber der riecht nicht, weil ich habe heute noch nichts gegessen. Warte, du hast nichts gegessen? Das ist aber nicht gesund, ne? Nee, ich bin schon die ganze Zeit am Hunger. Soll ich dir ein paar Erdbeer pflücken? Nee, sowas ist doch keiner. Wo steht dein Auto hier? Warte, fahr mal durch. Ich dachte, der riecht. Das riecht nach Sex hier. Sieht aus wie ein Flughafenparkplatz hier. Warte, warte. Fahr kurz weiter. Hier, hier, stopp. Hier. Ronny, steigst du aus? Machst du die Rechnung? Nein. Ja, genau. Gott. Ja, Ronny, mach du. Ja, steigen Sie mal zu dem. Gehen Sie zu einem Kollegen, der kann Ihnen die Rechnung ausstellen. Willy, hast du schon meine Fällen gesehen? Ja, aber ich habe noch nichts. Warte mal. Oh, warte. So. Danke schön. Ruhe. Ein Ding. Fertig mal. Danke für mich bei euch. Ja, Fokarou. Fokarou. Ist chinesisch. Fokarou. Okay. Ich habe mir gedacht, die können keine Herr aussprechen. Welche, was? Aber sehr schöne Felgen. Warte, ich trage jetzt ein. Ein Kilometer. Ronny. Nein, du bist ein Betrüger. Ronny. Warum? Ronny. Was denn? Mach sowas nicht. Ja. Wenn der Chef das rausfindet, der wollte ich gestern schon kündigen. Ehrlich? Ja. Weil Pinsen nämlich betrunken Auto gefahren hat. Oh ja, da war ja was. Stimmt. Ich habe jetzt bitte so gebettelt. Aber ich hatte keinen Kunden. Na und? Aber du hast jetzt auch keinen Führerschein, also kannst du nicht arbeiten. Ja, wir müssen so einen Flughafen. Ich sage das ja immer wieder. Ich brauche einen Autohaus in der Stadt. Aber du, ich habe irgendwo gehört, dass du eine Fahrschule bald aufmachst. Ja. Ja, ja, ja. Da sind sie aber spät dran, oder? Wenn man jetzt schon... Ich kann voll gut fahren. Ja. Die lernen dann alle im Crash-Dirby. Ich werde Fahrlehrer. Oh. Boah, ich nehme zwei Jobs auf als Fahrlehrer. Oh ja. Geht auch Bock, Fahrlehrer zu werden. Ja, du kannst aber kein Auto fahren. Ja. Oh Gott, ist das nass. Wo ist denn ein gutes Auto raus? Ähm. Ja, kommt drauf an, was du ausgeben willst. Ja, ich suche ein Fahrzeug von der Marke Ingot. Wat? Ingot. Ingot. Ingot? Ja, Ingot. Ja, das ist... Ist aber nicht so lecker dann. Warum? Ingot. Ja, Ingot. Tamam. Tamam, Abi. Ingot halt. Kennen die nicht Ingot? Nein. Kennen die Diggensack? Na klar. Gott. Du hast den Muster versagt, da kriegst du wieder einen gehauen. Ja, wenn ich sage, ihn gehört, dann sagt er immer, hau ab. So, 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 so ein schöner Tag. So ein schöner Tag. Genau wie ich jetzt mache. Du hast es gesagt, lass deinen Schein hervorrollen. Komm, wir singen wieder, Pinsel. Der BCMS ist... Nummer 915. Ich ruf mal an und frage, wann die jetzt machen. Ja, mach mal. Was ist das denn? Hast du Schlauatmung, oder? Ah, okay. Arme Skäden. Ich bin erschöpft. Warum wovon? Ich habe mich schütteln. Du hast auch nichts gegessen. Das ist mir auch schnell erschöpft. Ja. Was ist denn ein BCMS? Ruft der da wirklich an? Wo ist denn das Auto aus, really? Ah, du bist Krankenhaus. Okay, dann war's dann. Einmal an der Southside, da gibt es aber nur die Schrottkarren. Danke, Sir. Ach, äh, Ronny. Ja. Gib mal, äh... Ich muss Schluss machen, mein Akku hat nur noch 85 Prozent. Tschüss. Gib mal das Autohaus ein, da wo der Baustellenhändler ist. Nee, keine Schrottkarren. Nee, ist ja keine Schrottkarren. Da wo der Baustellenhändler ist, da gibt es die guten. Ach so. Versalten. Deja vu. Oh. Deja vu. Warte mal, Prinsel, ist das nicht dein Fahrrad? Ja. Das habe ich hier geparkt, als ich das andere Auto gefunden hatte. Das ist nicht lustig. Warte hin. Die haben aber kein Autos hier. Doch. Doch, du kannst dir die da im Katalog angucken. Wie kannst du dir da? Was wolltest du sagen? Nein, nix. Was wolltest du sagen? Was wolltest du sagen? Nein, ich wollte nix sagen. Dann hättest du wieder in Schlappatmung geendet und deswegen war ich's für mich. Ach, in dem Katalog? Hier im Katalog? Ja, da liegt, genau. Blättern, blättern, blättern. Ah, die haben das. Wen? 50.000 Dollar kostet das. Wie viel hast du? Die haben, ich hab 63 oder so. Aber ich hab dir nur noch 15.000 gegeben. Ja, ich hab doch 63. Also, hast du eigentlich rein? Kann ich das hier bestellen jetzt hier? Ja. Ja. Und dann fahren die das hinten raus? Ja. Dann fahren die das hinten raus. Ja, quasi. Und ich kriege die Papiere und alles? Warte mal, stopp, stopp, stopp. Was denn? Fahren die hinten raus, weil es ja innen gehört. Fahren die da dann nicht dorthin, wo unser Auto steht? Äh, das sehen die doch, dass da ein Auto steht. Ja, wenn die nicht dumm sind? Ja. Dann würde ich einmal das innen gehört nehmen. Und? Okay, der Pferd ist nach vorne, hat er gesagt. Hab mit Karte gezahlt, ja. Fahre mal blättern. Einer muss das Taxi fahren, man muss das bestimmt Versicherung abschließen gehen und so, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, du musst noch ein Kennzeichen raufpacken. Du hast keinen Führerschein, dann geb ich Willy kurz meinen Autoschlüssel. Brauchst du nicht, ich hab den Schlüssel für die Taxi. Für den Cap 01? Ja, ja. Willi hat alle, hier ist ja Fuhrparkmensch. Oh, komm mal. Oh, da ist es. Oh, du warst aber schnell mit dem Ausparken. Das ist ein schicker Flitzer, ne? Weil Twinkie und ich haben Familienplanung. Ehrlich? Ja. So mit Babys und so? Ja, nein. Quatsch. Kaufen nur zwei Hamster. Okay. Boah. Das ist mein Auto. Wow. Was für ein Gefährt. Da müssen noch geile Reifen drauf. Ja, das ist richtig wunschnittig. Ja. Hat was. Ja, ich muss Versicherung abschließen. Wo geht das? Und ich brauch nur mein Schilder. Ja, bei der Zulassungsstelle. Hast du dich schon überlegt, was du für ein Kennzeichen nehmen willst? Na klar. So euer Jahrestag oder sowas. Was? Oder... Da kommt nochmal ein Nein. Oder... Ich weiß schon, was da draufkommt. Okay. Ich fahr euch nach, okay? Könnt ihr vorfahren? Ja. Ich kann nicht. Ich hab keinen Führerschein. Ich fahre, okay? Oh. Oh, das ist aber bequem. Taxi downtown. Das ist super bequem. Ja, wo bist du? Bist du in da? Wo ist die Dankeschön für den Prime? Wieso lässt du mich an, Binnie? Ja, du fährst doch immer. Du bist daxig auch. Komm, ich muss nur mal füllen. Nimm den Führerschein auch abgeholt. Nimm den Filder. Wir haben Kunden. Sollen wir... Ja, wo das sagt mir, wo das ist? Der ist direkt hier in der Nähe. Und Hoardhändler. Ja, warte. Dann hol den mal gerade. Okay. Der ist nicht weit weg. Dann mach du den Kunde. Okay. Wir warten dann bei den Nummern schildern. Aber den ist so ätzend. Oh shit. Pass auf mein Taxi auf du dumm Kopf. Wo muss ich hin, Willi? Zur Zulassungsstelle. Weißt du, wo die ist? Ne. Äh, warte mal. Pass auf mein Taxi auf du dumm Kopf. Das war schon so. Das ist schon mal leid. Boah, Pinsel. Boah, das ist ein Knall. Guck mal, ich hab das im Navi eingegeben. Boah, das hält sich aber gut. Das freut Twinkie sich. Okay. Das ist unser Traumauto. Herrlich? Ja. Da ist auch hinten viel Platz, ne? Großer Kopfraum. Deshalb ja. Ja. Bis? Ich muss das lackieren lassen. Auch noch. Ja, das kostet wie toll. Das ist eine Lackierung. Oh, das kommt drauf an. Gibt ja... Gott. Weiß ich gar nicht, wie viele Schichten du hier drauf machen kannst. Power Walker. Hier ist die Zulassungsstelle. Ja, ja, ja. Warum ist die denn in einem Lager? Keine Ahnung. Die haben das... Ich glaub, die alte Zulassungsstelle wird grad renoviert. Will ich auch hoffen. Ich hab Durst. Ich hab Hunger. Hügele! Hallo. Ja, okay. Muss ich das hier unterschreiben, Willy? Ja. Okay. Okay, die werden gemacht. Eine Minute. Dann kommt der mit den Schildern? Ja. Okay, super. Und die baut die auch dran. Oh, das ist gut. War das nicht deine Freundin vorhin? Wer? Die mit den weißen Haaren? Weißen? Ach, die Shirin meinst du? Shirin? Ja, die so mit das R so gerollt hat. Weiß ich nicht. Mit den weißen Haaren. Ja, ich bin die Shirin. Ja, genau. Nee, das war vom Arthur, die Freundin. Ja, richtig. Aber, hä, wer war denn da noch mit weißen Haaren? Ja, nur diese eine Frau. Ja, das ist immer Arthur, seine Freundin. Hattest du zu dir am Telefon gesagt, dass du die Windpeinsch aufs Bangladesch bist? Ach so, nee, das war die Katie. Ah. Ja. Katie Paris? Nee, Katie, äh, ich weiß ja nicht, wie die mit Nachnamen heißt. Paris? Ja. Paris? Da hab ich zu dir gesagt, wie die? Du bist die Windpeitsch aus Bangladesch. Ja, richtig. Was schrubst du im Pinsel an? Braucht aber auch wieder lang. Ach, da guck mal, da kommt der Typ. Ja. Ja, da hat der Auto. Können sie draufschrauben. Dankeschön. Pinsel gib den Bruder, die Typen. Unser Hetz schlägt für der FC Köln. FC Köln. Für der Easter Club am Ring. Ah, da ist schon fertig. Unser Hetz schlägt für der FC Köln. Will ich fahren mit zur Werkstatt? Okay. Kennt er doch nicht. Wo Sonne sching. Unser Hetz schlägt für der FC Köln. Was ist jetzt hier los? Uneinst, das blieb bestonnen. Der FC Köln, ja, der FC Köln, der wird niemals um... Was ist los? Das Ding ist so schick. Findest du? Wir nehmen dich in unsere Band auf. Ja? Pinsel. Ja. Der Willi singt wunderschön. Wir nehmen ihn in unsere Band auf. Okay. Ja. Willkommen zum Werkstatt. Von Hasenpäder? Ja. Jawohl. Da, wo wir vorhin waren. Jawohl, ich komme. Komm dahin, wir sind in mir. Da kämpft Bertha immer im Busch, da musst du aufpassen. Wer ist Bertha? Bertha? Die Schwester von Eure, die ist nur noch schlimmer. Ja. Oh Gott. Die hockt da immer. Oh. Und pass auf mein Taxi auf. Ja. Ja. Ich komme, bin auf dem Weg. Okay. Feier. The one. Bees. Bees. Oh Gott. Bees. Irgendwie gar. When I say. I want it. Oh, warte, warte, warte. Oh. Irgendwas nicht, wenn man direkt reinfährt. Okay. Aber hier ist keiner. Ich glaube auch nicht. Warte mal. Baby, baby. Tell me why. I did it again. Wo gibt's denn noch Autowerkstatt lackieren Dinge? Äh, warte mal, ich ruf mal gerade. Press to me. Eins, zwei, drei. Ja, den Willy. Oh, warte, die sind da. Willy, Willy, Willy. Warte, wir telefonieren. Ja. Okay, das ist auch sehr nett. Die Leitstelle klingelt und drückt mich dann weg. Ja. Ja, asozial. Asozial. Wunderschönste Auto in der Welt. Oh. Geht dir besser, Bischof? Bist du noch am Krankenhaus? Da. Ja, wir spielen. Okay, nee, dann lass uns, äh, das ist nicht wichtig. Gute Besserung, mein Freund, ja? Ach, Quatsch. Sorry. Das ist nicht, der meinte, ob ich stimmt, das als, als Scherz. Mensch. Was? Worauf mein ich jetzt? Wir überlegen, zu welchem Werkstatt wir fahren können. Also, der... Jetzt, mir fehlen die Worte. Martin. Ich glaub, ist jemand gestorben. Du blödes Arschloch. Du blöder, dreckiger Penner. Ich glaub, der ist nicht tot. Ich hab jetzt wirklich gedacht, hier nehmen sie die Beine ab, Bishop. Boah. Ich hab mich das angemacht, wenn ihr die beleidigt. Ach so, ja, dann macht das. Ich wusste, was ist hier mit eurer Leitstelle? Die drückt mich weg. Haben die keinen Bock zu arbeiten, oder wann? Sag, wir fahren links, dann fahren wir zur Konkurrenz. Fahren wir... Ja, ich geh mal in die Werkstatt, dann schlag ich da das Interieur zusammen. Okay, ich guck mal, ob ich schon... Pass auf dich. Der ist ja schneller da, als ich gucken kann. Der kommt gleich. Warte, ich lüge für uns. Kann der auch lackieren? Ja. Ja, der ist der Chef hier. Ja, dann warten wir kurz. Dann drück mich weg. Ja, komm, Pensel. Boah, schau, du hast dich. Ich hab so unfassbar durst. Du musst pinkeln, das passt doch gerade. Arschloch. Du musst das Auto ausmachen. Pensel? Ja. Hast du was zu trinken bei? Na klar. Warte, ich muss das Auto ausmachen. Kannst du mir was abgeben, bitte? Hier. Danke, das reicht nicht. Noch mehr? Mehr, 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 mehr. Ähm. Bier. Das war nix zu trinken. Ähm. Komm, wir tauschen, was wir trinken und essen. Brauch nicht. Ich geb dir das hier. Okay, ich brauch. Oh, danke. Jetzt hab ich zwölf. Aber du hast nicht mein Twinkie. Mein Twinkie liegt auf Couch. Was gehört? Wir werden in die Band aufgenommen. Design. Ja, wir machen in der Cantina-Band. Nur besser. Äh, wir haben einen besseren Namen. Nein, wir schreiben unseren eigenen Text. Okay, aber wie sollen wir uns denn nennen? Habt ihr einen Namen? Ich hätte den perfekten Namen für uns. Ich weiß es. Welchen denn? Ja, weil wir arbeiten noch alle drei im Taxi. Ja. Ja, dann wären wir die Cap Street Boys. Boah, stimmt. Wir sind die Downtown Cap Street Boys. Downtown Cap Street Boys. Ich bin Officer Down. Ich bin, äh, Officer... Von Downtown... Caps. Couch. Ich bin... Piflitzer. Piflitzer. Weil ich immer so schnell fahre. Piflitzer. Hype, hype. Hype, hype. Oh, guck mal. Sollen wir... Sollen wir... Sollen wir... Sollen wir... Eigene Texte schreiben oder so mit Cover machen? Äh, ich würde sagen, wir fangen mit Cover an, oder? Oh, oh. Also wir schon... Oh, gute Frage. Ja? Warum? Was ist passiert? Seiden Harden hier. Take a no more cross. Kann ich fast erkennen? I'm so... I'm so... I'm so... I'm so... I'm so... The Seiden Harden hier. Das ist von Nelly Furtado. Echt? Deine Beine willst du verdienen, Herr Bishop? Die müssen ab... Der soll nicht telefonieren oder so herkommen. Oh mein Gott, ich lege auf. Er macht es dramatisch, aber ich habe gehört, dass du... Dass du... Dass er dich verarscht hat. Sag mal lieber, welches Lied wir covern sollen, Pinsel. Ich wüsste da eins. Ähm... Hände... So... Ne? Arschloch! Hahaha! Gedeutscht! Voll der Matrix Neo! Hahaha! Oh Scheiße! Du bist so langsam! Ich bin Deutschmeister. Den hast du mir geklappt, Bixer! Ich bin Deutschmeister. Ich bin Deutschmeister. Kannst du tunen? Hallo Herr Bishop, aua! Aua! Pina, das wollte ich auch! Arschloch! Zack, über eine Karre gebummst. Aua! Tut mir leid, dich wollte ich nicht hauen. Äh, kannst du tunen? Nur eine Lackierung kann meine... Du bist doch Chef. Ja, ich bin hier Chef, aber ich kann nicht lackieren. Pinsel, dass du einfach angetmuppelt. Weiß? Er willst du, ich habe schon gehört, dass du Quatsch erzählst. Ich habe das echt geglaubt, du Penner. Hab ich gesagt, die Tischbeine müssen ab. Ich habe mir wirklich Sorgen gemacht. Keiner in der Werkstatt. Bischof, was kostet eine Lackierung? Achso, okay. Hier wollen wir nämlich wirklich Autolackieren. Habe mich nur gerade gewundert. Deswegen, nee, alles gut. Bischof? Vielleicht. Ja? Was kostet eine Lackierung? Äh, Fulllackierung 11.000. Das müsste ich noch haben. Äh, mit Prozente 15, ne? Mit Prozente. Wollte ich gerade sagen, du bist für Taxi, ne? Ja. Ja. Ja, ja, kriegst 15.000. Bis bei 9.100, irgendwas. Aber ich brauche nur ein paar coole Felgen. Herr Fischkopf, ich wollte nur sagen, danke. Für was? Kann ich auch auf, kann ich auch auf Dings zahlen? Ja, ja. Tut mir leid. Kann ich auch, ähm, auf Raten zahlen? Hm. Also musst du mir die anderen zahlen. Äh, warum gibst du mir gerade Nage? Ja, nee, Ratenzahlung nicht. Das ist nicht viel, kriegst ein paar Prozente, alle süßig. Ja, aber ich brauche nur ein paar Felgen. 5.000 oder so kosten. Ey, ich wollte nicht sagen, weil das ist ne Lackierung. Ja, und ein paar Felgen. Ja, kaufst du ein paar Billigfelgen von ATU und dann geht das. Autoteile Unge? Ja. Autoteile Ascher. Kommt jetzt jemand? Ja, die kommen. Autoteile Wien? Gib mir auch Chips. Ascher. Hier. Kennst du nicht die Werbung? Autoteile Ascher, die haben doch dieses Lied. Ach, ich kenn' den. Du bist doch der Chef vom Casino, ne? Ich weiß jetzt, wie du wirklich mit Vornamen heißt. Ich hab am Freitag, als ich die Tür gematert, hab ich Dinge... Und? Nochmal, wie? Wat? Wat? Du hast gerade irgendwie dich überschlagen beim Reden. Nein, der Handische, hat der gesagt. Warte, wat? Der Handische. Ich hab dir gesagt, den Geführename, den weiß ich jetzt. Dein richtigen Vornamen. Wat? Oh, das riecht nach... Oh Gott. Das riecht nach rot. Das riecht nach gar nichts. Das hast du nichts gegessen heute. Ja, das stimmt. Also... Ich hab' nicht so gut. Boah, ich hätt' jetzt irgendwie Hunger auf. Ich hab' mich für bekloppt, aber ich find's mir in der Weile gar nicht mehr schlimm. Du hast den einen ja auch eben weginaliert. Ronny, musst du aufpassen, wenn nicht, dass du dich mit der Nasehaare an der Arschhaare verknotest, wenn du ihn wegatmest. Luthes, wolltest du sagen, ne? Ja, ja. Ist er mit dem Kopf in der WW-Pommes? Ja, ja. Schön den Goldschein, den Hummel rubbeln. Ja, was ist Mystic, 15 Tests? Oh Mann. Weg, Luthes. Ja, Rollenspielsüchtigen, ja. So sieht's ja aus wie ein Nerzeroth. Ich bin Paladin, Level 12. Ich hab Schwert und Schild. Ehrlich? Na klar. Und mein und Tänke auf Kurzbeind. Tänke oder Heel? Kannst du auch auf Diddy? Paladin, nee. Ja. Ich bin Paladin. Ja. Paladin, ja. Ich bin Heeler, alle sterben. Ja. Ja, genau. Du Klicker. Backpaddles. Ihr wisst nicht, was euch erwartet. Gott. Können wir bitte aufhören damit. Ja. Darum spielt ihr keine Computerspiele? Ja doch, aber zu. Ich mach Speedruns in Hello Kitty Insel Spaß. Ehrlich? Na klar. Peanut, du bist doch so ein Multiboxer. Ja, bin ich auch. 17 Monitore hab ich. Ja, 10 Druiden. Let's go. Alle in Bärchen. Let's go. Alle in Tank. Für die Abwechslung. Für die Abwechslung. Tatsächlich bin ich eine absolute Granate gewesen im Spiel. Welchem Spiel? Ja, weil der Kriegskunst. Okay. Kennst du nicht? Ich lege zu alt. Deine Wappenskill. Willi weiß nicht mal, wie ein PC angeht. Was soll das denn heißen? Na, du alt bist. Ja, das wirst du wieder hier nicht stehen. Warum? Dann werde ich zu Hause und würde weiterprobieren. Richtig. Da haben wir wieder gekickt. Da hat ich wieder gekickt. Oh Gott. Da stand im Flugzeug in der Broschüre. Ich hab gleich wieder Sumpfarsch. Das ist genauso letztens mit den Führerscheinen. Ja, das war sowieso die Krönung. Du hättest mal heute den Polizisten erleben müssen bei uns im Tank-Diode-Quartier. Ich hab schon gehört. Ich hab schon gehört. Hast du die Border Patrol weggepittet, hab ich gehört? Ja. Hat dann wieder WC. Ich hab die nicht gepittet. Ach, du weißt das gar nicht, Pinsel, ne? Pass auf. Ich hab die nicht gepittet. Ich hab den so windschnittig geschnitten. Und die sind dann voll in so ein Fahrradständer reingekracht, ne? Ja. Aber kommen zum Taxi-Hauptquartier mit dem Fahrzeug hingefahren, womit die dann einen Unfall gebaut haben. Und sagen zu mir, ich hab einen Unfall verursacht und unterlass eine Hilfeleistung. Ja, Moment. Bevor du weitererzählst. Ja. Haben, bevor der Peanut aufgetaucht ist, haben die dann zum Knicker und mir gesagt, dass die, wenn das hier nicht geklärt ist, der Taxi zumachen und der Taxifahrer, der das war, wird nie wieder in ein Taxi steigen dürfen. So. Und dann kam der Peanut. Na, jetzt geht's weiter. Dann kam ich. Dann hab ich die auseinandergenommen. Dann hab ich, der wollte mir tatsächlich sagen, dass ich einen Unfall verursacht hab, obwohl das Fahrzeug noch gefahren ist, ne? Und vor der Tür stand. Und dass ich unterlassene Hilfeleistung gemacht hab, weil ich nicht angehalten hab, obwohl ich der verursacht von einem Unfall war. Ja, aber die stehen vor uns und waren nicht im Krankenhaus nix. Ja, ich bin dumm. Und dann sagt er, ja, in meiner Sicht war das anders. Oh nein. Dann hab ich den gefragt, ob der das grad selber merkt, was der sagt. Und dann war der irgendwann so mad, dass die abgehauen sind. Das war so schön. Hätte ich mal meine GoPro dabei gehabt, das hab ich keinen aufgenommen. Da hatte jemand anders bestimmt eine GoPro dabei. Boah, Max, du musst das VOD gucken. Guck dir das an, Alter. Glaub mir. Der war so angepisst, ne? In meinen Augen war das anders. Der Typ war so angepisst. War das völlig Michalski oder so? Keine Ahnung. Ich schmitze schon. Ich hab die ganze Zeit versucht zu helfen, aber ich konnte nicht. Ich hab zudem gesagt, der Unfall sah für mich nicht so aus, als hätte ich anhalten müssen. Weil die sind in so einen Fahrradständer reingefahren und er sagt, ja, doch. Aber steht vor mir. So aufgebaut, ne? So überhaupt nicht verletzt nix. Guck mich am Arsch. Und die Leute sagen, wir kicken rein. Halt doch jetzt endlich mal eine blöde Schnauze. Und das Beste ist, die können nicht mal autofahren, obwohl die Training hat. Ich fahr seit fünf Tagen Taktik und verbessert sie. Und ich hab meinen Führerschein vom Flughafen. Ich tue. 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 Dieses Telefonat war aber auch super. Könnt ihr bitte aufhören jetzt? Hätte ich jetzt nur einen Zahn und einen Schnäuze, dann habe ich lieber. Da. Okay. Die kommen gerade auf vom Flughafen. Ja. Ja. Ich hab mir Schurz angesagt. Und die sollen meine Karre lackieren. Sind das überhaupt keine, Leute? Nee, nee, nee. Boah, scheiße. Was ist das? Auch gerade vom Flughafen gekommen. Ja. Ist das jetzt? Koko. Ja, deswegen haben die Helme auf, wa? Straight out der Fahrschule. Hahaha. Aber nicht schlimm. Das ist Ansichtssache, ne? Was da so passiert ist. Woll ich auch gar nicht. Hahaha. Hatte ich wirklich gemeint, meine Augen sah das anders aus. Hast du das? Hallo. Komm mal her. Alles zu Koko. Boah. Boah, mein Herz hat 3000 BPM. Ach. 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 Ich hab ein Schlagring. Was hast du? Was hast du? Ein Schlagring. Ja, was willst du denn damit? Das weiß ich ja nicht. Ja, hau den Bücherbeiner rein. Komm mal her, Willi. Halt mal still. Nee, nee. Bitte nicht. Ach. Quatsch. Ach. Ach. Warte. Wann kommt der Typ jetzt? Was ist denn hier? Da schau mich. Hahaha. Du Schatz. Was war denn? Ich hab mir noch krachen gehört. Hahaha. Hahaha. Die nehmen das hier alle nicht so ernst. mit dem Mindestabstand. Hahaha. Du meinst mich fertig. Hahaha. Grüße. What's ballin? Hallo. Hey, Tag. Was geht ab, Schauspieler? Alter, wer bist du denn? Es hat die Erdnussbuttercreme hier. Ich bin's, Peanut. Alter, Erdnussbutter, wie geht's dir? Lackierst du hier die Karren? Äh, ich kann dir die lackieren, aber dann... Aber du nur hier rumrennst, ne Junge. Das ist absolute Wahnsinn, Junge. Hallo, Alaykum. Hallo, Alaykum Salam. Ich bin... Ich bin... Ich bin Tankwart geworden, Kollege. Und wer... Soll ich dir mal zeigen, was ich mach den ganzen Tag? So, ich kann nicht meinen Tag mitnehmen, wenn du willst. Nee. Hast du noch deine Air Jordans? Ich hab noch meine Air Jordans, ja. Ich bin... Ich kann auch hier... Wie heißt das? Aber du lackierst hier nicht, ne? Nee, ich kann die... Ich kann zwar lackieren, aber ähm... Dann müsstest... Ja. Schwierig. Das ist so... Das ist so wie mit Kinder... So ein Kindertuschkasten. Das hält nicht lange. Scheiße. Bischof, wann kommt der Lackiermeister? Alter, Bischof, Junge. Wann kommt der Lackiermeister? Wie, 5 vor 8. Wir haben... 10 nach 11, Junge. Alter, Peanut, Junge. Was machst du denn? Bist du Taxifahrer? Ja, na klar. Ich bin Big Business da machen. Alter, gib mal Nummer, Schatz. Ja, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Wenn das wirklich deine Nummer ist? Nee, das ist die Leitstelle vom Taxi. Alter, jetzt gib deine Nummer. Ich möchte dich nachts anrufen, dass du mir jetzt ausstirbst. Ich bin nicht mehr lang da. Entschuldigung, was sagen sie da? Weiß nicht, was du da behauptest, Handy. Oh, nee, soll mir gehen, bitte. Oh, nee. Dreimal die 5. Ja, die hab ich schon. Nee, ich krieg den Gerechtigkeit. 3, 3, 7, 7, 8. 3, 3, 7, 1, 0, 5. 3, 3, 7, 7, 1, 0, 5. Bist du Peanut Butter? Na, Peanut Smolz. Hast du nicht gesagt, dass du ins Gefängnis musst, Letzten? Äh, ich... Ja, ich saß schon drin. Ich saß unten in der Zelle und hab mit Fischer ein bisschen gequatscht. Ach so, ja. Einen Moment. Wer ist das? Boah, das sind irgendwelche, ähm... Wie nennt sich das? Irgendwelche Cops sind das. Sie sind ganz hochrangige. Boah, darf ich am Finger ziehen? Oder pupst du dann? Teil der Crew, Teil des Chefs. Teil der Crew. Hallo? Besser abends für die Schauspielerangeldet. Ja klar. Morgen fängt die an, morgen ab 20 Uhr. Cool. Ja, Karl? Hi. Ja, Karl? Ja, Karl? Alter Ronny, Junge, bist du das? Ja, Karl, Junge. Hallo, Bruder. Der Kalifornien mit seiner WoW-Gilde. Alter, Junge. Ist der Mainhealer da oder was? Ja, ja. Nee, ich. Aber wie du? Ja, ich hab noch ne PUBG-Jacke an. Ich könnte, wenn ihr möchtet, ich könnte Rana machen. Wie hat ne PUBG-Jacke an? Ja, guck doch auf meinen Rücken. Da steht doch dickfett PUBG-Creator-Jacke. Ja, da steht Kimo. Nee, da steht 4XL. Dein Geschenk dir ein Stück hätte. Nee, da stand Kimo-Style. Und wo ist die Zahnbürste? Die hat Scardy noch in seiner Kulturbeute. Die liegen noch bei ihm hier. Das ist ein Scardy. Das ist ein guter Freund von mir. Ist das ein Mann? Ja, das ist ein halber. Scardy? Ja, Scardy. Das ist sein Gangster-Name. Zweiten Name? Contessa? Ja, das ist Bubi. Sie rufen einfach Bubi halt die Klappe. Ah, guck mal. Der ist der Toner. Ach nee, ich bin hier. Ah, büß dich. Hallo. Ihr wollt jetzt gerne was lackieren lassen. Ich möchte gerne mein Auto färben. Ja klar. Und das Taxi müssen wir abholen. Alter Junge, was ist das denn für eine geile Karre? Das hab ich Twinkie geschenkt. Alter. Bist du der Lackiermeister? Ja. Achso. Ähm. Ja, ich wünsche was Peanut, wir hören uns. Soll ich den Schlüssel arbeiten? Hau rein. Ja. Soll ich den Schlüssel geben? Ja, bitte. Okay. Da bitteschön. Mhm. Dankeschön. Gut, dann fahren wir mal rein. Gucken wir mal rein. Schönelein. Ähm, Pinsel, kann ich mir, wenn ich nicht genug Geld hab, einen Schuss bei dir holen? Ja. Kannst du mir was leihen dann? Wie, ja. Ja. Ja? Ja, na klar. Dankeschön. Komm, wir müssen Platz machen. Teil der Kuh. Teil des Schiffs. Teil. Äh, mein Hals, wegen dir. Warum? Weil ich so viel... Ja, ich kenn das, das Problem hatte ich auch mal. Schon mal ein ganz, ganz berühmter war ich da. Hätte ich auch mal Halsschmerzen. Ja. Du musst dir Gesangstabletten holen. Ja. Oh, Gesangstabletten. Ja. Aus der Apotheke. Sind dann diese blauen Pillen? Nein, nicht die. Äh. Okay. Was denn? Musst du denn nicht schon lackieren, hallo? Ja, deswegen frage ich ja. Wundert mich auch gerade. Okay. Okay. Aber komm, hier steht nur einmal. So, dann gucken wir mal, was man mal mit dem machen kann. Ah nein, nur lackieren und Felge. Junos, warum lackst du? Was hat der denn? Was hat der? Ich weiß auch nicht, der Ronny ist kaputt heute. Also, wir können nur an dem machen, Farben, Hupe, die wohl nicht so richtig gut funktionieren. Dann können wir ihn tiefer legen, Fenstertönung und das war's. Ich möchte gerne ein paar neuen Satzfelgen und die markieren lassen nur. Okay. Dann gucken wir mal die Farben an. Okay. Welche Farben? Ach, der Projektdossier? Mhm. Okay. Boah, ich weiß keine Farbe. Vielleicht finden wir ja was Gutes. Meint ihr das von Hand nachher auf Auto? Nein, nein. Der hat doch seinen Computer, siehst du es nicht? Wir produzieren das hier drauf und dann wird das dann in der Kabine drauf, die Farbe gemacht und dann trocknet das zwei Stunden und dann, genau. Genau zwei Stunden auf die Minute. Mhm. Ja, Pi mal Daumen. Ja, Pi mal Daumen. Nein, nicht Pi mal Daumen, genau zwei Stunden. Genau zwei Stunden. Auf die Sekunde genau. Auf die Sekunde genau. Richtig. Pünktlich wie die Maurer ist das dann fertig. Ich hab dann das rausgefunden, dass das genau noch eine Stunde ist. Äh, hat der Primär und Sekundär? Das sieht schon schick aus, ne? Ich mach jetzt grad erst mal hier Primär. Das Primär, okay. Das sieht aus für den Oberteil. Wo ist das Blau überhaupt? Und dann machen wir Sekundär. Wo? Ne, Sekundär kann... Ah! Ne, 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 das soll schwarz bleiben. Ja? Was? Ja, guck mal, kannst du auch zwei Farben machen. Nee, das kostet Quanta viel Geld. Ich bin pleite fast. Der Ronny hilft dir aus. Unten sieht man da doch eh kaum. Ja, unten soll schwarz bleiben. Okay. Unten soll schwarz. So, dann... Oh, nur unten, du Anfänger. Ja, das ist doch der Projektor, du Idiot. Ja, natürlich. Lass den Lackiermeister jetzt... Sorry, lackieren ist hier bitte oben. Mit dem Projektor. Lass es sein jetzt, Pilger. Ja, schön. Ja. Welche Farbe haben wir denn jetzt hier? Rot könnte man nehmen? Nein. Mild. Ist das dein Auto, oder? Das ist nur ein Pisser, ne? Der zieht weiter. Weiter. Nächste Form. Projektion. Was denkt dir, was Twinkie gefallen könnte? Was, äh... Gelb wie der Oberteil. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Oder lila wie der Slipper. Warum weißt du, dass es Slipper lila ist? Na, weil der einen Kilometer rauskommt. Das heißt aber nicht, dass du hingucken darfst. Ich habe nur geguckt. Ich trage dir eine Projektmappe rein. Einfach dazu stellen, merkt keiner. Boah, ehrlich? Ich kriege eigentlich mal einen Fall. Ich weiß. Oh Gott. Das Brot von vorhin sah ich. Superschön. Brot? Ja. Teich mal noch gelb. Boah, gelb könnte auch cool aussehen. Ja. Und vielleicht dann unten den Streifen doch grün. Die hat doch so ein grün-gelbes Oberteil, oder? Weiß ich nicht. Also, wir machen jetzt mal hier gelb. Das wäre jetzt mattgelb. Ach du Scheiße. Widerlich. Nein, das sieht nicht gut aus. Nein, das hat schön nichts. Siehst du jeden Kranzer? Vagus por favor. Gelber Vogel. Dann haben wir Bananengelb. Taxigelb. Taxigelb. Rot sah gut aus. Rot sah echt gut aus. Gut, dann gucken wir mal den Rot durch. Oh, sitzt Bischof im Rollstuhl? Ja. Bischof hat Rollstuhl? Bischof hat Rollstuhl? Ja. Das sah gut aus. Das sah gut aus. Das ist jetzt zum Beispiel. Das ist mega knallig. Ja. Das sah schön aus. Sollen wir es noch ein bisschen knalliger machen? Nee, nee, so ist perfekt. Weißt du, was geil wäre, wenn du das Dach braun machen würdest? Weißt du, was geil wäre, wenn du gehen würdest? So, machen wir. Wie soll dein Gehle sitzt im Rollstuhl? Nein, Bischof, war nur Spaß. They see me rollin. Nee, oben braun, dann rot, dann gelb und unten auch wieder braun. Hast du einen Burger? Nein. War auch schön. Rot ist gut. Rot ist Blut. Ja. Das Roten würde ich nehmen und ein paar Felgen, wenn ihr welche dafür habt. Okay. Welche Felgen sollen das werden? Kannst du die so dran halten, damit ich da so einen Vergleich habe? Mhm. Danke. Ich geh einfach mal mal ein paar durch. Okay. Am besten Chrom. Chrom. Okay. Boah. Nee, die nicht. Aber das fängt schon gut an. Die nehmen wir. Die nehmen wir, die. Nee. Die da? Nee, nee, nee. Davor. Die da? Ja, die nehmen wir. Das ging schnell. Ja. Und was ist, wenn er noch bessere hat? Ja, wir können noch... Ja, stimmt, hast recht. Wir können nur noch weiter gucken. Nachher älgerst du dich. Die sind auch schick. Die sind auch... Boah. 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 Nee. Nee, das scheiße. Nee. Das bin wir. Da nehmen wir alle Hakan. Boah. Die sind gut. Nee, die sind nicht gut. Hä? Ja. Habibi. Assalamualaikum. Habub. Jalla, ich steig ein. Boah. Boah. Da die... Boah. Boah. Ha ha. Ha ha. Die nehmen wir. Ich will nichts mehr sehen. Die nehmen wir, ja. Gut. Ja, jalla. Mach. Mach auf. Gut. Sollen die sonst nichts mehr machen, oder? Nee, sonst nichts mehr. Nicht tiefer leben. Nee, das ist alles zu teuer. Nee, ich bin arm. Ich bin jeden Tag am Schwitzen für mein Geld. Okay. Wir kriegen übrigens Rabatt. Ja, wir kommen vom Taxi. Ja. Bitte. Bitte. Lützen. Gut, dann machen wir den Sofwechsel. Wie teuer wäre das jetzt? Moment. Fünftausend für alles? Nee. Vier. Nee, wenn du dir kein Geld dafür hast. Wieniger. Freiter. Freiter. Was? Was? Hä? Hä? Ula? Ja. Hallo? Lass den Malermeister doch mal kurz aussehen. Ja. Sie ist ja der Projektor, Meister. Ja. Handschuhfach auch. Boah. Reni ist ja ihr Chef. Oh ja. Oh. Scheiße. Nicht, dass der so rumlungen sieht. Was denn? Ich hab mir nur ne Frage. Warte mal. Fischkopf sitzt im Rollstuhl und eben kam er angelaufen und hat mich verbrochen. Mich? Äh. Ich glaub der simuliert nur. Ja, ich glaub auch. Hau den doch da aus seinem Rollstuhl. Kann ich mal die Bremsen reinsteigen, dann fällt er auf die Nase. Ja, mach mal. Ja, mach mal. Welchen Werwürf wäre das erst noch, Freda? So. Ja. 12.000 macht es dann. Pinsel, kannst du die Rechnung zahlen? Ich weiß nicht genau, wie viel ich drauf hab. Ich glaub so 11.000 oder so nur. Kannst du das machen? Wir gehen gleich zum Bankautomag. Gib rüber. Okay, danke. Mhm. Dann mach ich den so fertig jetzt. Ja. Super, super schönes Auto. Ich find das halt echt nicht schlecht, ne? So für normale Characters. Der Erdnuss? Ja. Was denn? Wenn die Farbe nur nice ist, darf ich da mit dem Finger reinschreiben? Nein. Dein Freund Pinsel? Nee, aber du kannst das einmal Tourenbreit mit einem Edding schmalen. Mit einem goldenen. Okay. Was hältst du von dem Auto? Könnt ihr denn richtig gut? Das ist schönes Auto. Bei allen Dingen, du hast recht gehabt mit dem schwarzen Streifen unten. Passt besser. Ich hab Geschmack. Ich muss das gleich nur... Also... Nein, das wird ja lackiert. Morgen. Ich muss das morgen gut verstecken, wenn ich Twinkie überrasche. Oh. Wo willst du den denn verstecken dann? Hm. Heißt noch nicht. Vielleicht... Oh, ich hätt ne Taxi vielleicht. Nö. Am Taxi? Ja, oder auf dem Parkplatz da beim Taxi. Und dann sagst du, komm, wir parken ein Taxi aus. Wir gehen jetzt arbeiten. Hm. Dann gehst du an dem Wagen vorbei und sagst du, oh, guck mal, der sieht aber schön aus. Dann seht ihr bestimmt das Nummernschild. Dann super Überraschung. Okay. Oh, warte mal. Ich hab das gehört. Ich hab das gehört. Bitte. Der ist... Kann ich den noch morgen Mittag abholen? Ja, geht auch. Den hab ich schon geklärt. Stell dir den dann raus? Ja, wir stellen den noch raus. Okay, vielen lieben Dank, Marlalack hier. Kein Problem. Bis morgen dann. Projektor Meister. Ja, bis morgen dann. Viel Spaß. Und viel Spaß. Tschüss. Die Hände zum Himmel. Komm, lass uns fröhlich sein. Wir... Hast du jetzt mit deinen Arschbacken geklatscht, weil deine Hände waren oben? Du Profi. Kann ich mit dem Mund. Guck mal. Fand der echt nicht so gut? Und weißt du, was das Problem ist? Absolut, die Kacke war das. Du darfst keine Leute, nicht so viele Leute nehmen, die zusammen sind. Also zusammen fahren oder sowas. Genau. Das Problem war, Jutta, diese ganzen Ruskis, die da waren, die gelben. Die haben, glaub ich, fünf Autos gehabt und die haben alle zusammen gemacht. Die sind alle zusammen und die ganze Zeit zwischen den Runden haben die da gestanden. Und diskutieren, auf wen sie gehen. Wie schnell lackiert der? Wie schnell lackiert der? Ey, das ist... Wo fährt der mit meinem Auto hin? Der fährt mit einem... Der hat den Projekt durch. Im Komplett ein Team gemacht. Die haben auch auf die Regeln geschissen. Ich hab... Auch wenn niemand mich sieht und ich mich überschlage... Wo fährt der mit meinem Auto hin? Der war noch gar nicht in der Kiel. Der war noch nicht in der Kiel. Wie, der war noch nicht? Achso, okay. Ja, Ansichtssache, ne? Ansichtssache, ne? Nein, ich schaue wieder. Mein Ohr in was anders. Da kommt er. Der hat den Projektor auf die Scheibe geklatscht. Wo ist denn mein Auto? Besser sagst du nix. Das muss jetzt trocknen. Na, Ronny. Lass ihn mal machen, bitte. Nee, nee. Guck mal. Da steht doch noch da drin. Sieht er? Da ist es noch. Jetzt... Ähm... Ist grad zugegangen. Ich sehe da nur ein Nullerkennzeichen. Ja, ist... Ist grad zugegangen. Oh Gott. Ich hab hier sogar richtig spät gecheckt. So. Leute, ich bin müde. Ich kann nicht mehr. Ja, gehst du spät? Ja, Schöp, ich komm mein Auto morgen abholen, okay? Ja, ja. Ja, wenn ich dann... Wie viel hast du bezahlt? Wenn ich das finde. 12.000. 12.000. Das geht ja. Also Pinsel abbezahlt. Ich muss dir gleich das Geld wiedergeben. Ach, mal entspannt. Und wenn du mal Security brauchst für dein Casino, hier stehen drei Top-Leute vor dir. Echt? Ja. Also wenn ich mich in die Tür stelle, kommt da keiner rein. Ja, wenn das Casino irgendwann auf ist. Das ist eigentlich eine gute Idee eigentlich. Muss ich sagen. Ne, also wenn das Casino auf ist, suche ich immer noch Leute. So ist das nicht. Ja. Ich glaube, ich fühle dich an der Tür, muss ich sagen. Ja. So die Leute, deine Schuhe, kommst du nicht rein? Ne, du kommst doch nicht rein. Ja, warum? Aber ich kann lernen. Haare schwarz. Aggressiv. Haare schwarz. Haare schwarz. Ich kann lernen. Du bist zwölf, du hast Vollbart. Wohin? Wohin mit dir? Pack man das Messer weg. Was, mein Bruder? Was? Egal, in welche Familie du kommst. Du kommst hier nicht rein. Egal, ob Abu Chäka oder wie die heißen. Egal. Die Familie ab muss lesen, was das bist. Kopfschmerzen. Ich geh mal schnell zu Olga. Ja, tschüss. Ratiopharm. Danke für Nutscher, Willi. Wie Kopfschmerzen. Warum schubst du den? Ich hab mir die Brille ausgesucht. Guck mal, wie der fliegt. Da vorne liegt bis in den Gehirn. Da liegt bis in den Gehirn. Da hinten ist ein Ufer. Das waren meine magischen Finger. Du bist Willi. Hast den einfach weggeschubst. Das war Free Willi, Juni. Ich hab den Job. Der ist ein Fischkorb. Nein, nein, nein. Sieh, du. Jetzt ist der vorübergeflogen. Lass mich auch an die Tür. Ich hab den Job. Ihr beide an der Tür, Alter. Kommst du mit rein? Boah, ich würd gern mal so am Disco. Haben sie einen Ausweis für mich? Aber warum stöhnen die denn? Das ist Sarah Colner, ne? Die sieht aus wie Sarah Colner. Nur ein bisschen älter. Ah, Joghola. Boah, dann schreien die denn immer so. Ah, Joghola. Geil. Abhol, Papa. Hallo, bitte nicht so laut. Danke, bitte. Mein Schuh, wegen dir hat mein Willi eine Erektion. Nein, eine Erektion. Wie auch immer. Der macht's auf Klo. Ich würd's so gern mal sagen, ob ich das ist. Guck mal, der Chef macht sich am Hiniuter von. Entschuldigung, aber sowas bitte hier nicht machen, okay? Was denn? Also, diese Aussage, dass der Willi eine Erektion hat, also... Ja, das hat der gesagt. Nee, das weiß ich nicht. Das war der da drüben. Pinsel war. Dahinter beim Auto. Pinsel hat eine Erektion an den. Ja. Das ist nämlich sexistisch. Richtig. Das geht hier nämlich gar nicht. Tut mir leid, aber sowas... Ja, Pinsel, entschuldige dich. Entschuldige dich. Ich weiß, ich habe... Das macht man nicht. Oh, nein. Guck mal, da ist der White Knight. Das steht auch wieder stramm. Wir haben dich nur geprankt. Guck mal, da ist die Kamera und da und da. Und jetzt kannst du löschen. Und hier ist auch eine Kamera. So was bitte in Zukunft einfach unterlassen. Dankeschön. Ja, weiß ich. Was hat der Ronny gemacht? Dann machen wir die ganzen White Knights wieder. Ronny, was hast du angestellt? Ich habe Erektion gesagt. Der hat gesagt, du hast eine Erektion. Okay, und deswegen ist der jetzt sauer gewesen. Ja, frag nicht. Na klar, das ist sexistisch. Die Frau fühlt sich dann nicht so gut. Entschuldigung, aber ich würde solche Aussagen gegenüber einer Frau unterlassen, wenn sie die Leute nicht kennt. Pinsel, entschuldige dich. Pinsel, entschuldige dich. Los. Ja, Pinsel, entschuldige dich, Willi. Du musst dich entschuldigen. Los, hab die Eier in die Hose. Auch wenn heute ein Schneeblottag ist. Was muss ich jetzt machen, Frau Schnee? Du musst dich entschuldigen. Entschuldigen. Geh auf die Knie und sag heute alles Jute zum Schneeblottag, es tut mir leid. Das ist auch sexistisch. Warum? Heute ist der 14. März. Oh Gott. Dann entschuldigt man sich, Pinsel. So was macht man nicht. Ja. Geh mal hinterher und entschuldige dich. Das ist eine ganz unangenehme Situation. Ja. Geh mal hinterher und entschuldige dich einfach. Das war wieder zu viel, Ronny. Geh hin. Ja. Aber die läuft immer weiter. Ja, geh hin. Ja, dann geh doch rein, entschuldige dich. Warum? Das macht man nicht. Okay. Du könntest dich aber auch entschuldigen mit deinem Schneeblottag, du Arschloch. Hä, heute ist Schneeblottag. Ja, aber das musst du dir... Hä, der Schnitzel-Blootjob-Tag. Ja, das ist auch sexistisch. Das ist ein Feiertag. Existisch. Bishop, das ist deine Mitarbeiterin, du gehst dich auch besser entschuldigen. Hä? Oh, alles Gute zu Weihnachten. Oh, es tut mir leid, das war sexistisch. Das ist... Nee. Doch, geh dich entschuldigen. Nee, geh nicht. Sonst verrate ich dem Peanut deinen richtigen Vornamen. Geh dich lieber entschuldigen, sonst gibt's heute Abend Suppe. Nö. Und die wird versalzen sein. Nein, sowas macht man nicht. Hä, was ist denn an Schneeblottag so schlimm? Ja, weil das was sexistisches ist. Hä, das ist ein Feiertag. Nein, weil du von Ronny gesagt hast, bück dich. Oh, Ronny soll auf die Knie gehen, sich entschuldigen, hab ich gesagt. Ja, aber ich glaub, die hat das falsch verstanden mit auf die Knie gehen. Ja, das ist nicht mein Problem. Na gut, ist deine Mitarbeiterin, mir ist ja legal. Böser Bischof. Warte ist die, eh doof, oder was wolltest du sagen? Fünf Arme, Maria. Nee, die ist nicht doof, aber die Chef, der hier eben war, der ist doof. Nein, keine Ahnung. Manchmal versteht man Spaß nicht. Ja, manchmal... Du kennst doch, ne? Aus Spaß wurde Ernst. Und Ernst ist heute zwölf Jahre alt. Ja. Das ist immer so. Wo bin der denn? Ach, Ronny. Die wissen halt nicht, wie man mit Mädchen quatscht. Hätte ich sowas zu Twinkie gesagt, ne? Puh. Da hätte ich aber auch verfassungsbekommen. Ja, Willi, danke für die Antwort. Ja, gerne. Ich war gerade noch an Überlegung. Ach so, das hast du vorgelesen. Ich muss ins Bett. Ja, ich glaube auch. Keiße. Ich war gerade am Überlegen, was dich auf Bauch reimt. Bauch? Ja. Elektrizitätswerk. Ja, stimmt. Dachte er an Lauch. Lauch, Bauch, Maus, Haus. Was macht der? Danke dir. Gerne. Bis später. Ja, Hadi. So. Ich habe kein Auto hier. Ich habe es nicht ganz verstanden, warum die Sau ist, aber ich gehe jetzt ins Bett, Leute. Ach so. Ich habe kein Auto, ich bin in der Werkstatt Monkeys. Okay, zumal ich. Äh, ja, wir sind aber gleich schon, ich gehe jetzt gleich ins Bett. Ich gehe jetzt auch ins Bett. Jetzt schon? Ja, wir sind, ich bin müde. Nö. Ja. Doch, zumal ich. Okay, dann komme ich an der Werkstatt abholen. Willi, kannst du mich ins Bett fahren? Okay. Ja, ich fahre, komm. Oder du hin. Ja, okay, Hadi. Ich schlafe im Taxi, oder? Und bei Willi in dem Haus. Dann fahre ich dich zu Willi. Okay. Danke. Gehst du auch ins Bett? Ich gehe noch nicht. Okay, gut, dann sehen wir uns gleich. Ja, warte mal. Willi, kommst du mit? Ja, ich muss ja mit, aber der Hadi, Moment mal. Wo wolltest du hingefahren werden, Ronny? Zu dir nach Hause. In Spät. Zu mir? Ja, du musst das im Navi eingeben. Ja, ich komme, wir kommen gleich zum Parkhaus 10. Ich weiß, wo du wohnst, Willi. Ja, wir sind gerade auf dem Weg schon. Ja, wir müssen den Ronny kurz nach Hause fahren, dann kommen wir zum Parkhaus 10. Äh, der Peanut und der Ronny. Der Ronny geht aber jetzt ins Bett. Peanut, nicht Pina. Peanut? Peanut, wie die Erdnuss. Das bin ich. Nee, du sagst die ganze Zeit Peanut. Peanut ist türkischer Frauenname. Ja. Okay, dann, also treffen wir uns jetzt, äh, Parkhaus 10 gleich. Okay, bis gleich. Tschö. Ich hatte heute einen schönen Tag. Ich auch. So, wir haben gleich Kundschaft. Aber, vielleicht nächstes Mal ist er noch schöner. Oh Gott. Wieso? Ronny, gib mal Adresse ein. Na, weil die Alte mich da... Ich weiß, wo du wohnst. Ehrlich? Oh ja. Ja, das hat, hat doch Pinsel uns zu zeigen. Also? Ach ja, stimmt. Wir ziehen da direkt um die Ecke auch rein. Habt ihr da jetzt ein Haus gefunden? Mhm. Mhm. Oh, das muss ich mir ja gleich zeigen. Ja. Was muss ich dich da? Zeige. Das heißt auf Deutsch zeigen. Pinnenschnecke. Mein Freund Erdnuss? Mein Freund Pinsel. Komm, zeige doch ein bisschen du. Ich wollte nur sagen, mit dem Geld, das hat keine Hektik. Mach entspannt. Ach so, ja, stimmt. Hab ich schon wieder vergessen. Nein, wirklich, ich meine das so. Alles gut. Hier ist doch ein Geldautomat hier. Irgendwann. Ich hab jetzt keinen Bock. Soll ich da hinfahren? Nein. Gut. Bist du so müde? Nein, aber ich brauch's jetzt nicht. Ich hab 400.000 im Konto. Warte mal, Pinsel der Schnurrer verleiht Geld und willst nicht sofort wieder haben. Ja. Kein Schabu. Weil es gibt Freunde und es gibt Menschen. Ja. Okay. Und zu welchen Leuten gehöre ich? Du bist mein Freund. Und Erdnuss ist auch mein Freund. Bist du hin? Vorbei. Guck mal hier. Oh, was? Hier, Herr Ope, würde ich. Jetzt sehe ich mir turnieren. Ach, echt? Ja. Das ist hier quasi direkt hinter mir. Ja, können wir Dosentelefon machen. Ey, das ist super, weil da können wir uns bei mir auf der Terrasse treffen. Ich hab einen schönen Schwimmingpool. Ja, können wir mal Party machen bei dir. Auf jeden Fall. So Pinsel, das macht 3.000 Dollar. Äh, oh. Oh. Das ist der Mike sein Auto. Dann musst du aufpassen. Mach's auf den Rechnung. Mach auf den Biedeckel. Na, okay. Gute Nacht, Ronny. Leute, ich wünsche euch eine gute Nacht. Nein, nicht über das Auto steigen. Gute Nacht. Nicht über das Auto steigen. Bist du morgen auch arbeiten? Hm. Ich weiß nicht. Entweder man guckt. Oder hast du dolle Heinz weh? Ich habe eigentlich ziemlich dolle Heinz weh. Ich gucke, wie es mir morgen geht. Ansonsten übermorgen. Okay? Ja, okay. Okay. H-D-G-D-L und H-D-G-D-L. Bye-bye. So, nur müssen wir hin, Willi. Park aus 10. Park aus 10? Der Hadi braucht Hilfe mit seinen Autos. Keine Ahnung. Okay, ist er hier nicht zu mecken. Ja. Gucken wir uns, ne? Dämmel ins Lure. Ja, Lure, wir machen... Kicken wir mal rein. Ja, nicht kicken. Lure, ins Lure. Nein, Lure kicken, ja. Immer mal. Kicken macht Spaß. Du musst noch der kölsche Zungenbrecher lernen, ne? Ja. Wie denn? Kanariefögel, die Züngel, die Zübchen. Kanariefögel, die Züngel, die Zübchen, die Zübchen. Ja. Hier ist... Oh. Wo ist der Hadi? Das Hadi. Hallo, Hadi. Hi. Soll ich parken? Ja, park mal hier. Was willst du denn jetzt gemacht kriegen? Haare? Hm? Bart? Äh... Äh... Wie Haarebart. Hä? Ja, du brauchst doch Hilfe. Ja, ich muss jetzt wieder nach... Äh, zu dem Westpüschi-Kanäle. Äh, was sollen wir jetzt machen? Äh, ich muss... Ihr könnt mich doch runterbringen, kurz. Okay. Wo sind die, Willi? Grüß dich, Willi. Ach. Ach, Kalle. Na? Wie ist es? Ach, alles super. Wir parkieren hier. Au, wa... Äh, ja, mir geht es gut. Tschö. Was, ich muss denn... Hadi, kannst du mir verraten, wo die Kanäle sind? Ja, ich hab auf GPS. Oh, danke. Hast du... Ähm... Das sind... Warte, putter... Ja. Ja, äh, ich komme gleich wieder. Ich muss jetzt mit Taxi quads. Da muss mein Auto loswerden. Weißt du? Willst du ein Auto loswerden? Ja, perfekt. Ey, perfekt. Gott, dann bis dann. Gut, tschö. Perfekt. Oh, der ist... Oh, der ist ein Scheißtag. Warum ist das denn passiert? Festhalten, Deja Vu! Ach gut. Warum ist das denn... Oh, Gott. Ja, äh... Du weißt allerdings noch, Willi, ich wollte ja Cube Diner machen. Oder ich will die Cube Diner machen. Ja. Ja, wo es dann sagt heute, nö, Cube Diner gibt's nicht mehr. Wie? Cube Diner gibt's nicht mehr. Nö, gibt's nicht mehr. Ja, und jetzt? Jetzt hab ich dort Herzblut und Liebe reingesteckt und Geld. Sauviewe Geld. Und jetzt alles weg. Äh, ja, hat der jetzt einfach den Laden dicht gemacht, oder was? Ja, nee, nicht dicht gemacht. Der ist ja... Der läuft ja auch beim Cube, warst du? Ja. Er hat aber gesagt, hier, das habe ich... Danke für den Lauf. Ja, aber bist du dann jetzt arbeitslos, oder was? Ja, gut, ich arbeite ja aktuell auch bei Bennys. Ja, aber wer füllt denn dann die Trucks auf? Ja. Keine Ahnung. Oh. Oh, oh, oh. Deja Vu! Oh, 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 oh. Und noch mal. Ich habe Ruhe. Oh, wir müssen hier reichnen. Und noch mal. Ja, ich wollte drüber. Perfekt. Ui, 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 wie viel macht's das? Oh, ich hab ich mal gewohnt. Ja. Ihr recht. Ja, ist doch okay. Ich weiß, mach 3.000 ab. Nein, 1.100. Ja, 3.000 macht. Okay. Ja. Müsst' mir aber aussteigen. Ja. Und bisschen vom Auto weg. 3.000? Ja, 3.000. Dankeschön. Ja, kein Problem. Was ist das? Oh mein Gott. Ist das dein Haus? Nee. Schön wär's, wenn das mein Haus wäre. Nicht traurig sein. Ja, was ist nicht traurig? Ich warte schon seit neun Monaten drauf. Und jetzt... Dankeschön. So war's. Wolltest du ein Restaurant aufmachen? Ja, klar. Schon seit neun Monaten. Und ja, jetzt alles weg. Ja, ich hab jetzt zwei Pounders. Ich hab mein Italy-Ex auch Italy verkauft, deswegen. Ja. Ja. Ich hab mich gefreut über ein neues Restaurant. Ja, klar. Ja, ich... Ich versuch noch einmal den Burgerschat zu beantragen. Zum fünften Mal. Burger-Schuld? Ja. Der hier um die Ecke? Ja, genau. Den will ich. Das ist sehr cool. Ja, klar. Oder Hulkies auf dem West-Terrain auch cool. Ja, gut, aber... Das haben die... Dings da. Ich will mehr Dings da in der... in der Stadt haben, weißt du? Macht mehr Sinn. Das stimmt auch. Ja. Und ich nehme halt... Der Ursch will ich ja den Burgerschat auch irgendwann ausgebaut haben, aber erstmal halt den Zugwaggon übernehmen. Bis ich erstmal genug Geld habe, um... für die Umbaukosten. Ach, schlimm. Das habe ich vorhin gelesen. Dieser Waggon wird auch... Kann man auch jetzt pachten. Ja, und den wollte ich ja schon seit neun Monaten. Warum kriegst du den nicht? Keine Ahnung. Weil die... Die haben viermal den... Antrag für... Ja, irgendwie verlegt. Abgelehnt? Ja, nee, verlegt. Und jetzt, äh... Geh ich am Mittwoch nochmal dorthin und, äh... Hier, auch auf den Tisch. Wann denn am Mittwoch? Ich komme mit. Ich unterstütze dich. Ja, um 17 Uhr. Okay. Mittwoch 17 Uhr. Das ist ja nicht so ein Haus, großen, ne? Ja, Rathaus. Ich feuer dich an. Ich komme mit. Ja. Ich muss erstmal wieder Kräfte sammeln. Das hat mich komplett rausgehauen. Lass dich nicht unterkriegen, Heidi. Ja, klar. Wir müssen zusammenhalten. Ja, für die... Oh, Mensch. Oh, danke schon. Oh. Nicht so fest, Heidi. Oh, je. Oh. Entschuldigung. Oh, ja, kein Problem. Das ist eh eine frische Luft. Ja. So, der Wilde wartet. Ich muss weiterziehen, Heidi. Ja, mach das, ja. Lass dich nicht anquatschen. Mach ja auch nicht. Tschö. Tschö. Viel Spaß beim Taxifahren noch. Tschö, Heidi. Tschö, Heidi. Tschö, Heidi. Arme Heidi. Warum, was habt ihr besprochen? Ja, der hat mir erzählt von seinen Bürgerschutzräumen und so. Sein, was für Träume? Bürgerschutz. Ein Bürger da vorne. Guck mal. Ah, okay. Siehst du oben? Den großen Bürger, der leuchtet. Ja. Ach, da, ja. Das ist Bürgerschutz. Aber die haben geschlossen. Der will den aufmachen. Ja. Aber die haben seine Dokumente verlegt und so. Guck mal hier. Ja. Schon hübsch, ne? Ja. Guck mal, schöne Parkplätze. Ja. Hier würde ich auch gerne essen gehen. Aber ich esse eh überall. Ja. So, Heidi. Willst du auch Feier machen? Nö, du? Nö. Hast du die Leitstelle? Oh, warte mal. Lass ich mal gucken. Ich müsste meins Krankenhaus. Wo bist du denn da? Ja, der hat mich doch vorhin geboxt, der Bishop. Ach so, ja. Dann fahren wir mal dahin. Sollen wir drüber gucken über den Dicken. Komm bitte auf einmal. Machst du mich so fertig. Heute war lustig. Aber ich hab Twinkie vermissen. Deja vu. Was war denn mit der? Ging es dir nicht gut? Nur heute kam ihre Serie im Fernsehen. Und die wollte das gucken. Ah, okay. Und zwei Kilo Eis essen. Ja. Hallo und bitte nicht auf der Mauer rumlaufen. Das ist gefährlich. Abfahrt. Man muss nur sein Gleichgewicht halten. Okay. Oh mein Gott, wo kommen die denn alle her? Oh, das ist jetzt. Da ist noch Nissenes. Die stehen schon wieder auf unserem Parkplatz. Park doch hier rückwärts. Ja, genau. Oh, Nissenes. Ich kann super dupe gut autofahren. Oh, pass auf. Ey, kurze Frage. Ey, ich hab nichts gemacht. Nehmen Sie alles, was Sie wollen, bitte. Ey, geht's... Alles gut, alles gut. Nee, alles gut. Oh, das stinkt. Nicht mich überfallen. Ey, das ist doch ganz angenehm. Geht's dem OP gut eigentlich? Wo ist denn deine Frau, Kollege? Geht immer gut, ja. Wir sind im Hotel. Oh, Willi. Nee, mit dem auch wie. Dich hab ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Bist du Taxifahrer? Ja, sind wir beide. Ja. Na, wie ist es dir? Gut, gut. Und dir? Ja, auch. Soweit, danke. Wir müssen auf der Mauer sein. Gut, den Sheriff. Der Kollege. Den Sheriff. Ja. Wir tanzen auf der Mauer. Auf der Mauer, auf der Lauer. Wie packt der denn? Kleine Wanze. Der hat dich zugepackt. Geht euch mal die Wanze an. Der hat dich zugepackt, Silly. Auf der Mauer, auf der Lauer. So, sollen wir mal deinen... Wie geil sind zugepackt? Dann fahren wir den Schubs und wir den einfach weg, da. Null, da pushe ich jetzt von rechts, komm. Ja, wo bist du? So, wir gehen mal... Okay. Nehmen Sie alles, bitte. Ich will nichts von dir, alles gut. Ach so, okay. Willst du was von mir? Ja. Nimm die Hände hoch. Ich wollte dir das zu essen anbieten, aber ich hab grad nichts. Nimm die Hände hoch. Sonst, ähm... Was macht man jetzt? Und ich suche und die Waffen abnehme und so. Okay. Aber dafür muss ich deine Hose gucken. Nein, brauchst du nicht, alles gut. Ach so, geht das ohne? Ja. Ich muss jetzt ins Krankenhaus. Ja, dann gute Besserung. Danke. Aber vorher reib ich nur meinen Schwanz an dem Auto. Dein Kollege hat gesagt, du stehst auf Nüsse. Moment bitte. Okay. Absz. Weißt du, oh Gott. Auto anpinkeln. Der hat uns zugeparkt. Okay. An... Hast du gehört, was die gemacht haben? Nee. Die haben so Geräusche gemacht, wie Hornisten. Die haben so die ganze Zeit gemacht. Absz. Ey, Meister, was wird denn das? Ich tafel dein Auto an. Was machst du? Ich tafel dein Auto an. Ich tafel dir gleich eine. Du hast unser Taxi zugeparkt. Ja, ich stand da vorne auch, wo dein Taxi steht. Du darfst hier nicht so parken, meine Ken. Aber du, oder was? Ja, wir haben Sonderlaufende. Wir sind Taxi. Dann zeig mir her. Ja, Willi. Was? Willi, wo steht, dass wir Sonderlaufendes haben? Warte mal, ich hab... Was sagst du? Ich hab Klingeln auf dem Ohr geraden. Wir dürfen doch hier parken, oder? Ja, wir Taxi schon. Ja. Wir holen ja einen Kunden. Du bist böse. Hä? Nee. Du bist gefährlich, aber du bist böse. Wie sollen wir nicht da rausfahren? Wollen wir nochmal Crash-Debby-Rennen machen, hä? Was? Dann schieb ich dich weg. So wie vorhin. Nee, tust du nicht. Na, aber doch. Hab die Fliegen sehen. Du bist ein guter Fahrer. Ja, komm. Das stimmt. Aber ich hätt gewonnen. Na, du bist eben bloß so weit gekommen durch dein Gewicht. Ist das Auto nicht abgehoben? Warum gehst du auf mein Gewicht? Ich sag doch auch nicht, dass deine Unterlippe aussieht wie eine kleine Muschi. Ich beleidige dich auch nicht. Nee, das ist ja auch ein Kompliment, oder? Das ist doch kein Kompliment. Na, klar. Nee. Du sabberst mir sogar. Ja, Ansichtssache. Ja, eben. Das hör ich schon zum Zweimal heute. Ja. Muss das so sehen. Du bist halt stabil. Ich konnte selber nichts sehen, weil ich auf dem Boden leid. Fahr bitte vernünftig. Ja, wo soll ich denn hinparken? Ja. Guck mal, die fahren alle weg jetzt. Ja gut, dann kann ich nicht den stehen. So, wolltest du nicht wegen deiner Schotterkopf? Ja, ich will. Oh, was? Aber das machen nur Hunde. Was machen Hunde? Äh. Dein Auto pinkelt. Achso, nee, ich hab getafelt, nicht gepinkelt. Ja, das ist ein Unterschied. Ja. Für mindestens drei Zentimeter. Ja. Hat der gesagt, du hättest nicht getroffen? Weiß ich nicht, was der ist. Ich hab nicht zugehört. Sehr gut. Oh, da ist die Magnolia. Die ist wunderschön hier. Magnolia! Sag du wunderschön. Der Willy findet dich schön. Du schöne Blume. Du schöne Blume. Auch. Da kommt sie. Jetzt, pass auf. Na, Willi, der aller schönste Taxifahrer. Ja, Magnolia, meine wunderschöne Blume. Pass auf, Willi, Miss Lange. Oh, was? Miss Lange. Oh Gott. Pass auf, das ist eine Königsfrau. So, ich trage den Hüfen. Magnolia, Frau. Ja. Ich wurde heute geprügelt. Nee, die Leitstelle kümmert sich gerade um die Schlange. Schlange. Ich wurde heute gehauen. Ja. Gehauen würdest du? Auf die Schulter vom Bischof. Dann wahrscheinlich zurecht. Nein, gar nicht. Der wollte den Pinsel hauen, hat er bei mich getroffen. Wer ist denn der Pinsel? Mein Freund, mein allerbestester Freund. Ja, cool. Kannst du über meine Schulter gucken? Ich kann nicht drüber gucken, aber ich kann dich auf die Triagekarte schreiben und dann, sobald ein Arzt frei ist, wird er sich bei dir melden. Okay, danke. Warte, wir müssen ihm helfen. Er ist lange. Keine Ahnung, was mit Felix ist, aber ich heiße Marvin. Übrigens, Willi, weißt du, wie der Tag heute ist? Okay. Er heißt Marvin. Heute ist Apfelkuchen Sonntag. Das hast du abgespickt. Das hast du dir nie im Leben gemerkt. Das habe ich mir gemerkt. Danke, das ist mein Apfelkuchen. Ey, gib den her, das ist mir. Ich bin weg. Das ist ja... Aua! Nein! Ich habe dich gebissen. Ja, ich habe es gemerkt. Hast du mich in die Karatekarte eingetragen? Karatekarte. Nee, ich kenne ja deinen Namen gar nicht. Ich bin Peanut Smooth. Alles klar. Peanut Smooth. Peanut Smooth. Dann, Sekunde, schaue ich mir mal kurz deinen Kopf an. Komm, wir gehen mal, Magnolia, komm, wir gehen ein Stück zur Seite. Die Schlange redet zu viel. Schlange Marvel. War das dein Haus, Juri? Heiße Marvel. Und Panther, danke für du bist am sechsten. So, also Peanuts Mouse, ja? Mit Doppel-L? Oder mit... Baby, Baby, soll ich dir meinen Ausweis zeigen? Ja, bitte mach mal. Okay. Der ist aber in meinem Portemonnaie. Ja, dann such dir mal. Ja, ja, ja. Ja, sehr schön. Okay. Dann gebe ich das so weiter, ja? Doppel-Kön. Wie ist denn die Name, wenn ich fragen darf? Perfekt. Ähm. Was tut mir weh? Die rechte Schulter. Also ich merke das aber nur beim Autofall. Das zieht so ein bisschen. Ich schmerze im Reh. Schulter. Der Telefon ist noch an. Wer holt sich nach? Ich merke ein Vorverkaufsrecht bei den coolen Häusern. Marc. Hör auf. Du hast aber eine große Tasse Ton in deinem Handy. Ja. Oh, Junge. Du warst mich auch kaputt. Grüßte Opa. Hi. Na? Alles gut? Auf jeden Fall bist du eingetragen. Du kannst dich hinten hinsetzen. Sobald ein Arzt weiß, kommt er zu dir. Opi, willst du auch uns, niggas? Ja. Wollt ihr auch was Süßes haben? Nee, danke. Wieso brauche ich nicht? Steht doch schon vor mir. Ah, Dankeschön. Du bist auch ganz süß. Da ist aber auch noch was drin für die Hand. Ja, ich nehme Twinkie Overs mit. Für Twinkie, ein für mich. Nein, ein für den Impost. Hast du was von Diego gehört? Ja. Dem Fußballer Maradona. Der ist nicht mehr da. Der ist nicht mehr da. Ja. Ja. Oh, Dankeschön. Das ist richtig. Komm, wir setzen uns hin, oder? Ja, würde ich sagen. Dann können wir uns ja mal unterhalten. Ja. Das ist wichtig. Oh, guck mal, die sind am Kuscheln. Ja. Elf. Ihr seid aber süß. Ja, ne? Ja. Danke. Wie jetzt? Super süß. Ich glaube, ihr solltet auch besser auf den Berg gehen. Bye. Was? Heute kickt es richtig rein, das sag ich dir. Ich merke es schon, ja. Ja, jetzt müssen wir nur vier Stunden warten, bis die sich meine Schulter angeguckt haben. Ja, ich glaube auch. Hallo, Panter, was geht, Brüdi? Bye, have a good time. Aber, weißt du, was ich nicht gedacht hätte, dass du dich so schnell bei uns einfindest. Warum das denn nicht? Ja, wie ich deine Fahrkünste gesehen habe, am Anfang habe ich schon gedacht, ach du Scheiße. Ich lerne schnell. Ja, und gut. Ja. Bis vor zwei Monaten konnte ich nicht mal einen Schleifer machen im Schuh. Ehrlich? Cool, hinterrufen. Oh, der hat mich gerade auch versuchten. Nein. Hallo. Hey. Hey, Peanut. Was ist los? Ich kann nicht so laut sein. Warum? Ich verstecke mich gerade. Auf wem? Für einen bösen Mann. Okay, weißt du, wo Willi ist? It's only game. Warum musst du ihn machen? Ich habe ihn vorhin gesehen. An der Werkstatt unten. Weil, äh, äh, hier unser Kalle hat Geburtstag, ne? Kalle Graf. Wer hat Geburtstag? Kalle Graf. Ja, das ist unser Kollege. Der mit dem Schick angezogen ist, mit dem Hut. Ah, okay. Feiern wir jetzt eine Geburtstagsparty? Ja, äh, ja, weil er sucht ja, ich, er habe mich gerade angerufen, ich suche Leute, die mit meinem Geburtstag feiern. Keiner ist da. Oh, das ist aber traurig. Ja, deswegen habe ich gedacht, sie kommt nicht an. Genau, sagt ihm Willi, er soll, äh, äh, wir treffen uns alle bei Taxi. Mit Kalle Geburtstag ein bisschen feiern. Okay. Kommst du auch? Ihr seid ja echt noch wach. Ja, aber ich bin sehr müde. Aber so, zwei, drei, zwanzig Stücke dort in den Gebäuden, oder? Weil ich bin gerade noch mit dem... Ja, 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 ja. Ich hoffe, du bist ja nicht schmerzendig gleich. Alter. Okay, dann telefonieren wir morgen einfach, oder? Ja. Super, okay, Karl, dann gute Nacht euch. Tschö. Der Kalle hat Geburtstag, der Holländer will eine Geburtstagsparty feiern. Ja, jetzt doch nicht mehr, oder? Ja, das sind da... ... ... ... Ja, aber das ist doch wieder, ne? Nachher fragt man sich schon, woran hat er sich lehnt? Aber jetzt... Ach, warum ruft er mich denn jetzt schon wieder an? Ja, sag du, sag du, ist ein Stück tot, hab ich auch gesagt, dann gehst du noch schlafen. Wird schon spät. Ja. Aber... Kümmern, der hat Elfenohren. Ja. Ja. Wann jetzt? Ach, im 12 hat der Geburtstag. Ja, dann komm. Ja, hat der... Ja, hat der mal auf den Tacho geguckt? Ja, ich wollte jetzt schlafen, Jan. Ja, ja, klar. Hast du denn so, ob die Uhr geguckt? Frau Bruder, ist einfach schon wieder 12 Uhr, Alter. Ob du denn so, ob die Uhr geschaut hast? Sollen wir mal Aktivitätscheck hier machen? Wer ist noch im Start? Hallo? Ja, wir können doch morgen noch feiern. Oh. Das Tufi. Was? Tufi. Ja, okay. Tufi. 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 Tufi, komm her. Tufi, komm her. Tufi. Tufi, Kaffee. Ah. Austragen. Hallo? Hi. Hallo, Lilly. Ja. Du? Gut, ja, das ist natürlich schlecht, aber Noli ist sehr... Na, was kann man natürlich... Ja? Das tut jetzt nicht so weh und ich möchte mich austragen. Möchte ich austragen? Weil das dauert sehr lange. Ich bin sehr hungrig und müde. Ja. Kann ich verstehen. Tufi, Tufi, Tufi. Mhm. Ja. Nee, dann trage ich dich aus, dann kann sie gehen. Dankeschön. Kein Problem. Okay. Übernachtet der heute hier, oder? Lange. Weißt du, ihm ne Decke drüber, dass dem nicht kalt wird? Ja, ich kümmere mich dann um nicht mal... Entschuldigung, um ihn, ja. Und Magnolia? Ja. Bleib so wie du bist, weil so wie du bist, bist du wunderschön. Ja. Dankeschön. Ah, das ist also der richtige Name. Jetzt macht das alles... Was? Nein. Toll, dankeschön. 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 Was sind denn das für Störgeräusche? Hat jemand ein Funkgerät dann? Oder klingelt es bei mir im Kopf? Ja, ich glaube auch. Okay. Tschüss. Bye. Bye. Tschüss. 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 Ciao, Manolia. Recentchen, Willi. Ja. Boah, ich muss echt Sport machen. Was musst du Sport machen? Ja, ich bin nicht durch die Tür gekommen. Willst du ein Stück Torte essen? Ja, sag mal, aber meinst du, sie sind noch da? Weiß nicht, wenn nicht, falle ich nach Hause. Ich strafe sie irgendwo. Allein in Mexiko. In Mexiko, Sabrina. Sabrina. Küssen kann man nicht alleine. Denn dafür braucht man einen anderen Déjà-vu-Mund. Gott, wolltest du nicht zum Kaffee fahren? Welches Kaffee? Du wolltest doch da Kuchen, hast du doch gerade gesagt. Aber der hat gesagt, die sind am Taxi, Haukartier. Höchst geschlafen. Okay. Und ich hab voll Hunger. Und Durst. Durst, heißt er bei uns in der Kelle? Durst, Durst. Durst. Und Durst, Trä. 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 Epa. Das ist mein Autospiel. Oh mein Gott, ich muss noch tanken. Oh ja, besser ist das. 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 Und Durst, Trä. Chris, dreimal drösses. Ich mach krankfassig mit Ria. Boah. Nossa. Nossa. Ja? Ja? Ah si, du sepp'n Marta. Just give me one night with me pizza. Ah, I see. Felicia. Ah, ja. Guck, dass du den Schlauch nicht zu tief reinsteckst, ne? Daneben. Ah. Pass auf, wenn der Benzin ausläuft. Oh mein Gott. Was? Oh Gott. Du sollst aufpassen mit dem Benzin. Ja. Perle der Natur. 660 Dollar. Äh. Ja? Heute war ich aber nur einmal tanken, glaube ich. Ehrlich? Ja, ich glaube schon. Ich kann gucken. Oh. Guck mal. Ich glaube, ich war nur... Auf jeden Fall habe ich einmal in einem Taxiometer eingetragen. Ja, Moment. Kannst du mir sagen, was ich heute verdient habe? Nicht so viel. Tagesbilanz. Äh. Tagesbilanz. Äh. Naja, steht noch nichts drin. Wieso stehen die Namen denn nicht drin? Äh, irgendwas ist wieder falsch. Keine Ahnung. Was ist? Den Freitag wird ausgezahlt. Äh, Sonntag. Weißt du was, Willi? Ich habe dem Chef vorhin eine Pistole verkauft. Äh, unserem Chef? Ja. Eine Pistole? Ehrlich? Ja, ich habe von einem Gast eine bekommen. Oh. 17.000 Dollar hatte ich nicht. Ja, aber warum hast du die verkauft? Weil ich bin kein Krimineller. Ja, aber... Wo ist der zum Einpacken nochmal? Wo ist der? Ja, Hannes. Mama, fäll dich hier. Äh. Mach da mal. Ja, ab. Ab den schon hingewunken zum Parken. Okay. Glaube ich. Los, da. Los, da. Danke. Wie heißt der Typ, der das einparkt? Stefan. Stefan. Au. Danke. So, was musst du jetzt noch machen? Schlüssel dem Dingsmann. Richtig. Und dann aus dem Taxometer Ding. Am Handy. Ha. Äh, da. Äh, äh, äh. So. Was mach ich denn, damit er kein Taxi mehr steht? Äh, wie meinst du das jetzt? Ja, Min Jung. Ich mach einfach Min Jung. Ja. Min Jung. Wo denn jetzt? Im Dokument? Ja. Er macht Min Junges vom Chef. Nimm ein anderes. Was denn? Du hast mir nicht das Camp No Lines? Ja. Ja, dann trag das da rein. Aber, okay. Oder was meinst du jetzt, wo? Nö, schon. Nein, ich muss doch hier. Ich bin doch jetzt nicht mehr im Dienst. Ja. Ja, aber ich müsste doch mein Fahrzeug eintragen, welches ich war. Ja, Camp No Lines. Ja, aber ich fahr das ja jetzt nicht mehr. Fass mich jetzt irgendwie gerade ein bisschen. Egal, egal, egal. Wart es mich nachdem, hallo. So, nochmal gucken, Schlüssel. Du, 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 du. Okay. Knicker ruft an. Ja, Herr Knicker. Oh, oh. Nein. Das ist der Basti. Und tonne Dank für die Wiesermann-Reinreißig. Nein, ich war an der Werkstatt, war der eben. Ja, ist schon, ja, denke ich mal. Das ist schon ein bisschen länger her. Okay. Was kannst, du kannst vielleicht auch was von mir gebrauchen. Vielleicht ein bisschen. Äh, nee, kann ich nicht mit denen. Ja, dann probier's doch nochmal bei denen. Okay. Ah, okay. Ja, das ist scheiße. Der war eben, äh, wann waren wir an der Werkstatt, Peanut? Oh, halbe Stunde so. Ja, halbe Stunde war das her, wie wir den da gesehen haben. Tut mir leid, Knicker. Ja, bitte, tschö. Soll ich dich noch nach Hause fahren, oder hast du Auto hier? Ich hab ein Auto hier. Ich fahr jetzt nochmal ein bisschen, äh, ich glaub, ich geh nochmal zur Magnolia. Du bist aber auch ein Schaumschläger, ne? Ja, klar. Ja. So heiratschwindler, du. Ja, aber jetzt sag ich mal, jetzt mal ganz ehrlich. Was denn? Jutta ist ja lieb und nett, ne? Ja, aber die sieht scheiß aus. Hallo, das liegt offen auf der Hand. Das ist halt... Ähm, ich wollte eigentlich sagen, die ist schon was alt. Ja, das auch. Das ist immer schwierig bei uns beiden. Ja. Weil, die schreit manchmal so laut. Ich will das nicht hören. Hey, alles gut. Dann hab ich einfach nur Angst. Ja. Weil, ich sag dann immer, Jutta, kommst du oder gehst du? Ja. Und die macht einfach nur... So. So ähnlich. So will du bis morgen. Ja, bis morgen. Schlaf, Juppina. Oh. Oh, 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 oh. Bis morgen. Bye, bye. Oh, nicht so fest. Ja. Nee, kommt nix mehr. Oh Gott, ich komm gar nicht ganz drum. Hast du Glück gehabt, meine Jungen? Ja. Schlaf, Juppina. Bis morgen. Ja. Machen, Juppina. Schwenk da oben. Bo, 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 bo. Dum, 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 dum. Voll weit. Wie die Küche hat zu, J. Geh nix. It's only game where you have to be met. Heute war schön, heute war sehr schön. Ist ja immer noch da. Ist das dein Auto? Das wurde uns clean vom Nico. Das sieht aber stark aus. Aber jetzt haben wir ein eigenes. Ja, ich bin mal... Hast du dir jetzt überlegt mit der Überraschung morgen? Ja, ähm... Ich geh das abholen, dann tue ich das irgendwo hinparken. Okay. Und dann... Weiß ich nicht. Ja, bestimmt. Du machst das schon, ne? Sonst rufst du mich an. Okay, weh, die Chess. Töö. Ab in dem wohlverdienten Feierabend. Ich hätt niemals damit gerechnet, dass ich im RP irgendwann mal einen RP-Drop hab. Morgens wieder Vampire Darius an. Bitte kein Deutsch. Nee, nee, nee. Morgens ist Montag. Morgens ist mit, mal nee. Außer, die macht das viel zu viel Spaß. Oh, das ist so bewältigt. Bist du immer noch hier? Ja, ich wollte gerade... Nee, nee. Ja, heute ist Montag, halt. Ist dort schuldig. Außer, es passiert irgendwas Schlimmes, aber... Tut es nicht. Alles gut. Morgens ist... Pinky auch wieder da, glaube ich. Wenn's dir besser geht. Aber... Oh mein Gott. Ich hasse die Sound. Was hat denn der vor? Oder wird einer eingeflogen? Boah, ich... Er lohnt sich jetzt kein Foto zu machen. Chat, seid ihr noch wach? Ich glaub, Twinky ist dann das Zwei eingepennt. Kann sein, dass die schlafen können. Ja, seid ihr noch wach? Boah, ich hab's... Boah, 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 boah. Heute hat Spaß gemacht wieder. Hab's... So... so Quantic, dankeschön für den Prime am 36. Toll noch hatten wir 2612, dankeschön für den Prime 4. Panther, dankeschön für den Raid noch und für den Reset am 6. The Madsen Boy, dankeschön ebenfalls für den Host. Und was sagst du dann für den Prime 13? Milan hatten wir, Vessi hatten wir, glaube ich, auch, Jan auch, Kosta. Na, 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 ja. Habt ihr auch Spaß, ja? Oh, Peanut geht hungrig ins Bett. Ei, ei, ei. Hallo? Wunderschönen guten Abend. Das macht einem viel zu viel gute Laune. Ja, dafür ist das ja hier da, ne? Unterhaltung. So, lass mal gucken, wer nur da ist. Ah, der Chef ist da. Boah. Boah, ich hab keine Ahnung. Ich hab jetzt auch keinen Bock zu gucken. Ich schick euch in den wohlverdienten Schlaf. Der Chef für die Felgen. Ja, aber der Willi geht gleich pennen, hat er gesagt. Ja, Mann, was, Chef? Ich seh sonst keinen Anglangengrad. The early bull. The early bull fängt der Wurm. Ab in the Raid Pommes. Ähm, vielen lieben Dank, The Real Ketol. Dankeschön für den Sub und herzlich willkommen noch. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, ja, ich mach dann, ich mach den Chef. Wunderschöne gute Nacht wünsche ich euch. Lasst euch nicht anquatschen. Wir sehen uns nachher wieder. So immer ab 19 Uhr. Dankeschön für den Support. Vielen lieben Dank. War super heute. War sehr, sehr cool. Hat Spaß gemacht. So muss es sein, ne? Bis heute Abend. Gute Nacht zusammen. Tschüss. Bye, bye. Have a good night time. Tschüss. 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 Vielen Dank.